Hallo. Da sind wir. Ein Wunderschön. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr hattet einen angenehmen Tag. Und ja, wir gehen direkt rein. Ich wollte noch meinen komischen Account hier einrichten. Und ich dachte, das kann ich eigentlich auch mit Stream machen. Das macht keinen Unterschied. Lenta 1204. Moment, ich schreibe mir gerade das Passwort auf. Verdammt, warum bin ich hier? Ich weiß nicht, Kalle. Keine Ahnung. Warum bist du hier? Das ist eine gute Frage. Eigentlich hast du irgendwo auf den Link geklickt. Vermutlich. Kira, ich wünsche dir noch weiterhin viel Spaß beim Kochen. Du weißt, ich bin ein bisschen früh. Es tut mir leid. Hintergrund, hallo, hallo. Hallo, Alex. Hallo, Pyro. Kalle, trotzdem hallo. Auch wenn du alt bist oder nicht weißt, warum du hier bist. Du dich vielleicht verirrt hast. Ist kein Problem. Nimm dir einen Stuhl. Mach es dir gemütlich. Gottfried, hallo. Und hallo, Solente. Tobi, einen wunderschönen. Ach, zurück. Menta 1204. Hallo, Promi. 94 D Ja, ähm. Okay. Versuch's, mach das. René, hallo, hallo. René, bist du noch wach? Oder wieder? Ja, war bei dir nicht so ganz. Okay. Warte, jetzt muss ich mal gucken. Hi, Nudes. Pritz und Feier. Hallo. Vielen Dank für dein Follow. Ähm. Tablet. Tablet müsste das hier gewesen sein. Ja, ist es. Liberty Net. Dann gucken wir uns das mal an. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Super gut geworden. Ich bin gespannt. Okay. Suche Personen, Hashtags und Dinge. Liberty Net. Menta 1204. Kann ich den Namen nochmal ändern? Bitte. Verarbeiten. Aha. Oh, da meldet sich der Windows Defender. Okay, du darfst das zulassen. Geht mir nur Sam an. Ich will keinen Nachnamen. Ja, das sollte reichen. So, Sam. Okay, dann haben wir es übernommen. Dann war denn ein schönes Bild. Na klar. Warte, ich schiebe das erstmal hier raus. Oh. bin ich aus dem TS rausgeflogen. Das ist ja auch wundervoll. Okay. Ich glaube, das hatte ich schon mal, wenn ich ein Bild hier reinfügen will. Äh. Nehmen wir das so, oder? Ja. Fügen Sie Ihren Arbeitsplatz hinzu. Nein. Fügen Sie Ihren Land hinzu. Nein. Adresse auch. Nein. Okay. Profil wird geändert. Mal das löschen. Beitrag löschen. Muss da nicht unbedingt der erste Beitrag sein. Okay. Das war gar nicht so schwer wie gedacht. Oh, ich habe schon einen Follower? Abby Mayfield. Hä? Aber wieso? Die kennt mich doch gar nicht. Hä? Okay. Offensichtlich ist das so ein Influencer-Ding. Man folgt erstmal jedem, den man kennt. Ähm, okay. Ich muss einmal ganz kurz re-loggen, weil, ähm, wie mache ich denn das Ding wieder zu? Wie mache ich das wieder zu? Die Frage. Äh. Äh. Okay. Auf jeden Fall nicht so, wie ich es aufgemacht habe. Ah. Alles klar. Verstehe. Okay, weil F3 ist normalerweise da mein, äh, eben Polizei-Menü, was ich jetzt nüsst. Aber dankeschön, äh, Killing Sense und Gottfried. Ähm, wir machen einmal neu, damit ich wieder ins TS rutsche. So, ich, ähm, habe die Befürchtung, das wird heute, äh, nicht sehr viel angenehmer als die beiden Tage. Äh, ich hatte mir über Nacht ein paar Gedanken gemacht. Über Nacht. Ich hatte mir eben ein paar Gedanken gemacht, sagen wir es so. Und gestern, äh, zu dieser komischen Situation, oder diese komischen Situation, die wir jetzt reingeraten sind. Und deswegen werde ich da heute die ein oder andere Person einmal drauf ansprechen. Mal gucken, wie das wird. Dankeschön für deinen Follow-Killing Sense. Habe allerdings die Befürchtung, dass das nicht so, äh, nicht so gut ist. Aber, ähm, Sam, und das passt auch zu Sam, Sam ist keine, die, also Sam sagt, wenn ihr was nicht passt oder wenn ihr irgendwas auffällt. So, das will ich auch so durchziehen. Und ihr seht, Penny ist immer noch da. Okay, wir sind wieder drin. Perfekt. Auch, und. Die zwei Wohnungen waren so gestern nicht frei, als wir uns die es geholt haben, ne? Glaub ich. Okay. So, warte mal einen Moment. Nichtsdestotrotz hatte ich gestern das Gefühl, dass ich mich angefangen habe, ein bisschen besser auszukennen. Äh, noch lange nicht alles. Aber so ein paar Sachen weiß ich jetzt schon mal mehr. Oh, da ist schon wieder Alarm. Machen wir direkt ins Büro. Ich kippe. Äh, Adfried. Ähm, das war so der normale Streifenkopf. Ich, ähm, lasse es auf mich zukommen. Ich habe keinen Plan, dass ich jetzt sage, sie muss unbedingt da oder da hin. Ähm. Will ich aber auch mit Absicht nicht machen. Warte mal, ich stelle da noch ein bisschen weiter vor. Das ist mir so blöd. Ähm, ne, ich habe jetzt da nicht, nicht die Tendenz, in irgendeine Richtung zu gehen. Ähm, das soll sich ergeben. Das ist schon okay so. Äh, ich weiß auch, mir ist bewusst, dass sie momentan noch als, ähm, sagen wir mal, relativ jung und naiv wirkt. Ähm, das ist auch okay. Das ist sie auch noch auf eine gewisse Art und Weise. So wird sie erstmal eingeschätzt. Ähm, die soll sich entwickeln. Und dann gucken wir einfach, wo es dann nachher am besten passt. Wo sie Kontakte hin hat. Wo sie vielleicht auch gesehen wird. Ähm, die Erfahrung habe ich mit Claire ja gemacht, auch bei der, bei den Cops. Ähm, oder generell mit Claire, dem Charakter. Äh, da ist das Schönste an diesem ganzen Charakter einfach war, die Entwicklung halt mit durchzuspielen und mitzuerleben dann halt. Deswegen will ich das nochmal so machen. Sie ist halt ganz anders, ne. Deswegen, ich bin mal gespannt, wie das mit ihr funktionieren wird. Ähm. Ich muss noch trinken. Ähm. Claire und Harris waren Gold. Ja. Wobei, Claire hatte gar nicht so viel mit Harris zu tun, ehrlich gesagt. Ähm. Und das war auch ganz okay so. Halt immer nur, wenn, wenn's drauf ankommt. Ähm. Claire wird auch kein, äh, Gott, Claire sag ich schon. Sam wird auch kein Arschkriecher-Char werden, so. Sie wird sich eine Menge anhören müssen am Anfang. Sie wird auch ihre Fehler machen. Aber, ähm. Ich bin sehr gespannt, ob sie diese Entwicklung durchmacht. Von diesem kleinen, jungen, naiven Häschen zu... Ja, dann doch. Haustick hinter den Ohren. Das... So in die Richtung. Da gab's noch eine Leere, der Verfolgungssektik. Ähm. Ich erinnere mich, glaub ich, noch an die. Ich glaub, da war dann irgendwie auch Stromausfall und Sturm, Sturm oder so, ne. Irgendwatt war da. Ich erinnere mich tatsächlich. Aber ja, ähm. War vom Prinzip her eigentlich mit allen, ähm, immer echt lustig. Ähm, aber ich muss auch sagen, ähm, dass ich lieber mit Stay als Harris, also als Chief gespielt habe und als, da als Vorgesetzter, als mit Lench. Äh, Claire und Lench sind nie so wirklich warm geworden. Und das war immer so sehr, ähm, anstrengend. Äh, weil das beides so Charaktere waren, die... Jetzt nicht so die Smalltalk-Profis waren, möchte ich mal sagen. Und ich fand das aber super unangenehm, wenn ich mit ihm irgendwo alleine war. Ähm, das war bei den Cops schon besser. Ähm. Ja. Aber ich bin auch niemand, der sich da so reindrängt, dass das mit Schwarzwasser damals passiert ist. War halt so, äh, dass das dann nachher bei den Cops weiterging. Halt auch so, aber, ähm. Ich mach das jetzt nicht abhängig von irgendeinem Charakter. Aber ja, es gab sehr lustige Szenen mit, äh, einigen Leuten. Ähm. Wie die 21, 10, 41. So. Dann gucken wir mal. Hallo, Andy. Freie Plätze, Piloten, Ausbildung, Helikopter. Ähm. Ja. Nein. Also, da seh ich jetzt mich nicht so. Bei Sam wäre ich mir nicht so sicher, aber da seh ich mich nicht so. Oh. Äh. Nee. Ach, da tritt da, da waren wir noch nicht im Dienst. Erste Hilfe-Kurse. Äh, PD66 oder PD16 per SMS. Gut, wie du da mal siehst. Warum kommst du ausgerechnet in solchen Momenten? Wirklich. Nein. Ich möchte ungerne Leute auf dem Gewissen haben. Echt nicht. Hallo, Binockel. Nee, mein Fuchs. Offensichtlich wird sein Fuchse. Triathlon. Liberty Times wird um drei Teilnehmer vom LCBD. Hierfür können sie sich gerne bei der PD66 anwenden. Start des Triathlots ist 20 Uhr. Alle Teilnehmer sollen sich gegen... Am 25.03. Gut, da würde ich mich ja sehen, muss ich sagen. Also, da würde ich sie sehen. Laufen kann sie. Bis drei Stunden. Oh, es gibt schon PD Harris. PD 16. Schwimmen. Hallo. Okay. Ja gut, dann können wir uns das schon mal... Ja genau. Laufen, Radbahn, schwimmen. Richtig. Ich glaube, das wäre ganz cool. Ich nehme mal gerade die Nummer raus. Neun. Dann können wir uns einmal für den Erste-Hilfe-Kurs anmelden und das Zeug. Hören wir... Hören wir... Hören wir... PD 27 10 41. Hendoza ist da. Den brauche ich tatsächlich gleich. Ich wollte eigentlich gerne zuerst mit ihr reden, ehrlich gesagt. Hallo, 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 hallo. Hallöchen. Ich bin nicht Leitstelle, falls ihr das denkt. Ich gucke hier nur gerade in den Computer rein. Denke ich mir, weil ich Leitstelle bin. Ach, gut. Du gehst jetzt erst mal in den Feierabend, Watson, oder? Pause. Ja, ist ja fast gewendet. P-A-U-S-E. Pause. Da kommt drauf an, wie lange deine Pause ist. Meine geht manchmal auch ein bisschen länger. Ey, Watson, mach mal deine Spielerflugstunde. Du hast deine Ausbildung beendet. Ach, weißt du das? Keine Ahnung. Watson, ich überlege mir da vielleicht... Da komme ich mal mit. Ja, Rino. Nimm dir dann eine Woche oder zwei Zeit und dann entscheide ich. Ich habe keinen Bock auf dieses Ganze hin und her immer. Immer so, ja, nein, ja, nein, ja. W-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w. Da habe ich keinen Bock drauf. Da ist die Zeit zu kostbar. Doch, doch, doch. Du bist schon wieder gerade in den Auf und gehen, Pause essen, Snickers. Was für... Ich habe keine Nerven. Du wirst schon wieder zu Diva. Der hier ist ein Meteoride. Los. Meine Fresse, ey. Hast du deine Asche hier woanders hinschmeißen? habt ihr da schon irgendwelche infos zu gestern kam irgendwann gesagt habe nur zur hälfte zu geschehen aber irgendwann mit neun pd glaube ich oder als umgebaut oder letzte woche schon gesagt ja gut ja gut ich bin in den pausern das war ich wieder komm mal wieder runter verrückte ich ganz knicken und ja nicht schon mal einstelle gemacht ja, bis jetzt nicht ja, irgendwann ist immer das erste Mal war das eine Bitte? ist auch nicht so schwer Sam, ist nicht schwer wie meinst du das? ja, nein, ich hab beim Funken eigentlich weniger Probleme haben sie Erfahrung mit Leitstelle? weil sie sind ja mit den Hörernrang eingestellt worden ich denke, dass sie Vorfahrung haben, oder? ja, in Texas, im Nest aber ich krieg das schon irgendwie hin jetzt warten wir mal ab, vielleicht gibt es nicht mehr was Rains war ja, also kein Problem, jeder muss das übernehmen dann ist das auch ja, ist gerade eh noch was los dann fahren sie mit uns raus alles klar aber da kann ich endlich mal wieder fahren ja, ich bin auch fein ich geh nach hinten, weil ich Leitstelle bin ja was finden wir denn für eine Streife? Streife 1 ich hab schon im Rang gezogen hab schon gemacht ich bin Leitstelle, nicht du Conor sonst kannst du gleich übernehmen Marino, ich bin aber schneller als du ich wollte auch mal maulen anstatt du einfach mal sagst danke Conor das ist echt nett von mir, dass du halt schon gemacht hast nee, ich hab jetzt Bock auf den Maul ja, mach ruhig ich hör dir nicht so ich muss mal ein Frust ablassen Frau Clark, nicht an Ihnen, ja? auch klar, Sie waren nicht der Erste in den letzten drei Tagen ich hab ja noch den Frust an Ihnen ausgerufen ach naja, mich ist schon gut ich klär das mit den Personen selbst ich will nicht lästern, aber ja sind sie angefahren worden und von Cusik du bist ja erst seit ein paar Tagen da, man wie können die sich denn alle, was ist denn da los? nein, sagen wir mal so es ging nicht direkt, ging mich eher indirekt ich glaube, es ging um dieses Ellenbogengehaber ich weiß, was die Frau Clark meint genau das ist doch das der Grund auch oder was ich jetzt dieses Ellenbogengehaber oh, bin ich mächtig, ich bin groß ich bin schon drei Wochen im Kopf und ich weiß schon alles und keiner hat mehr was zu sagen und ja na, so ungefähr braucht man ja, und deswegen werde ich das dann mit der entsprechenden Person nochmal klären und danach denke ich dann nochmal an jemand Vorgesetzten weitergeben dann ist das aus der Welt für mich dann habe ich alles getan, was ich machen muss ich gebe Ihnen einen bloßen Tipp wir einsetzt sich bleib einfach von da rein deswegen, also ich merke in welche Richtung das geht und das nach drei Tagen und ich denke ähm, nicht jeder hat da vielleicht Lust drauf deswegen sage ich es einfach direkt dann kann man es auch direkt stoppen genau, das verstehe ich und ich sage Ihnen nochmal was egal, wenn es irgendwie Rang 3 oder irgendwas im Endeffekt hat Ihnen keiner was zu sagen er kann Ihnen auf Fehler hinweisen aber befehlen kann Ihnen gar nichts na, das ist nicht ganz richtig, Maria na, das geht doch gar nicht ums Befehlen das geht eher so um ja, über einen hinweg verstehen Sie? hinten drum und so oh Gott, nein also, wie umschreibe ich das jetzt ohne es zu sagen ja, also stellen Sie sich vor ein Kollege auf dem gleichen Rang wie Sie kommt zu Ihnen und fragt, warum Sie auf dem Rang eingestellt wurden und Sie erklären, warum Sie eingestellt wurden und dann wird sich darum gekümmert mit, also ich soll das nicht persönlich nehmen aber man kümmert sich darum, dass das ja unverantwortlich wäre weil ich noch nichts kenne ich habe mich um den Rang gebeten, ehrlich gesagt ich habe gesagt, ich möchte wieder von vorne anfangen ich hätte vielleicht gar nicht sagen sollen dass ich eine gewisse Vorerfahrung habe ich weiß, ich weiß sogar, welchen Kollegen Sie meinen die Sache ist auch kein Name weil dieselbe Story wurde mir gestern erzählt ja, und das hat sich jetzt zwei, dreimal wiederholt und ich möchte dem einfach aus dem Weg gehen ich kann, also es ist in Ordnung, wenn man mir das direkt sagt allerdings denke ich ich habe auch eine Meinung ich habe gestern zum Koller gesagt, die Frau Clark ist eingestellt worden was der Frau war das ist aber mein Ding, was ich immer so sage ja ich habe nie mit Ihnen zusammengefahren oder irgendwas aber ich mache mir immer einen Hohn draus und sage immer, eine Frau kommt hier schneller hoch wie ein Mann keine Ahnung das fällt halt immer ein bisschen auf wissen Sie? naja, das liegt nicht immer unbedingt an denen die eingestellt werden, verstehen Sie? ich habe das nicht gekannt, was Sie für Vorerfahrung haben oder etwas, ich habe das mal pauschalisiert weil es ist halt uns, also mir nach zweieinhalb Monaten GMPT, hat das aufgefallen dass Frauen hier schneller aufsteigen ja, äh, ja doch, mir ist es doch aufgefallen es ist ja meine Meinung, nur meine Meinung vielleicht steigen Sie halt auch einfach schnell auf weil Sie gut sind ja, aber wo ist die Frau, 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 wie heißt die heißen Hanses, Hanses, oder wie sie heißt wo ist die Frau du meinst Hernández Hernández, wo ist sie oh nein, ich nehme die wo ist die andere Frau gut, die hat quasi Urlaub genommen welche Hande, also ja, die blonde da, wie heißt die, Sanchez wer ist das denn? also, du hast die Sanchez denn mit dem spanischen Dialekt die war ausbilderinnen zu lesen du meinst Gómez äh, Gómez, Gómez, genau Gómez war sehr lange da die war meistens immer ab 9 Uhr da aber ich habe die auch schon seit anderthalb Wochen gesehen und sie war abends gar nicht da zwei dritter ist egal, ist egal warte, ich habe Telefon, Moment ja, Rans genau, pass auf, pass auf ich sage dir den Vorfall äh, ich war heute Mittag im Dienst und es war eine stürmische Nacht denn Toni sein Auto war zum Beispiel oben auf dem Dach gestanden und der Rest von seiner Autos waren quer über der Brücke nach Bohren rüber also, das war allgemein eine stürmische Nacht die drei Fahrzeuge, was ich eingekesselt habe war eins unten beim Central Park vor die Toiletten gestanden unter der Treppe Toiletteneingang versperrt ein Auto hat den Eingang zum Plateau Central Park versperrt war quer drin gestanden konnte keiner mehr reinfahren und das eine Auto war kurz vor meinem Hotel quer auf der Straße gestanden ich habe natürlich immer probiert die Leute erst anzurufen und so weiter aber die mussten weg weil sie in Behinderung waren es war einfach, weil wir eine stürmische Nacht heute Nacht hatten wenn du weißt, was ich meine und ein Bürger hat angerufen er hat so ein Auto geordert das liegt im Ozean ob wir ein U-Boot haben aber musste ich leider verneinen ja ja, ja also ich habe nur drei ich habe nur drei und die Kennzeichen habe ich und auch die Namen mehr waren es nicht bei mir so viele können sich gar nicht beschweren also nichts über mich kann es sein kann es sein, weil ich war ja auch da vielleicht hatte auch welche weg wir waren ab 2, 2 Uhr so was, 14 Uhr war das ungefähr ja also wie gesagt die Kennzeichen habe ich vor die Fahrzeuge falls die Näheres wissen wollen die sollen einfach zur Verwahrstelle die waren alle zugelassen die können sie wieder rausholen also die Verwahrstelle in Duke ja, ja okay, dann alles klar oh ja, gut ja gut und deswegen sollten wir meine Meinung immer ich habe meine Meinung aber wie gesagt es ist nichts Persönliches gegen Ihnen na, Frau Clark nein, so kann ja auch nicht wir kennen uns ja noch gar nicht ich kann es ja nicht einschätzen was Sie für Vorkenntnisse haben wenn Sie die haben haben Sie die völlig aus und der Käpt'n oder der Commander wird wissen, warum Sie Rang 1 bekommen haben genau und da setzen wir uns nicht drüber also ich nicht also nicht, dass das falsch verstanden wird ich habe absolut nichts gegen Kritik einzuwenden gar nicht ich bin ja hier, um zu lernen ja ja es geht mir nur, dass ich das eben jetzt schon über mehrere Ecken eben merke, dass naja, Dinge gesagt werden oder in ein Licht gerückt werden auf meine Kosten die vielleicht nicht ganz so in Ordnung sind und das will ich eben direkt unterbinden ich möchte hier arbeiten ähm ich halte wenig davon von irgendwelchen Festereien oder Machtkämpfen mir ist es ehrlich gesagt äh ziemlich egal wo ich irgendwann mal landen werde ich denke es wird sich mit der Zeit ergeben ja genau wenn ich für irgendetwas geeignet sein sollte dann wird man mir das sagen oder ich werde Interesse daran haben ähm aber erstmal ist das noch in sehr weiter Ferne ja genau die Einstellung habe ich halt auch ich bin jetzt zweieinhalb Monate da und bin halt auch komplett also komplett wirklich ohne Vorerfahrung hier reingekommen und ja das ergibt sich halt alles nachher sein ne richtig ich sage mal das auch wie ein Schwamm das hat mein erster Ausbilder zu mir gesagt haben genau auch sagen wir ein Schwamm alles und äh sie haben recht aber das werden sie immer wieder hier mitbekommen dass es irgendwie Rangleiter gibt ja also das ist immer fürchterlich fürchterlich und ich denke ähm also man ich bin natürlich in der schlechtesten Position sind wir mal ehrlich die wenigsten kennen mich ich bin sehr neu aber ich denke auch wenn niemand darüber spricht oder es anspricht und auch mit der Person vielleicht selbst nochmal darüber spricht dann fällt es vielleicht auch nicht auf Leitstelle für 27 kommen Leitstelle gehört Leitstelle gehört äh 27 und äh Kita-Gawa würden sich jetzt selber einteilen Ja in diesem Sinne wenn das in Ordnung wäre würde ich mal ganz kurz einen Anruf tätigen an den Kuh Ja Morgens Lucht Morgens Williams hier Hallo Ja PD21 Sam hier Hallo Hallo Ähm ich würde gerne im Laufe des Abends ähm nochmal ein Gespräch suchen mit Ihnen ist das in Ordnung Mit Ihnen? Mit mir? Ja genau Sehr gerne Okay ähm Sollen wir eine Zeit ausmachen so ungefähr oder sollen wir warten wenn wir uns irgendwie treffen Ähm Wann möchten Sie denn gerne ungefähr reden oder ist es sehr wichtig Ist es sehr sehr unwichtig? Warum? Würden Sie mir sagen worum es geht? Ähm Es ist mir einfach wichtig da nochmal ein Gespräch zu führen Okay Genau Nichts Dramatisches um Gottes Willen ähm aber einfach würde ich das ganz gerne und ungern am Telefon ich finde das immer so ein bisschen unpersönlich Ähm dann komme ich jetzt kurz vorbei Alles klar dann ähm warte ich am PD auf Sie Ja alles ganz gleich Perfekt danke Gerne Tschüss Willkommen 3 für 3 hört Warte Was ist noch bitte am PD 10 4 Dann wechseln wir aus Sie sollen mit uns fahren und Sie fahren mit Herrn Reins Dann können wir sich gleich in Ruhe unterhalten Ja In Ordnung Äh Ist aber nicht Herr Reins Aber ist nicht Wer war das? Wer war das? Williams Aber der Reins ist doch auch Ah nein Aber es ging um Williams Ah mit Williams wollen sich unterhalten Ganz genau Ja dann tauschen wir da aus Ansehen Haben wir ein Fehler gemacht? Streit bei 3 für die Leitste Willkommen Hört Komm Das war für 10 Sie können wir nochmal ein Streit und ins Fortsetzen 10 Ja Komm Okay Ich steig schon mal aus Ähm Wollen wir uns später nochmal sehen Bis nachher Ja klar Dankeschön Ups Jetzt aber Hallo Jawohl Ähm Sie möchten mit mir reden Ganz genau Sollen wir ein Stück zur Seite gehen? Aber selbstverständlich Wir können auch gerne in ein Büro gehen Wenn Sie möchten Ach komm Gottes Willen Nein Es reicht einfach zur Seite ein bisschen Dann werden wir nicht so mittendrin stehen Ja bitte Okay Also ich bin dein Freund davon Dinge direkt offen anzusprechen Und ich glaube Das sind sie auch Deswegen wähle ich diesen Weg Ich habe mir noch ein paar Gedanken Gehen Sie mal kurz beiseite bitte Das ist ein Frauengespräch Ähm Ne Ich will Ihnen eine Leitstelle Frage sagen Wo ist denn Ihr Kollege? Der ist gerade kurz austreten Weil ich ihm gesagt habe Dass ich ein Gespräch hier kurz mit der Frau Clark führen muss Ähm Um das geht es ja Ähm Ich stelle die Leitstelle um Fahren Sie mit der Frau Clark Der Kollege fährt mit uns weiter Also negativ Marino Ich wollte gleich mit ihm etwas Ausbildungstechnisches machen Ja gut Alles klar Es dauert auch nur 5 Minuten Dann bin ich wieder da Ja Ich rufe gleich zurück Ja Ciao So Entschuldigen Sie bitte Kein Problem Also nochmal Sie möchten etwas ansprechen Genau Was mir jetzt so Also Ja Aufgefallen ist Oder Was ein bisschen Wenn man das noch in meinem Kopf drin ist Und ich würde es gerne einfach loswerden Damit man damit abschließen kann Ähm Sie hatten ja das Gespräch mit mir gesucht Vor zwei Tagen Da hatten Sie gefragt Wegen dem Rang etc Ähm Vorweg Ich habe Ihnen das persönlich Überhaupt nicht übel genommen Es hat aber Kreise gezogen Und ich bin kein Freund davon Wenn etwas Kreise zieht Oder ich in unangenehme Situationen gerate Für die ich nicht selbst etwas kann Verstehen Sie, wie ich meine? Ja Und das Ähm Ich weiß nicht genau Ähm Was der Hintergrund war Des Gesprächs Ich wurde auch nicht mehr darauf angesprochen Ich glaube direkt Sie nach An der Stelle jetzt Ähm Aber es war einfach Eine unangenehme Situation Ähm Mir ist das auch aufgefallen Dass Sie Äh Das mit Mr. Gatzke Ähm Glaube ich auch Herr Ähm Peike gemeldet hatten Dass wir da dieses Schusstraining gemacht hatten Ähm Auch da bin ich dann wieder In eine unangenehme Situation Reingerutscht Ähm Das ist etwas Was ich denke Da sollten wir beide nochmal drüber sprechen Denn jetzt steht irgendwie im Raum Dass sie Naja Also ich Wie soll ich das sagen? Ich sag's am besten direkt Es steht im Raum Ähm Ganz anderen Eindruck von ihnen bekommen Aber den ersten Eindruck Nicht wieso Weshalb Weshalb Warum Ähm Dann gab es Ärger Wegen Weil wir dieses Schusstraining gemacht haben Mit Äh Gatzke Und Ich bin relativ bewusst darauf angesprochen Ich hab keine Ahnung Ob Herr Gatzke Ausbilder war zu dem Zeitpunkt Oder nicht Jetzt weiß ich das Aber zu dem Zeitpunkt hatte ich das nicht Und ich hab auch nicht gewusst Dass das sonderlich schlimm Wofür sie eigentlich nichts konnten Deswegen hab ich mich auch für sie eingesetzt Und habe nachgefragt Was genau sie können Wie genau sie es können Ich habe versucht Eine Lösungsmöglichkeit zu finden Damit sie Fachgerecht Und richtig In eine Streit Bekommen Wenn das falsch war Das heißt der Auslöser Nein, nein, nein Ich hab nur den Ich hab nicht den Ich Ich kenne nicht den Hintergrund Warum das passiert ist Okay Der Hintergrund ist aus dem einfachen Grund Ich kannte sie nicht Ich habe nur mitbekommen Sie sind in den Dienst bekommen Und sie haben Rang 2 erhalten So Und ich habe einfach nur hinterfragt Was für Ausbildungswege Sie schon von uns bekommen haben Ja Damit ich weiß Was sie noch geschult werden müssen Das war der Hintergrund Okay Und weil Auch wenn sie schon Rang 2 sind Ja Aber mit jemandem unterwegs sind Der noch gar keine wirkliche Möglichkeit hat Mit irgendjemandem alleine Auf Streife zu fahren Und noch nicht In den Bereichen Ausgebuldet wurde Wie wir es halt gerne wünschen Finde ich es unverantwortlich Für sie Und für ihn Sie beide dann In eine Streife zu setzen Wenn keiner von beiden In Anführungszeichen Ahnung hat Was er jetzt eigentlich Wirklich tun muss Das heißt Das war Also ich wäre dann Mit jemandem eingeteilt worden Der da noch keine Also der auf dem gleichen Stand war wie ich Richtig Und das war mein Problem Diese Information hatte ich nicht Das war mein Problem Frau Clark Ich habe nicht Ihre Kompetenzen angezweifelt Nein um Gottes willen Nichts irgendwas Ich wollte sie nur in Sicherheit haben Und auch den Herrn Jordan Junior Okay Entschuldigen Dann entschuldige ich mich dafür Ich werde das auch sehr gerne Wenn sie das wünschen Mit den beteiligten Kollegen besprechen Also weiß ich nicht Ich muss das jetzt für mich einfach nur klären Weil Schauen sie Das haben Kollegen mitbekommen Und dann wurde natürlich gesagt Wie kommt sie darauf Das Was zu fragen Und ich stand eben da Und ich wusste nicht Warum sie es gefragt haben Ich habe ja auch zu ihnen gesagt Das ist völlig in Ordnung Ich sehe das genauso Ich weiß Dass ich eben noch sehr sehr viel lernen muss Und dass ich hier Keine Ortskenntnisse habe Da macht das natürlich wenig Sinn Wenn ich mit jemandem auf Streife bin Der genauso wenig Ortskenntnisse hat wie ich Und da gehe ich eben d'accord mit Und dann fangen die Gespräche an Und dann ist eben dieses Verstehen sie Das eine ergibt das andere Und ich bin neu Ich kenne hier niemanden Ich habe keine Ahnung Und ich möchte diese Bilder Nicht von diesen Leuten In den Kopf gesetzt bekommen Ich möchte mir ein eigenes Bild davon machen Und deswegen komme ich jetzt auch zu ihnen Und sage ihnen Passen sie auf Das ist Auf irgendeine Art und Weise schief gelaufen Weil das Kollegen mitbekommen haben Die kriegen es vielleicht in den falschen Hals Und dann kommt eben dazu Dass Es dann ein bisschen Ärger gab Wegen dieser Schießerei-Aktion Das ist eben Auch unangenehm gewesen Wofür ich auch nicht wirklich etwas konnte Glaube ich in dem Fall Ich stelle mich gerne meinen Fehlern Die ich mache und ich werde sie machen Das ist nicht das Problem Aber das zusammengenommen War dann einfach Am zweiten Tag Zwei unangenehme Situationen Von denen ich nicht wusste Warum sie jetzt da sind Stehen Sie, ich meine? Nein, okay, das war die erste Situation Das war Und mit der zweiten Situation Das kann ich ganz klar sagen Das ist mein Fehler Nicht ihrer Nicht Herr Gatzkes Fehler Nicht Herr Peiks Fehler Sondern mein Fehler Ich hatte das irgendwie missverstanden Sie hatten erklärt Dass sie mit Herrn Gatzke Runden schießen waren Und für mich klang es so Als wenn er sie So wirklich komplett Von A bis Z Eingewiesen hat Okay So und da lag für mich Die Problematik Nichts gegen Herrn Gatzke Ich schätze Herr Gatzke Sehr als guten Kollegen Aber wenn sie so Eine Einteilung bekommen Dann wäre das schön Wenn sie das von der Education erhalten Und nicht von einem Kollegen Das heißt jetzt nicht Dass Herr Gatzke Nicht das Recht hat Ihnen das zu sagen Aber es wäre schön gewesen Wie gesagt Ich mache Ihnen da Überhaupt keinen Vorwurf Und mehr als Ihnen Wenn sie denn gesagt hätten Ja beispielsweise Vielleicht haben sie es auch gesagt Und ich habe es Wie gesagt Falsch aufgenommen Deswegen sage ich ja Die Schuld liegt ganz klar bei mir Herr Gatzke hat mir gezeigt Wie die Waffen funktionieren Aber ich war noch nicht Mit einer Education schießen Zum Beispiel Genau Also ich glaube Ich habe es auch gesagt Das war einfach Ein Kommunikationsfehler Meinerseits Gebe ich auch offen und ehrlich zu Dafür entschuldige ich mich ja auch Hier offiziell Es tut mir sehr leid Alles gut Es war keine Absicht von mir Wissen Sie Ich mache die Education Erst seit gestern Auch ich muss mich noch reinfinden Ja Ich weiß An dem Tag waren Sie glaube ich Auch noch gar nicht In der Education gewesen Es war ja vorgestern Als das alles passiert ist Verstehen Sie was der Sinn ist Ich versuche das direkt Damit das für uns beide Zumindest beerdigt ist Wir haben das jetzt geklärt Und ich muss Dann eben nichts Darauf geben Wenn andere Kollegen Irgendetwas sagen Sondern ich kann mir Darüber meine Meinung bilden Und habe das mit ihnen Direkt geklärt Anstatt dass ich das mit Fünf anderen Kollegen kläre Verstehen Sie? Ja Und das war für mich wichtig Denn wenn ich das Gefühl habe Ich sage jemandem was Und derjenige geht dann Direkt zum Vorgesetzten Und ich kriege dafür einen Anschluss Den ich nicht bekommen habe Aber ich übertreibe jetzt bewusst Dann ist das relativ schwierig Und das hätte so einen Knick gehabt Und den wollte ich nicht Ich fand die Streife gestern Sehr angenehm mit ihnen Und ich fand auch diese Übung angenehm Ganz auch offen und ehrlich Also wenn ich etwas hätte Dann würde ich das nicht mit Pike Oder so erstmal bequatschen Sondern mit ihnen Es ging nur an dem einzigen Abend Wirklich darum Was können sie Was sind ihre Stärken Ich wusste halt gar nichts über sie Und ich wollte mir ein Bild Über sie machen Verstehen Sie? Ja, verstehe In Ordnung Ich wollte sie in keinster Weise Wirklich Ich wollte sie in keinster Weise Kränken Das müssen sie mir glauben Alles gut Ich glaube sie nicht Ich bitte da wirklich um Entschuldigung Wenn das wirklich so Der Fall gewesen ist Deswegen sage ich sie mir Aber ich wollte halt Dass der Laden läuft Ich achte vielleicht Manchmal zu sehr Auf meine Kollegen Als ich vielleicht sollte Gebe ich ganz offen und ehrlich zu Aber mir ist halt wichtig Dass alle wissen Woran sie sind Und alle auch wissen Was sie können Und wenn sie dann Mit jemandem auf Streife sind Der in Anführungszeichen Genauso viel Ahnung hat wie sie Dann finde ich das In Anführungszeichen Ein bisschen schwierig Weil Stellen Sie sich vor Es wäre ein Abend Der Rockwriters gewesen Dann wären sie Total überfordert gewesen Ich verstehe das komplett Also ich kann Das habe ich Ihnen ja schon In dem Abend gesagt Ich kann die Bedenken Nachvollziehen Und Mein Problem ist Dass ich den Kollegen Mit dem ich da jetzt Eingeteilt worden wäre Auch nicht kenne Auch jetzt noch nicht Insofern Verstehe ich das Vollkommen Ja wie gesagt Es ist einfach Diese Kommunikation Die dann war Ich war in dem Moment Auf einer anderen Streife Ich glaube Dass die Kollegen Auch nicht verstanden haben Warum ich dann Jetzt Da weg soll Oder nicht Es war ein bisschen Hin und her Und so ist man dann Zwischen die Fronten geraten Und ich wusste Ich konnte ja gar nicht sagen Warum Wieso Weshalb Überhaupt Aber spielt ja keine Rolle mehr Wir haben das geklärt Damit ist es in Ordnung Ich hatte einfach Ein bisschen Bauchschmerzen Damit Deswegen komme ich nochmal zu Ihnen Und spreche das direkt mit Ihnen an Sie wissen Bescheid Ich weiß Bescheid Und damit ist die Sache Für mich erledigt Und wenn da noch andere Kollegen sind Die da ein Problem mit haben Dann hoffe ich Dass sie Genauso den Arsch in der Hose haben Mit Ihnen darüber zu sprechen So sehe ich das Ich auch Genau In Ordnung Das war's schon Ich wollte gar nicht so eine große Nummer Daraus machen Ich wollte es einfach nur geklärt haben Nein das ist keine große Nummer Es ist ihr gutes Recht Das zu fragen Und ich finde das auch sehr gut Dass sie das auch Einfach Wie sie schon so schön sagten Die Eier in der Hose haben Das machen nämlich nicht viele Kollegen Genau Die machen dann diesen Lester-Pester-Scheiß Hinter dem Rücken Und nack 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 hier Nack 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 da Und reden aber nicht mit den Personen selber Und ich finde es sehr schön Dass sie gesagt haben Wir reden jetzt Und dann ist das Thema für sie gegessen Genau Damit ist das tatsächlich für mich jetzt vom Tech Und ich konnte Ihnen das auch nochmal erklären Damit Sie es auch aus meiner Sicht versteht Mir hat diese Information gefehlt Dass ich hätte Also dass ich hätte Mit jemand eingeteilt worden Oder werden sollen Mit der das eben auch noch nicht kann Das wusste ich gar nicht Ja es war wirklich Das Ding War auch ein Systemfehler Ne Also ich sag Ihnen gleich Also Der Herr Junior War an dem Abend noch auf Rang 1 Und hatte ungefähr den gleichen Stand wie sie Und ich wusste halt noch nicht Zu dem Zeitpunkt Dass wir einen Systemfehler haben Und dass der Herr Junior Eigentlich schon auf Rang 2 ist Das wusste ich nicht Okay So Das habe ich erst danach erfahren Nachdem ich im Endeffekt gebeten habe Dass man da irgendwas umstellen möge Aus Sicherheitsgründen Danach habe ich dann erfahren Dass der Jordan Junior schon 2 ist Also hätten sie dann in dem Fall Doch schon auch mit ihm fahren können Aber wie gesagt Das war mir bis zu dem Zeitpunkt noch nicht bekannt Alles gut Wie gesagt Mir ist nur wichtig Dass wir direkt über sowas reden Es hatte mir jetzt noch Bauchschmerzen gemacht Ich war ein bisschen überfordert Dann an dem Abend Und dann bekommt man viele Stimmen Von hier und da Und sie wissen das jetzt Ich weiß auch wo ich bin Und damit ist das alles erledigt Gerne Immer wieder wenn irgendwas ihnen auffällt Auch andere Personen Sie können gerne zu der Education kommen Das ist ihr gutes Recht Genau Wir sind da alle für sie da Und hören ihnen gerne zu Sehr gut Okay Sind sie jetzt schon überhaupt eingeteilt? Ich bin aktuell von der Leitstelle eingeteilt Auf Das war eben in der Streife 1 Jetzt gerade muss ich gleich nochmal schauen Wo mich hingesteckt hat Dann gucken wir mal Ja Haben sie eigentlich schon mal Leitstelle gemacht? Also hier jetzt zumindest? Hier noch nicht, nein Wurde ich eben schon gefragt Sie sind bei Herrn 3 Streife 3 Herrn Rains eingeteilt Okay Den kann ich noch nicht Steht der draußen? Ja Das ist der Herr Rains Der ist ein ganz netter Perfekt Wenn ich irgendwann meine weiße Uniform habe Dann können wir drüber reden Das ist eigentlich ähm Ja Mit den Wie heißt das? Mit den Gefunden Den Faden verloren Ja Wenn ich den wiederfinde Frage Hallo 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 Können Sie mich Spencer Spencer und mich auf eine Streife einteilen? Irgendjemand? Ist hier jemand Leitstelle oder? Nein, nein Marino ist Leitstelle Wer denn sonst auch? Ja Dem haben wir mal ein Headset gekauft Wer so gerne Leitstelle macht Warten Sie, ich mach das Das trägt er dauernd, Käpt'n Leitstelle für 0.9 Komm Mach mal so Aber er trägt das auch im Schlaf Oh ja Er ist auch nicht drangegangen Ich glaube, das wird überfordert Äh, Leitstelle hört Da ist er Ja, die 0.5 und die 0.9 benötigende Streifenkern Komm Ist er gerade leicht aus dem Konzept Ach, vielleicht Vielleicht sitzt er auch gerade im Drogershot Ja, super Ah, so 10-4 Ja, so 10-4 Haben wir jetzt die wie oder was? Markt Ich dachte mit dem schönen Schwarzen Okay, ich hol den Der Reigns, hier am Arbeiten Ist ja was ganz Neues Was soll das denn heißen? Nur weil ich immer zwei Tage frei hatte Mal Mal Ja, ja, mal Mhm Mhm Ich rufe den jetzt an Hallo Mr. Reigns, wir sind zusammen eingeteilt auf eine Streife Ja, das ist so korrekt Hallo Mr. Rescue, Captain Bates Ja, das war gut, glaube ich, noch nicht Wollen wir denn los, Herr Kempel? Ja, gerne noch Alles klar Warten wir noch einen kurzen Moment Ja Ich weiß nicht, ob die Miss Williams Ihnen das erzählt hat Wir haben jetzt ein bisschen was vor mit dem Herrn Kempel Ah, nein, hat sie mich tatsächlich nicht Wir testen jetzt mit ihm Also er macht jetzt gleich eine Verkehrskontrolle mit uns Deswegen fahren wir jetzt gleich mit dem an den Markt Ah, okay Gibt's Gibt's so viele Officer, die Die mit ihrem Personal daten oder andersrum? Streife So, ja Ja, also Ja Streife Nee, also Ich meine In der DTU finden wir sowas jetzt nicht Also so tief ermitteln wir jetzt noch nicht Aber es soll das da natürlich Probleme geben Werden wir Ja Uns da Auch mit einschalten, ja Also In der Rosenkrieg mische ich im Schnitt ein Ich bin nur mit der Axt da und trenne beide Hände ab Okay, ja Dann haben wir doch Ja, wissen wir, wie wir damit vorgehen Alles klar Hallo Bambel Wunderschön Brains führt das PD in die Liste Wer aus dem LCPD mit wem aus dem AD vögelt Oh, davon habe ich gestern schon gehört Ist das notwendig? Ich wurde gerade gefragt, ob wir so eine Liste führen Es wurde gefragt, ob das PD so eine Liste führt Also mir ist ja egal, wer hier was macht Aber die Leute sollen ihre Hormone zügeln Und sollen sich auf ihre Arbeit konzentrieren Ich glaube, das machen doch eigentlich alle, oder? Also Ich führe keine Liste raus Mr. Wens, sind Sie vergeben? Nein, warum? Dann lassen Sie das so Miss Clark, sind Sie vergeben? Nein Dann lassen Sie das auch so Schönen Tag Ja, tschüss Das entscheide ich immer noch selbst, aber danke Ja, ich auch Ich weiß auch nicht, die neuen Kadetten sind ein bisschen frisch Oh Offensichtlich mag der ja keine Widerworte Aber wir sind ja gar kein Kadett Nein, das stimmt Ich rauche kurz auf, dann können wir los Ja, alles gut Keine Eile Den Tag sollte man zumindest entspannt beginnen Das ist richtig Und da haben Sie schon ein bisschen was gelernt, Miss Clark Ähm Ja Schon Ähm Also Ihr war mit der Miss Williams unterwegs, ne? Ich war gestern mit Miss Williams unterwegs, richtig Ähm, ich habe noch das Fahrtraining gemacht Das Schuss Streife 148 Ähm, habe mir ein bisschen was an Ortskenntnissen, aber das Ja, ich bin seit vier Tagen in der Stadt, also Das dauert noch etwas Ach, Kuf, ey Kriegen wir schon hin Ach, Miss Williams ruf mich an Hallo An der Kirche Davor Okay Aber das Blöde ist, er hat das Auto, glaube ich, schon gesehen Ja Ja, ich könnte ihn jetzt nochmal wegparken und den Schwarzen holen, aber ich habe jetzt keine Lust Es steht eh hinten drauf, PD Also Dass wir auch anhalten, meinst du? Wer hat er? Okay Also tatsächlich auch ein bisschen Faxen gemacht, wenn er gefahren wäre Aber gut Ne, alles klar, dann machen wir das so Gut, dann bis gleich Wir fahren los Ciao So Wie schaut es bei Ihnen mit dem Fahren aus? Mit dem Funken? Was ist Ihnen lieber? Ah, mich funke lieber, in der Tat Ja, das ist kein Problem, das kriegen wir hin Das kriegen wir hin Wir können uns gerne zwischendurch abwechseln Ja, wie Sie möchten, also Wenn Sie sagen, Sie funken lieber Ja, ich würde sagen Wenn es beim Fahren nicht so läuft, können wir da auch gerne dran arbeiten Also wenn Sie sagen, Sie möchten da noch ein bisschen was tun Richtung Fahrtraining oder sowas Ja, ich denke, ich starte mit Funken und dann werde ich nachher zwischendurch fahren Ja, so Dann Auf geht's Okay Unser Kugofan, ja Können wir es nachher auch noch anhören Wenn wir raus sind Ich weiß gar nicht, welche Streife sind wir jetzt? Drei Streife drei, gut Dann, auf geht's Jawohl Peipe 13, 8 Oh, wir haben getönte Scheiben, das heißt, der sieht uns nicht zuerst, richtig? Richtig, das war der Plan Oh, das heißt, wir können ein bisschen, naja Ein bisschen nervös wirken Noch ein bisschen frech sein, wenn Sie möchten Ja Vielleicht, ähm Kriege ich das Handschuhfach nicht zu, wo die Waffe drin steckt Wäre auch eine Idee Und ich kriege den Joint nicht rechtzeitig aus, wenn ich gerade noch brauche Ja Wir kriegen das Fenster leider nicht runter, das kann natürlich auch sein Ah Haben Sie schon mal so eine Verkehrskontrolle durchgeführt? Nein, deswegen knick ich mich jetzt richtig ins Zeug Damit ich es auch schön heimgezahlt bekomme So, jetzt die Kirche Okay 10, 43 Er hat's nicht gecheckt, das ist schon mal gut Oh, oh Streife zwei für Unfall Alles gut? Ja, ja, mir geht's gut Streife zwei, brauchen Sie Hilfe Alles gut Aber er ist doch gar nicht gefahren, oder? Nein Oh So unangenehm Ja Etwas unangenehm Mhm Wart mal kurz, ich hoffe, denen geht's gut Ja Ich glaub, die müssen sich beide vom Schock kurz erhöhen Das war noch nicht mal er Die Ausbilderin ist gefahren Oh Gott Die Arme, ey Oh weia Streife zwei für Streife drei kommen Streife zwei hört, komm Ist die Kollegin gerade austreten, kann das sein? So, 10, 4 Kommen Oh Ja, dann ist doch alles gut Streife drei Ende Hm Warten wir mal kurz auf die Kollegin Jawohl Wie heißt das Autohaus hier? Äh, das ist das FISTA Center FISTA Center, okay Wir haben aber aktuell geschlossen wegen Krankheit oder so Habe ich im Liberti nicht gelesen Hm Versuch mir nur so ein paar Anhaltspunkte Gestern war irgendwo eine Verfolgungsjagd oder ein Einsatz Wir waren da gerade in Bohen und der war irgendwo anders Und alle Orte, die genannt wurden, habe ich nicht gekannt Das ist immer unangenehm, weil man dann gar keine Ahnung hat, wo der Einsatz gerade stattfindet Wir können da ja auch ein bisschen Zeitzeigen machen, dann kann ich Ihnen so ein bisschen was zeigen, wenn Sie möchten Ja, warum nicht Ein paar prägnante Punkte Also ich weiß, wo die Rough Riders waren Ähm, dort hatte ich schon zwei Einsätze Ich wollte gerade sagen, Betonung liegt auf Waren, ne? Ja, genau Äh Da hat es mich am zweiten Tag schon erwischt Das ist nicht schön Aber ich glaube Ja gut, nicht jeder, aber fast jeder hat schon mal eine Kugel von denen Ja, genau An dem Abend haben wir auch fast alle eine gekriegt von denen Könnte man eine Händel auf die Händel rauf? Ja, mit dem Boot tatsächlich Wir haben ja auch Polizeiboote, vielleicht können wir das irgendwie später mal machen So, die Kollegin war mal kurz ums Eck Dispatch kann ich nur reden Hallo, Illy Wie geht's dir? Streife 2, 10, 19 Akku Vielleicht haben sie sich doch was getan Der Kollege auch irgendwie außer Dienst oder so Das weiß man nicht Oh Gott Hm? Das wäre richtig schlecht, wenn er davon jetzt Ne, der geht immer um die Uhrzeit außer Dienst Ach so Der kommt später wieder Okay, okay Geht immer Abendessen um die Uhrzeit Hat er gehofft, wir treffen die jetzt hier irgendwo Aber irgendwie Kommen wir auch zurück? Hat er jetzt gehofft, wir können die irgendwo abfangen Oder die fangen uns ab Aber wenn jetzt einer von denen außer Dienst geht Dann könnten wir die Miss Williams aufnehmen Oder halt den Herrn Campbell Weil so viele Streifen sind wir jetzt gerade nicht Ja Boah Ich glaube, sie bringen den Wagen weg Oh Das ist der Gefängnistransporter, nehme ich an Ja, da war ich gestern auch schon Und habe Bekanntschaft mit zwei Herren gemacht Mit Insassen? Ja, ja Mit denen, die da lebenslänglich drin sitzen? Ähm, genau Irgendein Doktor Streife 12,18 Und ein Göffler Die Namen nicht mehr behalten Okay Die sind etwas, würde ich sagen, komisch Naja, speziell, aber ich denke, dass man zwangsläufig speziell wird Wenn man schon seit über 25 Jahren im Knast sitzt Und das auch noch den Rest seines Lebens tun wird Ja, ich denke auch Ich glaube, das ist nicht so schön Ja, aber sie waren sehr froh, dass Naja, wir haben einfach ein bisschen mit ihnen geredet Und das sind ja letztendlich auch nur Menschen Erstmal egal, was sie getan haben Klar, ich glaube, wir beide Oh Gott Ist ja was los Naja, das ist, glaube ich, unsere Streife Ich glaube, wenn wir im Knast sitzen würden Seit über 25 Jahren würden wir auch komisch Werden Genau Wenn wir es nicht eh schon sind Streife 12,43 Braunes Auto müsste ein Starnier sein Er checkt es echt nicht Richtung Süden in der Stadt Jetzt gerade Scheinertown vorbei Halt sie das Fahrzeug Halt sie das Fahrzeug an Einmal den Wagen ausschalten Schlüssel aufs Armaturenbrett legen Und die Hände da, wo ich sie sehen kann Dankeschön Und auf weitere Anweisungen Bitte warten Einen wunderschönen guten Tag, Sir Warum haben wir sie angehalten? Was glauben Sie denn? Ringen Sie mal lauter, ich höre Sie hier drüben nicht Okay, entschuldigen Sie Ja? Ja? Ja, klar Warum haben wir sie dann angehalten? Warum sind sie dann übrigens geflüchtet? Ich bin nicht geflüchtet Ich habe die Sirene gar nicht gehört Ah, nein, nein, nein Dann müssen sie eventuell das nächste Mal die Musik ein bisschen leiser machen Sie müssen natürlich auch die Verkehrsteilnehmer auch mitbeachten können Ja, hast du das gehört? Der meinte, sollen wir unsere Musik leiser machen? Also, keiner macht hier unsere Musik leiser Das kann ich Ihnen schon mal sagen Ja gut, dann Falls jemand mal sie anhubt oder so Falls irgendetwas nicht gerade läuft Dann können Sie auch in die Fahrt geraten Baitley, ist das so langweilig? Können wir fahren? Nein, Sie bleiben jetzt einmal hier Sir, ich brauche einmal hier einen Ausweis und den Führerschein bitte Ja, aber natürlich Okay, ich rufe die anderen an Ja, da mein Ausweis Die Kolleginnen, können Sie bitte einmal ganz kurz durchfunken, wo das hier genau ist? Dankeschön, Sir Wir sind auf jeden Fall zu schnell gefahren Sind vor uns geflüchtet Schicken Sie mal einen Dispatch, die Streife 4 kommt Ja, also Flucht ist ja wohl keine Straftat, ne? Nee, das ist richtig Aber wir sind Sie mir mal ganz befordert anzuhalten Wir sind an so einer tobenen Streife Hast du das gehört? Nein Ja, ja, hier unten am Pier irgendwo Du musst einfach weniger rauchen, dann kriegst du auch mal was mit Die 10, 9 Ich muss weniger rauchen oder Sie? Nee, niemand muss weniger rauchen Da bitte meinen Führerschein Alles klar, danke, Herr Reigns So funktioniert das halt nicht Also Sie können nicht einfach von der Polizei abhauen, wenn wir Sie bitten, einmal anzuhalten Ja, ich hab's hier nicht gehört Ja, Sie sind aber auch deutlich zu schnell gefahren Ja, wie? Ich bin 90 gefahren oder so Ich hab noch keine Luft im Bauch, so schnell war das nicht Hast du Alkohol getrunken oder Drogen genommen? Hast du einen geraucht? Haben wir was geraucht heute? Ich, ähm... Nee, ich frage Sie, die Beifahrerin ist gerade nicht mit involviert Nee, aber Sie sollen mir sagen, ob ich heute einen geraucht habe Äh, aber danach haben wir was gegessen Ja, eben Also Drogenkonsum, richtig? Richtig Sie wissen, Sie dürfen unter Drogen- oder Alkoholeinfluss nicht fahren, Sir? Ja, weiß ich Und man darf auf einmal gegessen eine halbe Stunde lange nicht ins Wasser Ja, genau, sonst geht man unter Ja, das ist richtig Dann möchte ich Sie doch einmal bitten, einmal auszusteigen Ja, klar Okay Ja, nein, die Dame bleibt einmal im Auto sitzen, bitte Dankeschön Dann können Sie mal bitte einen Tiefs mit Ja Machen wir mal so einen kleinen Alkoholtest, Drogentest Versuchen Sie mal einmal bitte Ihre Hände auseinander zu Ihre Arme auseinander zu spreizen Das kriegen Sie hin, mit Sicherheit Danke, danke für dein Follower Ja, genau Und jetzt machen Sie einmal bitte Ihre Augen zu Und versuchen Sie mit der Mit der Fingerspitze der linken Hand einmal Ihre Nase zu berühren Aber auch Augen zulassen Seht das? Frau Clark, Sie müssen doch einmal, glaube ich, einmal funken Sie wurden gerade angefunkt Das ist schon wackelig, kann das sein Ah, wirklich? Ja, Streife 3 Äh, ja gut, dann 3,3 hört Ähm, ist das okay, wenn ich bei Ihnen einen Alkoholtest mache? Fahren Sie mal bitte SPD an Alles klar Und nehmen Sie einen Streifenkollegen mit auf Einmal bitte posten Die, äh, 16 Einmal reinposten, bitte Ja, befinden uns aktuell noch in einer Maßnahme Wir werden dem danach nachgehen Noch ein bisschen pusten Noch ein bisschen Perfekt Alles klar Ähm, wie sieht das denn aus mit dem Drogentest? Sind Sie damit einverstanden? Ansonsten können wir das, äh, ja Ja, natürlich, klar Äh, Stankkiwi Äh, Stankkiwi Äh, strange kiwi Gebe ich Ihnen einmal hier noch das Stäbchen in die Hand Äh, zaubern Das einmal bitte ganz kurz in den Mund einführen Beziehungsweise über die Null 1, 1049 Beziehungsweise über die Null 1, 1049 Kollegin, hören Sie mich? Ja Äh, gehen Sie Steigen Sie mal aus Und greifen gleich den Kollegen irgendwie mal ein bisschen körperlich an Aber nicht zu sehr, ja? Ja, aber wir brauchen ja auch nur Zigaretten Alles klar Dankeschön Gedrehte Zigaretten Haben wir was anderes geraucht? Wird das hier jetzt was? Haben wir was anderes geraucht, außer Zigaretten heute? Äh, ich weiß nicht mehr Das, was zwischen den Whiskyflaschen lag Oh, Scheiße Das, was wir gefunden haben So, ich passe jetzt hier am Hals Wir müssen weiter Los, steig ins Auto Steig ins Auto Steig ins Auto Nein, 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 nein Kollege, Kollegin, können Sie mir aber bitte helfen? Sie steigen aus Ja, einmal aussteigen, habe ich gesagt Aussteigen, habe ich gesagt Sonst muss ich leider Zwang anwenden Bleiben Sie bitte stehen Schalten Sie bitte den Motor ab Mist, hätte er klappen können Weißte, Mann So, Ihre Maßnahme, machen Sie weiter So, nochmal aussteigen, bitte Ja, ist ja gut Ich habe ihm nicht gesagt, Sie dürfen weiterfahren Was Ihre Freundin da sagt, das interessiert gerade nicht Sie sind in einer polizeilichen Maßnahme Kommen Sie bitte zur Seite Perfekt Er wird mich hassen Glauben Sie Das wird mit Ihnen auch nochmal passieren Ich weiß Die Rache kommt Ja, aber wir haben ja auch Termine und so, ne? Aber er musste das noch durchhaben Weil er ist so unsicher am Funken Ich muss den da unbedingt mal reinnehmen Alles klar Hast du 450 Dollar? Ja, klar Natürlich habe ich 450 Dollar Natürlich nicht Wo soll ich den hernehmen? Ja, dann musst du weniger Scheiße rauchen Ja, dann kauf besseres Zeug Verdien halt mehr Wie denn ohne Job? Ja, merkst du was? Ja, mein Saga Misses im Auto und Herr Sir hier neben mir Können Sie bitte einmal von mir so rumzuschreien? Dankeschön Okay, ich mag den Reins Ja, das wäre genau mein Punkt gewesen Also, anderweitig können Sie das Geld rüber abschreiben? Ja, ich weiß nicht Also ich könnte ein paar Drogen verkaufen gehen Wie bitte? Ich meine, ich könnte ein bisschen Mais barmen gehen drüben auf Liberty Island Ja, das würde ich auch nicht Können Sie noch mal aussteigen und dem Kollegen ein Bein stellen, bitte? Oh, na klar Danke Beziehungsweise Sie können das auch gerne sonst heute Abend machen Okay, das reicht mir jetzt Ich nehme dich jetzt mit und du kommst mit Komm, wir gehen jetzt Nein, das funktioniert so nicht Oh Gott, Entschuldigung Also nein, nicht Entschuldigung Das haben Sie sich verdient Also wenn sie sagt, ich muss gehen, dann muss ich gehen, ja? Nein, 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 nein Ja doch, aber wenn ich nicht mitkomme, dann kriege ich wieder Nein, er tritt hier jetzt an die Kollegin ran Entfernen Sie sich bitte Beruhig dich doch mal Entfernen Sie sich, ich habe eh ihr geraten Ich will jetzt los Wir werden noch dann von uns hören Oh, wir entfernen uns Okay, wir entfernen uns Ja gut, wir gehen dann Wir gehen dann, ist gut Perfekt Super Das war natürlich eine Übung, haben Sie sich gedacht, oder? Können wir weiterfahren So, Moment, ich wurde mehrfach angerufen Ähm, darf ich noch mal kurz zu ihm? Moment Ja klar 10, 9 Kollege, es tut mir leid Ich wollte dir ein Bein stellen, dann hast du dein Bein vorgemacht Und dann ist alles passiert Ich bringe mir nachher eine kalte Cola Alles gut, super Okay, wir sollen zum HQ dort jemanden mit aufnehmen Ja, alles klar Streife 2, 10, 8 Ach, also was könnte ich mich gewöhnen, das könnten wir öfter machen Ja Treppe 13, 19 Haku Wir nehmen uns jetzt auch ein Ich wollte gerade sagen, ein ordentliches Fahrzeug Eigentlich ist der schon ziemlich ordentlich, weil der ist ordentlich schnell Ich wollte schon immer mal einen vorgesetzten Versager nennen Wie hast du den Versager genannt? In dem Fall, äh, dich, sind wir beim Du? Ja, gerne dann dich Sam ist mein Name Ja, Nathan Okay Oder sag einfach Reigns, wie du magst Ja, ich glaube, ihr sprecht euch alle immer mit Nachnamen an Ja, ja, meistens Nachnamen und dann Du Ja, ist es auch gut Ja, herrlich Ich glaube, bis er uns gesehen hat, hat er das nicht gecheckt Ja, bis er vor uns gestanden hat Ich habe noch gesehen, dass du versucht hast, dich anders zu stellen Ja, aber ja Die haben es leider gut geschafft Mal los Hast du schon mal ein Auto ausgeparkt? Ja, ne? Äh, nein, tatsächlich noch nicht Ja, dann machen wir es gleich zusammen Ja Wo ist denn hier los? Sommnummer hier Hallo Trillionen-Dollar, machst du 250, ne? 2,5, ne? Die 5,10, eine bisschen Mal drauf Ja, hier 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 ein bisschen was zu vollen Armei und alkoholfreies Bier, wenn Interesse besteht Die Brezel kann ich empfehlen, hatte ich gerade schon, sind noch warm Riech Jo, jo, jo Bitte was? Die Brezel, die haben Brezel dabei Die Brezel mit Liebe Reinhardt Okay Was machst du? Nein, 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 ich bin hier gerade Ich bin hier gleich hier hin Dann haben wir hier gequatscht Und dann, ja, hab ich mich so ein bisschen, dann haben wir festgeregelt Hi, bin Reinhardt Oh, jetzt, wenn es so viele sind, kann ich es nochmal machen Motivation Motivation Lieblings-PDs Wupp, wupp Ja Wupp, halt ein sehr breites Kreuz, das tut mir leid Ja, ist ja kein Problem, dafür können sie nix Ähm Valeria Wenn das mal nicht Was ist denn, was grüßt Warten Sie, was ist, Miss, äh Wie war Ihr Name nochmal? Clark Clark, Clark, ja Genau, ich wollte nur sagen, weil Sie eben über die Kadetten geschimpft haben Ich bin, äh, Rickrot Wo? Was? Ja, ja Kollege sagte, ich sollte Sie vielleicht nochmal darauf hinweisen Ich muss los Achso Das werde ich so bitter bereuen, ich weiß es jetzt schon Das werde ich so bitter bereuen Ich sag doch, das sind Zwillingsbrüder, das sag ich Ihnen Du musst dir da auch ein Kompliment machen Die Brille muss auch ab Genau Muss die weg Okay, ja, ja, ja Also wenn das Getrennt bei der Geburt, sage ich Ihnen Auf jeden Fall So zweieigig, ne? Ja So Miss Clark, was würden Sie sagen? Der Sohn von einem anderen Vater Ah, ja, wir sehen sich alle sehr ähnlich Ja, es fehlt nur noch ein Bärchen so Und wir können das perfekte Ja, oder du rasierst dich und schießt sie aus Ja Kleine Planänder, ich muss nochmal kurz wohin Ich muss mal kurz das Wort Officer Konnichiwa 1 Officer Konnichiwa 2 Ich würde mal spielen, dass er das Streif wieder dazu Dann hätte ich wieder rein, komm Was heißt denn da? Alles klar Wir müssen sich das verdienen, Valeria Konn zu werden Ganz genau Nein, dass sie im Tag-Team Valeria genannt werden Sie beide handeln nur noch im Tag-Team Okay Hallo Hallo Frank von der 0-1 Ich benötige eine 10-90 Ach, die 0-1 braucht wieder 10-90 Tag-Team Konnichiwa 16 ist auf dem Weg zum Continental Hotel Können die die dazwischen durch abholen Wer auch immer bei der Frau Williams dabei ist Steigen Sie mal in ihr Auto Ich nicht Wahrscheinlich wie ihr Konnichiwa 2 Wir wollen uns einen Streif wollen Abfahren Brake von der Co-Leitstelle Sehr gut Bräuchst du jetzt noch eine Einteilung, Valeria? Ach so, positiv Bitte eine Wagen-Nummer Weiter am Ende wählen Streife 10, 11, 12 Ja, Miss Clark Dann die Streife 10 für Sie Ja, Mr.. Möchten Sie noch irgendwas wissen? Kann man Ihnen helfen? Ich benötige weiter eine 10-90 am Prison Komm Streife 3 Sergeant Spencer Fährt Prison an Grüße Sie Check Verstehe Ja Sergeant Spencer Oh, Sie legen Wert auf das Sergeant, ja? Ja, du schaust In Ordnung, Sergeant Kein Problem Clark, wie gefallen Ihnen Ihre ersten Tage? So Jetzt können wir los Alles klar, ja Durchwachsen, aber bis jetzt sehr positiv Bis jetzt sehr positiv Ja Durchwachsen, aber bis jetzt sehr positiv Nun ja, ich hab grad dem Kollegen einer reingehauen Ich glaube, besser wird's heute nicht Der Rains hat's verdient Ich war's nicht Oh nein, der war's nicht Er ist der Versager von uns Achso Wem dann? Äh, Campbell Okay, dann kenn ich nicht Wir haben eine 10, 12 simuliert Ja, sollten Sie zufällig mal Mr. Price eine überhauen Ich hab einen schönen Gruß von Ihnen Nein, nein, auf gar keinen Fall Sergeant Spencer, das hab ich jetzt gelernt Frau Clark, wir freuen keine Gerüchte hier, ja? Oh nein, das hab ich ja auch nicht getan Sergeant Spencer Ja, vielen Dank Ja, Mr. Rains Ja Nennst du mich mal auf, was läuft im Streifendienst? Wie sieht's aus? Äh, Streife 2, 20 Also tatsächlich bin ich sehr froh Jetzt, äh, nach Tag 1 der Tag 1 nach den Rough Riders Könnte jetzt ein paar Tage, glaube ich, ein bisschen langweilig werden, aber doch sehr entspannt Aha, aha Das ist langweilig, sagen Sie Gatzke, wollen Sie mich eigentlich verarschen? Sagen Sie mal Nein Können Sie sich nicht einmal normal anziehen? Diese Schuhe, diese Hose, also wirklich, das sieht ja furchtbar aus, Gatzke Warum denn? Ah, Sie, also Sie sehen aus, als gehen Sie gerade einen Rentnerclub oder irgendwo Bingo spielen, wirklich So, wir müssen jetzt los, wir müssen den Commander Auf geht's Auf geht's Wir müssen Sie umkleiden, das kann ja nicht wahr sein Ja, wir können ruhig laufen Kein Problem Ja, wir laufen Oh Oh Okay Hallo Ja, der ist ein bisschen unfreundlich, aber eigentlich Merksam Ganz, äh, eigentlich handzahm Äh, also Sie dürfen alle LCPD Highway Buffalos auspacken Bei ihm Alles klar Ja, dann LCPD Highway Naja, da sind die hier Außer die 1 und die 2 Dann nehmen wir die 14 Ja, perfekt Wir sind nach wie vor Streife 3 Ja Und wir fahren zum Prison? Genau 5, 4, 3, 10, 19 Prison Hallo, Beam Und gefällt's ihm bisher bei uns, oder? Ja, doch Das, ähm Jetzt bin ich wieder beim Sie Gefällt's dir bei uns Ja, ja, doch Doch, es gab etwas Anfangsfähigkeiten, aber das wurde geklärt Und, ähm Das ist schön Denk dran zu funken, dass wir 10, 20 Prison sind jetzt, ja Mhm 3, 3, 10, 20 Prison Nun, dann, äh, bitte, Direktor Benson, ja Dann gehen Was machen wir jetzt hier? Äh, Absicherung, ihr sollt, glaub ich, mitgehen Der Gefangenen Halten's am besten immer die Tür auf Dann Äh, in Zelle 8 Und soll irgendwie überführt werden Okay Zelle 8, ja Ja, laut der letzten Aussage von dem Herrn da vorne, ja Mach mal da auf Mach mal Platz So, wunderbar Tricken's ein, bitte Laufen lassen, ja Super Oh, sehr gut Ach, jetzt haben sie die Tür zugemacht Fantastisch So, bitteschön, ist offen Natürlich, natürlich Muss ja alles mit der Ordnung zugehen, junger Mann Sucht und Ordnung Fantastisch Verdammt, ich hab hier einen goldenen Knüppel vergessen Ja, fürs nächste Mal Ja Oha Ist der Gefangene schon wach? Äh, zurzeit, wahrscheinlich mal nicht 1, 10, 8 Nett, hier, viel los hier Ich schau mal, ob der Gefangene bereits wach ist Machen sie das Ja, ja Hm Passen sie schön auf Äh, tatsächlich haben wir das abgedichtet Allerdings, ähm, gab's noch ein Leitungsproblem Wir fangen genau, aufstehen Ähm, deswegen haben wir jetzt da einen provisorischen Eimer hingestellt Äh, äh, und, äh, die Leitungen laufen aber wieder, ja Also die Spülungen funktionieren Außer in Zelle 19, da funktionieren die nach wie vor nicht Die wurden absichtlich mit Bananenschalen und, äh, Orangen verdichtet Ganz genau, ne Das ist, äh, tatsächlich so gewollt Der Insass, der wünsche, dass die Leitungen nicht, äh, funktionieren Denn er möchte gerne sein, äh Naja Seinen Kot und sein Urin eigenständig Äh, verstehen sie Handspülung bekommt eine neue Bedeutung, verstehen sie Ja Ja, ja, ja Gut Ja, zurzeit ist der Gefangene leider Noch nicht ansprechbar Anscheinend hat er einen Tiefschlaf Oder vielleicht hat er dich mit deinen Zellen-Nachbarn geboxt Ach, ja, ja Ja, gut, naja Ähm, naja, wie machen wir das dann am besten? Lassen sie mich mal nachschauen, ob ich da jetzt, äh, Zugriff habe hier Aufs Haftmenü Hallo, Ira So, aha Aha, naja, sehr gut Hauptsache ist da was Offizielles da von Ihnen dabei Und dann ist das gar kein Problem Ansonsten kann das tatsächlich sogar der Direktor persönlich übernehmen Natürlich Na Die Papiere müssten halt verlängert werden Äh, einfach, weiß ich nicht Neunmal die neuen reinschreiben und dann passt das Oh, verzeihen Sie kurz, wenn ich Sie jetzt unterbreche Werde ich hier weg von den Dicken So Wir fangen an Erster Disziplin Hab ich gesagt, du sollst an deinen Zellen rauskommen oder was? Ja, so Oder in der Zelle Ähm Ja Ja Naja, man sieht ja Funktion Hebebricks Ist anscheinend gerade wach geworden Ja Ich glaube, mit dem Benson ist nichts zu sparen Ja Ja Was glaube ich Jetzt steht er da ganz wehmütig oben Ja Verdammt Was ist denn das, ne Drakendoldo? Ich behalte ihn mal im Auge nicht, dass er uns nachher in den Rücken springt Hm Natürlich, als ob ich die ganze Zeit mit dem hier zusammen die Zeit verbringen werde Wollten Sie jetzt der Witz voll sein oder was? Mal gucken, ja Sehr schön Ähm Natürlich Ja, wichtig ist, dass mit den alten Papieren er nicht bei dem Wärter hinten rauskommt Ja Und dann zum Schluss ein flohender Häftling ist, ne Den wir jagen müssen Aber natürlich Ist das irgendwo Wo, oder dampft das unter der Zelle 9? Ach, der Göffel Naja Ja, ja Zelle 9? Ja Ja Unter der Tür Und war raus Entfloh würde ich jetzt wohl nicht sagen Ja doch Als ich hier angetreten bin Vor nicht mal einer Woche Ja Da war der Gefangene noch nicht mehr anwesend Da war doch so eine alte Probestellung Stellen Sie sich doch mal so an Die Backsteine dort hinten Alle locker Er hat sich da dritter versteckt Hat wohl irgendjemand mit den Akten geschlodert Die Person war nicht mal Ich hab den leider noch nicht angetroffen Ich weiß nicht, vielleicht raucht der Insasse Ja Aber ganz schön fliegt Aber ganz schön fliegt Ja Ich weiß nicht, sollen wir den mal in Kenntnis setzen? Keine Ahnung Dann dürfen wir jeden Abend schrubben Bis ich mich dort drin spiegeln kann Ich weiß es nicht Hm Ich Soll ich mein Herz passen? Na ja, also das wäre doch ein bisschen Ähm, Direktor Eine kurze Frage Uns ist aufgefallen, dass es unter der Tür von Zelle 9 raucht Ist das normal? Wie, die Zelle Oder Wo rauf das? Da qualmt es etwas Da zelle 9 raucht Das war so auf dem Grunde Ja Ja, das will Ja, da oben, ne? Der Brax Ja, da werden die Baum Oh, ja, das will ich glaube Die Lampe brennt gleich durch Drei Tage haben sie noch Fünf Tage haben wir für ein Wort Ja, ich Alles cool Ich muss ein bisschen länger drin bleiben Ich habe Prügel gestern Habe ich nicht gesagt Vor deiner Zelle gefangener Ich glaube, der Kollege da oben ist wach Der Kollege ist wach entfernt Wie gesagt, der Kollege ist wach Ist der Kollege jetzt wach? Ja, seht ihr nachher Geben wir den kleinen Moment Ja, ja, erst mal wach werden lassen, ne? Okay Zelle 8 öffnen Haben wir heute gar keine Verhandlungen Oder warum sind sie hier? Ist das eine gute Frage, Mr. Fallen Was ist denn hier los? Dr. Jones, begleiten Sie mich Dick Das wird jetzt interessant Hm Guten Abend, ihr Herren und die Damen Dr. Jones, das sind Sie wahrscheinlich jetzt, ja? Ja, richtig Gut, dann Mr. Jones, für Sie auch die Information Sie werden vom ehrenwerten Bundesrichter Odea und dem Supreme Court der Vereinigten Staaten von Amerika zu einer Haftstrafe von 187 Jahren verurteilt aufgrund des Mordes an Konstantin Wierz Der Udo geht in seiner besten Zeitlich durch die Tür Sonst passen sie halt richtig durch 100 Also da fehlt bestimmt ein Komma oder sowas Sind Sie sich da ganz sicher? Ja, ganz sicher Er geht sich gefälligst um Anscheinend hat man einfach an der Mordwaffe Äh Buchen von Ihnen gefunden Ein riesiger Dragon-Dildo Scheiße, man hat ihn gefunden Was? Oh mein Gott Nun Dann Ja, so haben wir jetzt Zeit Ja, ich übernehme noch die Papiere hier Moment Nehmen Sie mal Ihre Finger da drauf, bitte Mit dem Kennzeichen R.E.P. 3 Weißt du, rechte Hand R.E.P. 5 187 Jahre, ach du Scheiße Da war er sich nicht ganz sicher Aber klar, kriegt den Fälle Umfalt Bissen Sie schon wieder mit, Frau Willems, auf Tour oder was? Nein, nein Ah, haben Sie nochmal Klick Los, links Ja, hier Ja, naja, sehr gut Fantastisch, super Schreien Sie mich nicht so an, Mensch Oha Schreien Sie mal ganz locker Ich bin locker Seien Sie doch auch mal locker Officer So Fantastisch Fantastisch Angenehmen Aufenthalt 187 Jahre ist eingestellt Oh, wir werden sehr viel Spaß miteinander noch haben Mit ziemlich klar Sicherheit Auf Auf Gott Auch Endlich sind Sie da, wo Sie hingehören Schnauze, Arschloch Dich sehe ich noch öfter Hm Scheiße, was ist hier los? Äh An Dildo Ähm, drei Leute umzubringen Naja, das ist ziemlich hartes Silikon gewesen und Naja, manche Leute sind nicht für so hartes Silikon geschaffen Okay Und wie lange müssen Sie jetzt sitzen? Anscheinend 187 Jahre Ja, super Oh Das heißt, wir sehen Sie draußen nicht mehr Aber hier drin Ja, ich komm's ab und zu Das ist jetzt hier mein Turf Ja, mal gucken, wie lange, Miss Tucker Haben Sie den Dildo noch? Warum, Interesse? Nee, ist die Frage Soll ich Ihnen mal genauer zeigen? Da muss der Piep Nee, also ist die Frage Können Sie ein Piep zeichnen? Haben Sie ein Problem, ne? Aber ich weiß nicht, ob Sie den noch behalten dürfen, verstehen Sie? Das ist Ihr Problem Ja Wie wird ihn schon fehlen, wenn er ihn haben will? Was los, Volker? Ja, die Ihr merkt, die sind ein bisschen merkwürdig hier, ne? Also wenn Sie Wenn Sie wollen Ja, kann's euch Wenn Sie wollen dürfen, Sie auch ihn haben Ich möchte keinen Dildo Ich danke Ihnen vielmals, Mrs. Tucker Und Ihr Kollege? Nee, danke schön Hm, auch einen hübschen Ja doch Das war's Dann bin ich so an, bitte Riechen gut Das ist der Klasse, es tut mir leid, dass Ihre Träume zerplatzt sind Ach Meine Träume sind nicht zerplatzt Die laufen da auch noch Knastmodel, Süße Ach du, meine Güte Äh, bitte einmal In Elgonquin Süd Schade Wir hatten leider nicht so oft draußen das Vergnügen Das stimmt, ja Ich hoffe, Sie komme mich mal besuchen Mit Ihrem Kollegen, der So gut riecht Oh Ja, wenn wir es einrichten können, natürlich Ja, ich bitte doch Aber ich finde draußen ist es schöner als hier, ehrlich gesagt Allerdings, ja Aber hier drin haben wir es kuschelig Guck doch mal da drüben, die Zellen Oder da oben Ja, ein Traum Nur bei der Zweisamkeit Ein bisschen was von Klassenfahrt Streife 2 hört Komm Ja Der Gefangene Zweck Neue Aufnahme Meines Kollegen Komm Wunderbar So Team 4 Zecken Geben Sie mir Also Ihre Karotten Piep Ja, geh dich umziehen Vielleicht auch nochmal Dusche Du wirst ein bisschen unangenehm Hallo Also Also ein paar Tage keine Dusche gesehen, glaube ich Sag's mal, ist die Frau, ähm, wie heißt sie? Naka Nee, hier die Kollegin, mit der sie sich so gut verstehe Williams Williams, genau Ist die, ist die jetzt Ausbilderin? Ja, ja Sie ist Ausbilderin, ja Wir hatten die Schnapsidee gehabt Ja, da können Sie dreimal raten, Herr Gatzke Ich dachte Ähm, der mit dem Bei der sie die Mit dem die Dame die ganze Zeit im Büro steht? Äh, ja Sie sollten Lotto spielen, Herr Gatzke, heute Ja, super Ah, nee, ist erst Montag Ja, ja Was ist, ist halt nur mir aufgefallen, ja? Ja, ja, genau Sehr gut Aber Sie sind ja da Was das angeht Super im Ermitteln Ja, wir klären hier noch was Gerade spezifisch Pike und, äh, Williams Ich bin gleich bei Ihnen, Herr Spencer Ja, gut, ich komm Also ich möchte nur noch mal erwähnen, dass ich, ähm Hatte mit ihr gesprochen habe Und ich ihr gesagt habe, dass die Situation für mich sehr unangenehm war Sie hat sich, äh Jemals bei mir entschuldigt Ich hab auch noch mal das wegen dem Schusstraining angesprochen Und? Ähm, sie sagte, dass es mir nicht in ihrer Befugnis lag Aber, ja, tut mir leid Ja, wie gesagt, ich hab sie ja nicht arsgebildet Ich hab ihr nur die Christen im Taser gezeigt, ne? Ja, ich denke, da Ich glaub's Kommunikationsschwierigkeiten Aber ich bin dann freund davon, äh, sowas direkt zu klären Bevor ich mit Bauchschmerzen zum Dienst komme Ja, das ist eine, das ist eine sehr gute Art Wenn es noch Probleme gibt, es gibt Ansprechpartner, zu denen sie kommen können Machen Sie sich da nicht verrückt, ne? Ja, nein, sowieso nicht, ganz gut Und da soll das Problem, wie die, komm Ja, danke, Gertzke, danke, danke So, ich muss weiter, sonst kriege ich älter mit den Dingen Ja, ich muss los Ich bin schon da schon, tschüss Ah, nein, meine Warte dran Bitte schauen Wir sind hier durch, officell, wir können gehen, ja So, den hier Sie haben wieder die, äh, völlige, alleinige Kontrolle, ne? Ah, wunderbar, wunderbar Er hat seine Strafe, hat er seine Strafe schon erhalten? Ja, die Strafe ist, äh, deklariert worden auf 187 Jahre Ja, wunderbar Da werde ich ein bisschen Spaß haben mit meinem neuen Freund. Sehr gut, sehr gut. Das Hand- und Fußmodel, ehemals. Ja. Nun ist er Knastmodel, sagt er. Ach so, jetzt, ja. Das ist eine neue Karriere, ja. Knastmodel. Vielleicht gibt es ja ein Knastmagazin oder so. Oh Gott, hoffentlich wird die Seife nicht so ausfallen gelassen. Oh Gott. Weil ich habe denen gerade ein Shampoo gegeben und keine Seife. Mal schauen. was besser ist. Ja, ja, ja. Auf jeden Fall. Kommen Sie schnell. Ja, ich bin schon durch. Sie sind eine neue Kollegin, richtig? Ja, das ist richtig. Clark, PD21. Hallo. Miss Clark freut mich. Commander Pedersen, hallo. Ja, freut mich ebenso. Der Dienststellenleiter. Das habe ich schon von Namen. Ich habe sie gestern schon oben auf dem Dach gesehen. Ach, ja, sehen Sie mal. Ja, ja, ja. Ich bin noch mit den ganzen Neuen, die wir mittlerweile haben, noch nicht ganz vertraut, aber freut mich, Sie kennenzulernen. Miss Clark, willkommen im Revier. Vielen Dank. Das gebe ich so gerne zurück. Bis auf das Willkommen im Revier. Sie sind ja schon länger hier. Naja, selbstverständlich. Aber so offiziell von meiner Seite. Dankeschön. Gut, gut, gut. Naja, dann machen Sie die Straßen wieder sicher, ne? Alles klar, Commander. Machen wir. Guten Abend. Bis dann. Interessant. Was genau? Das, ähm, das Rösschen mal von innen zu sehen. Ja. Zum Glück sehen wir das nur wahrscheinlich immer dienstlich von innen. Ja. Ja. Wer waren die zwei Harren, die da noch mit drin waren, die gerade an uns vorbei sind? Die waren von der Firma Paletti und Partner. Die sind für Umbauten und Import-Export in der Stadt zuständig. Ah, verstehe, okay. Dass im Prison auch, äh, ein bisschen was saniert wird. Ja, ich hatte mich schon gewundert. 13, 8. Halbe 13, 8. Sehr gut. Gut aufgepasst. Oh. Die waren jetzt schon schießen vermutlich, ne? Ja, genau. Gestern mit, ähm, Pike und Williams und, äh, auf dem Flughafen das Fahrsicherheitstraining oder das Fahrtraining allgemein, äh, haben wir auch schon gemacht. Okay. Gut, gut. Und die Probleme, die Sie da jetzt hatten, die haben Sie geklärt, ja? Ja, also, ich hatte sie nicht direkt, das ging ein bisschen an mir vorbei, und, ähm, das machte ein bisschen den Eindruck, als wäre ich da am zweiten Tag in einen Machtgerangel reingekommen und das, ähm, würde ich ungerne, ehrlich gesagt, ich möchte jedem hier offen und neu begegnen. Deswegen habe ich ja da das direkt mit, äh, Officer Williams beklärt. Sehr gut. Ja, dieses Machtgerangel, das gefällt mir ja aktuell nicht, mpd. Ja, das sagen einige Kollegen, ähm. Sei dann ein sehr arges Problem, was wir aktuell haben und... Indy 19, 10, 1 und 4. Macht teilweise ein bisschen Bauchschmerzen. Ja. Ich hab das dann gestern auch... Das ist das, was wir nicht wollen. Genau. Ich hab das gestern auch vernommen, ähm, deswegen hab ich letztendlich dann auch den Entschluss gefasst, ich hatte etwas gehadert, weil, naja, ich bin neu, keiner kennt mich, und dann ist es immer schwer, ähm, ähm, ja, jemandem etwas zu sagen, was einem nicht gefällt. Vor allem, wenn derjenige schon länger im Dienst ist und vorgesetzt ist. Nichtsdestotrotz denke ich, dass das, äh, generell, ist es eigentlich egal, auf welchem Rang man ist, es ist wichtig, dass man das, ähm, dass man Dinge persönlich klärt. Absolut. Gut, nur sprechenden Menschen kann geholfen werden. Ganz genau. Das war meine Devise. Wär das Sprechen zu wenig. Naja, vielleicht war ich ja jetzt ein bisschen ein Vorbild für den ein oder anderen. Ja, also... Niemand beißt ja letztendlich. Nee, eigentlich sollte niemand beißen. Wenn das noch ein paar andere Kollegen vielleicht mitbekommen haben, wäre das vielleicht gut. Also, ich kann Ihnen, äh, offen und ehrlich sagen, ich bin jetzt seit, ja, mit heute vier Tage da und, ähm, ja, ich hab mitbekommen, dass, äh, zumindest wird das erzählt, äh, dass Lieutenant Pike wohl sehr gerne, äh, mit Kollegen arbeitet, die er fördert. Umschreiben wir es so, dass das einigen Kollegen, äh, schwer aufstößt und dass dann, wenn die Kollegen dann natürlich auch noch mit Ellenbogen vermeintlich rangehen, dann wird das schwierig und ich weiß nicht, ob das gut ist, dass ich das nach vier Tagen schon weiß. Ja. Das, äh, unterstreicht wahrscheinlich nur ihre gute Menschenkenntnis. Würde ich jetzt mal sagen, also, ich würde das jetzt nicht als negativen Punkt ihrerseits auffassen. Nein, nein, ich denke eben auch, dass das, wenn, wenn ein. oder kadett oder egal auf welchem range eingestellt ist neu ist und das nach den ersten zwei drei vier tagen schon mitbekommt dann gibt es dieses problem offensichtlich ja das ist sehr präsent definitiv das ist sehr präsent anscheinend ich bin was in die richtung noch passiert naja ich versuche das alles immer etwas bisschen lockerer anzugehen und vielleicht ein bisschen gute laune zu verbreiten gute laune ist immer wichtig die fehlt gerade aktuell glaube ich ein bisschen bei uns der spaß soll ich meine wir haben zwar einen sehr ernsten job wenn man auch mit wirklich die überlegungen angehen sollte in allen lagen aber trotzdem sollte der spaß nicht auf der stricke bleiben hier sollte keiner mit bauchschmerzen in dienst kommen das ist ja auch wichtig dass man neben den kopf auch mal wieder frei bekommt dann so jetzt fahr ich so viel rum mit dir wir sind hier gerade in dukes also nicht noch broker ab wann das diese grenze das habe ich mich schon gefragt die grenze liegt tatsächlich grenze liegt hier quasi okay das ist das jetzt neu das ist eigentlich das alte neue art die weil das alte neue art die in elgonquin wird gerade saniert damit es dann ganz neu ist okay verstehe aber genau die sind jetzt zehn tage 14 tage sind jetzt hier und quasi so sie können sie eigentlich also du kannst dir merken diese brücke hier war sie die grenze zwischen broker und dukes alles klar ob das sind jux ansässige also ich habe schon gehört von jetzt muss ich überlegen krips platz briggs familie ja raffa da hat sich ja erledigt lost habe ich gehört und leckend weit weiß ich bei black and white ist ein broker und ich zeige jetzt erstmal wo die briggs abhängen wenn ich es jetzt finde ah hier ist es quasi ich weiß gar nicht ist das dukes ja das ist ja das ist eigentlich auch broker tatsächlich hier links wenn ich hier hier hängt die briggs family ab okay da ist waschstraße ein bürger schad was ist das hier für ein motorrad laden das ist das ist die baby das ist von den freeridern die sind auch ein motorrad club aber die sind sehr friedlich die machen nur ausfahrten mit ihren motorrädern und haben halt da so eine kneipe okay und jetzt fahren wir in die hut von den black and white jetzt gleich hier rechts es sind immer noch broker projects ja das ist hier ja sehen sie das ist deren hotel zu einmal nach brokerts kiosk fahren der herr hat gerade haben gerufen da wäre ein perverser in seinem laden kommt ok streife 2 so 10 4 wunderbar leitsteller also das war es eigentlich auch schon dass wir hier so in broker ansässig haben die platz gibt es nicht mehr als zumindest ist mir nicht bekannt dass die noch existieren die waren sonst wenn es da wirklich noch welche von gibt deren hut jetzt hier die nächste links also hier links die häuser aber sieht mir tatsächlich nicht mehr danach aus als wenn das hier von denen bewohnt wird ja gibt es doch einen zweiten vergnügungspark äh ne es gibt nur den hier nur den ok ok aber dann muss ich mir merken vergnügungspark broker black and white und briggs family und ehemals platz streife 1 wie die leitstelle kommen streife 1 gehört streife 1 Was ist das? Hier? Zeig nochmal. Hier ist das Diamonds, das ist das Druckclub. Schreiber 1, 10, 8. Okay. Und da, wo die ganzen Autos eben standen, hast du mir gedacht, ich hatte Piepen auf dem Ohr. Alles gut. Wo die ganzen Autos standen, das ist ein neuer Autohändler, der aufgemacht hat. Da war vorher so ein 24-7 Fertig-Autohändler, der hat eigentlich immer Autos auf Lager gehabt. Dem hat man ein bisschen Bargeld hingelegt, dann hat er einem direkt ein Auto hingestellt. Das müsste man dann anmelden. Alles klar. Weißt du, wie die heißen? Weißt du, wie der Laden heißt? Boah, das weiß ich tatsächlich nicht. Alles klar. Okay. Ja, hier ist das Duke's PD. Ja. Es wurde schon gezeigt, ja. Es wurde mir gesagt, dass es das gibt. Ja, also hier ist der Bruder von unserem Parkwächter in Elgonquin. Der steht hier und hat schlechte Laune. Bei dem kriegt man eigentlich auch immer ein Auto, wenn mal eins hier gelassen wurde. Mhm. Hier ist das Duke's PD. Okay. Wird aber eher selten genutzt vermutlich. Ja, wenn es genutzt wird tatsächlich von der Detective Unit. Okay. Ja, dann haben wir hier links die, äh, haben wir hier links die Apotheke, die ziemlich oft überfallen wird. Ja, da war ich auch schon. Den Flughafen kennst du wahrscheinlich jetzt auch durch das Fahrtraining, ne? Genau. Ja. Dann haben wir hier rechts den Mido Park. Kann ich noch nicht. Ja, dann zeige ich dir den jetzt, dann fahren wir da einmal durch. Das hier ist der Mido Park. Der darf auch nur von, äh, Sondereinsatzfahrzeugen befahren werden. Ah, okay. Also RDPD. Ja, Fraga von der 03 hier unten am Aziz Kiosk. Wurden wir gerade, äh, Ladenverbot erteilt bekommen. Ist das so rechtmäßig? Komm. Oh. So. Das, also, das war der Mido Park. Das hier sind die Mido Hills. Hier sind so ein paar kleine Willen. Na, für die 933 W. 01 Sende. Auch ein Autohändler. Hier sind eine Menge Autohändler. Ja, hier links, das ist Vintage Motors. Der hat so, ähm, eher klassische ältere Fahrzeuge. Ah. Und das hier, was das hier rechts wird, äh, muss ich ganz ehrlich sagen. Schlepper. Da steht jemand. Aber ich fahre mal da rein und fragen. Wer war das letztens, wo diese Einsatz waren, der ich nicht wusste, was, wo ist. noch sehr 농酒 Fans hat. Tag Decke. Am Amt. das hier umgezogen ja wir haben es klagen die hand genommen ein paar millionen investiert in eine neue halle gekauft wahnsinn muss immer reingucken wenn wir da kleine einblick kriegen gerne willkommen bei atomic customs ja da machen wir uns das mal an wenn sie uns mal 10 7 aber 13 7 wow also das nicht mal ein upgrade mr ton ja auch ziemlich teuer ist das sieht auch ziemlich teuer aus wahnsinn alles vom feinsten was ist mit ihrem alten laden da wird der wird so gemacht ach da kommt nichts neues rein wow teilen das aus wie eine keksdose das muss ich tatsächlich und wir haben ja draußen nicht mal angefangen zu wollen sind also ich gut beeindruckend definitiv also die investition hat sich gelohnt die nächsten jahre erst mal ruhe würde ich sagen ich gehe nicht mehr raus warum auch also soll man sie hier beerdigen mit der ton ja also beerdigt werde ich ihm im emperor dahinten von meinem großvater beziehungsweise immer im centenal da werden sie mich beerdigen ich hoffe nicht so bald ne in der schönen zeit in der schönen 10 43 schießerei die kopf im nacken das würde ich fühlen ach das ist nicht mehr ja stimmt ich bin zu langsam ich fahr rückwärts ja das sind die vielleicht ist auch der beste fahrer aus dem pd hinter ihm ist er doch hier wird er noch geboren oder ist es ein klonenroboter oder das oder ja wir haben noch ein bisschen zeit oder perfekt klar überlegen uns doch was also ich bin ja dafür dass ihr euch mal einen jugular holt aber selbst den dorf halt dann noch nicht der preis in hand bekommen dann ist er direkt kaputt nach acht meter ja gut hatte herr preis nicht so gerade den preis für den besten fahrer bekommen ja deswegen haben wir auch gedacht wir halten mal an und gucken uns an was hier so ist ja man sieht wirklich sehr schön aus der laden glückwunsch mr tom ich kenne sie noch gar nicht ladies beim pd sind selten für die nummer wie viel sind sie 21 klart mein name ah ich bin sky dann suchen sie sich doch mal ein buchstaben aus ein b-i-n-g-o was wollen sie sein dann bin ich auf jeden fall das o okay perfekt perfekt und ich bin ja tony singel und 40 so das haben sie beim letzten mal nicht gesagt mr tony dass ich singel bin ja so direkt waren sie da nicht vielleicht noch eine möglichkeit aber entführt haben sie mich schon erinnern sich fahrrad motorrad klingeln nicht schlimm irgendwann wird's klingeln 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 ich versuche es gerade das ist erst zwei tage her wie alt sind sie 40 zwei tage her hat kurz schon bei nicht dass es schon so früh anfängt drei tage ist so ein asiatending ich verstehe ich finde die letzten super tage war viel highlight okay das kann ich mir vorstellen wenn ich mir das hier angucke viel um die ohren ne momentan aber ist noch gut so sag mal die früchte ernten wie man sieht ja warum auch nicht und wir auch nicht direkt in der einfahrt packen officer nein nein das ist nämlich ein kunde der kommt nicht rein weil sie mit ich komme nicht rein mit meinem fetten abschlepper verdammte scheiße kannst du meinen wagen abschleppen einfach gleich auf die stockpresse ich verkaufe den ich glaube für den kriegst du nix meinst du vielleicht gibt tony dir ein bisschen was dafür äh fette abschlepper bin ich mit dabei ich biete dir 5 dollar für was 6 7 8 das ist ein bisschen wenig was jeder bietet 11 aber tatsächlich hätte ich einen auftrag für euch 1150 für uns ne nicht für euch so ich dachte schon dann fahr mal rein wenn die kopfkarte weg ist ja ich glaube das war ein zeichen ja wir danke für die führung wir machen uns wieder auf den weg bis dann wünschen die uns immer alle einen ruhigen dienst die wissen auch dass sie es umgebringen oh ist das so ja das soll man nicht sagen das r-wort ist böse damit jinx man es meistens okay aber ist es nicht so dass sich immer alle beschwerden wenn es zurück ist ist richtig aber nachdem die refriders jetzt weg sind ja dann darf dann müssen wir hier raus sind hier raus natürlich nicht 3 vor 13 8 mal das kiosk anfahren wo der perverse war dafür braucht er Hilfe okay guck doch noch ein bisschen war ne gute idee ja ja ich gehoffte um den perversen kommen warum ich weiß schon immer mal jemanden sehen der nur ein mantel an hat und sonst nichts drunter und trench coat ja genau ich kann nicht garantieren dass ich ihn nicht auslachen werde doch meinen segen hast du wo die musik auch lachen ja andererseits wenn er sich so wohl fühlt man soll ja nicht oberflächlich sein ich hoffe er hat wenigstens einen mantel an ich auch wenn er button abschließen ich sag er hat mindestens einen hut an gut da geht dann da ein okay dann würde ich sagen auf die nächste bürgerrechnung auf jeden fall wenn jemand der nackt ist verdammt ich will auch keinen mit sein daheim lassen sie das mal bitte laufen ich würde jetzt interessieren in welche richtung sich das entwickelt wir wollen doch mal gucken was der schützring von der frau vom herrn pike macht so ne ja 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 wir können ruhig die hand vom funk lassen miss klark ach ich ähm ich fühle mich ganz wohl so gerade ja miss klark das gibt ihm ein bisschen gefühl der sicherheit ne genau ohne bananenschale so ein ärger ouch alles gut ja ja gut wo ist denn der perverse der hier gefunkt wurde ja wir haben betten abgeschlossen aber mr reinz ich kläre sie mal kurz auf ja miss klark macht jetzt hier eine nummer ach miss klark jetzt verwechsel ich sie schon miss williams macht jetzt hier eine nummer weil sie ihr hausladenverbot erteilt bekommen hat jetzt lassen sie es einfach mal so hi ja also das ist ein kleiner spaßvogel habe ich das gefühl ok ja wir wurden ja angerufen und wurden hergeschickt dass er hier irgendwie ein perverser in seinem laden soll dann finden wir den herrn alfonso dann wird erst gegen den herrn alfonso ein ladenverbot ausgestellt und dann stellt der herr noch gegen uns ein ladenverbot aus dann rufe ich beim doj an spreche mit frau söderberg und sie hat nur gesagt ja sie leitet meine telefonnummer weiter aber bisher kam noch kein anruf ich gebe ihnen eine nummer vom staatsanwalt aber er ist davon sehr überzeugt dass er uns einfach ein ladenverbot ausstellen kann erwarten sie ich habe eine nummer vom staatsanwalt schreiben sie mal mit ja haben sie ich höre sie ja 631 ja 868 das wäre der baker oder geht sogar an sehr gut ja einen schönen guten tag pd03 williams hier hallo es handelt sich um folgenden sachverhalt wir stehen hier vor arztes kiosk unten im broker und der herr dem der laden gehört hat uns gerade ein ladenverbot ausgestellt einfach so unbegründet und da wollte ich mal fragen ob das denn so rechtmäßig in ordnung ist und ob sie sich da dementsprechend das vielleicht annehmen könnten ja das ist es nämlich wir wurden halt gerufen weil sich dort angeblich eine person aufhalten soll die irgendwie den laden in irgendeiner art und weise beschmutzen soll und haben dann den herrn alfonso hervorgefunden da hat sich der ladenbesitzer auch erst über die person aufgeregt und hat der person auch ein ladenverbot ausgeteilt hat das dann aber widerrufen und dann halt gegen uns eins ausgestellt deswegen wollte ich mal danach fragen also ist es legitim darf er das so tun ja ok 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 oh mein ok noc Hier, ist was los, ey. 3, 4, 5, 6, 7. Okay, hab ich so verstanden. Dann vielen Dank für... Ja, okay, dann bedanke ich mich für die Information. Ciao. Okay. Darf er. Solange wir nicht in der Maßnahme sind, darf er das. Da er eigentlich der Beschuldigte war, war das dann demnach wohl korrekt, ne? Ja. Trotzdem hat er mich gleich gefragt, welchen Rang ich habe und keine Ahnung was. Hm. Na gut. Ich glaub, ihr könnt dann abziehen. Ich erkläre ihm, dass das rechtens war, dann fangen wir auch weg. Oder? Eigentlich brauchen wir dem das gar nicht erklären, oder? Eigentlich nicht, ne? Ich hab ja auch Ladenverbot. Hm. Ja, konnte alles geklärt werden. Und? Einen schönen Tag noch hin. Ja, was ist denn jetzt? Ja, einen schönen Tag hin noch. Alles gut. Döffen wir euch verteilen, oder nicht? Sie dürfen uns ein Landverbot ausstellen. Ja, okay, Abflug, komm. Abflug. Ja, du darfst schon mal gar nichts hier ausstellen. Ja, ich arbeite doch hier. Ach, ja, arbeite ich jetzt auf einmal hier. Sie dürfen gerne morgen wiederkommen. Alles in Ordnung. Wir gehen jetzt auch gleich. Warum sagen Sie das nicht so eine halbe Stimme? Wie bitte? Ich rede immer so. Können Sie meine Kollegen fragen? Ja. Wie bitte? Nein. Wie Sie möchten. Wissen Sie, ich hab das auch für Sie gemacht. Auch wenn Sie mir das vielleicht nicht glauben wollen, ja? Aber es geht ja auch um Ihre Rechte. Und ich hab mich da für Sie eingesetzt, ob das denn so wirklich der Wahrheit entspricht. Verstehen Sie das? Das sollten Sie schon etwas dankbar sein, eigentlich, Herr Rakete. Ja, hallo. Der wusste es ja, deswegen hat er ja gesagt, verpisst euch. Aber auch ich wollte mich für meine Kollegen und für ihn vergewissern. Es ist ja schön, dass er das weiß, aber ich wusste das nicht. Und ich wollte mich für seine Rechte einsetzen. So. Und wir würden dann jetzt auch weiterfahren, weil hier ist ja alles jetzt anscheinend geregelt und in Ordnung, oder? Okay, gut. Dann haben Sie noch einen schönen Abend und passen Sie mir schön fein auf Ihren wunderschönen Laden auf. Oh, aber das sollten Sie jetzt bedrohen, oder? Ich wünsche Ihnen auch einen schönen Abend. Ich wünsche Ihnen auch einen schönen Abend. Miss Clark, darf ich Ihnen eine Mexi-Coke ausgeben? Sie haben was von Bock kurz erzählt. Ja, schönen Abend. Okay. Nee, ich, äh, ja, äh, darum bin ich gerade mit dem Herrn Stelien. Ich brauche ein paar Wünsche mit Bovo's, nicht? Haben Sie eh schon was anderes, was Sie verkaufen können? Nein, leider nicht. Nein, was ist denn? Also, ich habe so eine Bovo-Netzelchen mehr. Das ist mir schon verteilt, das ist aber Hausverbote. Wurde leider eine Sprung, Miss Clark, aber ich denke, das trinken Sie auch. Ah, das ist in Ordnung. Zucker ist Zucker. Ja, ich trinke keinen Zucker. Frau Clark, haben Sie gesehen, wie das ein Ausbilder macht, ja? Das, ähm, was genau? Ja, hier? Ja, natürlich, ich habe es gesehen. Das klingt mit meinem Handy. Nehmen Sie sich ein Beispiel, ne? Sie haben ja die Sprung jetzt versprochen, ich hätte sie gerne. Sehr gut. Aber Sie kriegen sogar weiter. Äh, 3.2, genau. Bitte schön. Vielen Dank. Bitte? Na, dann geben Sie der Frau nicht so viel Sprung, nicht, dass die in ihre Uniform nicht mehr reinpasst. Oh, es gibt ja Uniformen in XXL, das ist kein Problem. Ja, das stimmt. Ja, ich mag auch dicke Frauen mit ein bisschen was dran. Genau. Ist das Ihre Frau da drinnen? Ja, das ist mehr in die Haare. Ja, ich... Sie möchte Frauen mit an denen ein bisschen was dran, ich sagte so, ne? Verstehe ich jetzt nicht. Ich auch nicht. Alles in Ordnung. Ach, hey. Aber bis Clark will ich beide auf einmal trinken. Warum nicht? Wäre ein Zuckerschock. Ja, ich werde aufpassen. Danke. Warteschön, Spencer. Ja, danke schön. Ja, gerne. Also... Rikrot, Clark. Kann ich Sie auch anrufen, wenn Sie mal was ermitteln müssen? Ja, das ist nicht nur unser Dienst. Detektivieren und ermitteln. Wir haben hier Abend gerade ermittelt. Ja. Und, wieso haben Sie rausgesagt? Also, wir sind eigentlich auch fast immer Full-Team besetzt, ähm, außer, naja, wir haben so'n, ja, einer ist bei uns Langzeiturlauber, der ist nicht oft da, der Kater, aber ja, sonst ist alles gut. Was wir ermittelt haben, wir wissen jetzt, dass es hier Bockwurststück gibt. Ja, warte, ja. Und mitbrütteln. Ja, richtig. Gut. Achso, äh, Higgins hat mich anrufen, ach hey. Guten Tag. Special Detect for Spencer, hallo. Haben Sie Ihre Brüste? Doch nicht. Doch, machen Sie mal die Frau Hart. Gehen Sie weg, sonst kriegen Sie ein Ladenverbot. Oh, okay. Ich wollte ja nur eine Brust kaufen. Weg mit Ihnen. Jetzt schon? Gehen Sie, lieber Frau Clark, ja, nicht, dass Sie mal Ihre Lippe hier und das... Dann wünsche ich Ihnen einen schönen Abend. Alles klar, das hört sich sehr gut an. Alles klar, super. Alles klar, Doktor König. Schönen Abend noch, ja? Tschüss und gute Besserung. Und, was sagen die Kollegen von der DTU? So, Mr. Raines. Ja? Also, Sie wissen jetzt, äh, Hausverbote dürfen enthalten werden. Da muss auch die Polizei sich dran halten, ja? Ich war mir da ziemlich sicher, dass er das darf. Also, ich hab das nicht angezweifelt. Deswegen fand ich es auch sehr witzig, dass mich... Sie hat sich ja nicht mal selber getraut, mich anzurufen. Sie hat Nishimura vorgeschickt und mich anrufen lassen. Ja, ja, ja. Ja, ja. Herrlich. Ich wusste genau, warum ich hier herfahre. Ich hatte meine Belustigung für heute. Bis später. Ja, bis später. Ich wollte gerade fragen, hast du uns 10,7 gefunden? 3,4,2,10,6, Fahrtraining. Ich hatte fast auch Hausverbote bekommen. Warum hast du das gemacht? Ich hab gefragt, ob er Wurst verkauft hat. Das hat ihn irgendwie gekränkt. Ich wollte nur Bockwurst. Kann man denn gegen Bockwürste haben? Nein, ich glaube, er hat noch keine und das war das Traurige an der Sache. Ach so, er hätte dir gerne Bockwurst verkauft, vermutlich. Wahrscheinlich. Und dann war es wahrscheinlich einfacher für ihn, Hausverbot auszusprechen. Aber ich bin nochmal drüber rumgekommen. Vielleicht hat er ja bald eine Wurst, dann muss er kein Hausverbot aussprechen. Ja. Aber so schnell werde ich danach nicht mehr fragen. Nee, besser nicht. Jetzt mal nach einer gemischten Tüte gefragt oder so. Benzer hat mir zwei Sprungs ausgegeben. Hat mir den freundlichen Ratschlag gegeben, den nicht auf einmal zu trinken. Nee, das... Die haben eindeutig zu viel Kohlensaube. Ui. Ui. Da, ja. Wer noch? Ach. Der war sehr schnell. Falls du das nicht gekriegt hast. Ja, ja, ja. Ich habe auch nur gesehen, dass es irgendwas Schwarzes war. Vermutlich ein schwarzer Sultaner ist oder sowas. Von den Wagenbezeichnungen, ich habe keine Ahnung, du musst mir da immer noch ein bisschen helfen. Also ich weiß, dass das hier in Buffalo ist. Ich bin zu Hause nur Motorrad und Traktor gefahren. Und dann kannst du wenigstens die Motorräder identifizieren, oder? Äh, also sagen wir, es war ein Moped. Okay. Aber Motorrad hört sich cooler an, weißt du? Ja. Aber so ein Moped ist auch was Nettes. Ja. Wenn man jetzt nicht unbedingt auf Geschwindigkeit steht. Stimmt, ja. Aber getankt hast du schon mal, ne? Jawohl. Sehr gut. Sehr gut. Ja, das war gemein. Jetzt sagen wir zu. Okay. Echt sehr ruhig heute. Ja. Aber ist auch mal ganz schön. War gestern auch schon sehr, sehr ruhig. Naja, bis auf Sache mit den Rough Riders. Ja, das stimmt. Äh, war ich. Ich kam erst mal nach in den Dienst. Ach so, ja. Ja, ich gebe dir einen Sprung ab. Dankeschön. Kein Problem. Wie war es denn beim Fahrtraining gestern? Oh, lustig. Ähm, ich habe das mit der Handbremse ziemlich ausführlich geübt, so ein bisschen das Auto kennen zu lernen. Das war ganz nützlich auf jeden Fall. Meinst du da jetzt noch mal Bedarf oder eher nicht? Ähm, die eine Sache ist, das auf einem freien Flugfeld zu tun. Und die andere Sache ist, das hier in den verwinkelten Straßen zu tun. Und da ich generell, was das Autofahren angeht, wahrscheinlich nicht ganz so sicher bin. Ähm, ja, verstehst du, wie ich meine? Ich glaube, es muss darauf ankommen, bis das erste Mal so eine 1043 ist. Und ich denke, dass ich am Anfang wahrscheinlich noch eher vorsichtiger fahre. So, wir machen mal eine Fußstreife durch den Park. Mhm. Also ich glaube, es gibt zwei Szenarien, vor denen es mir noch kraut. Das ist die 1043 zu funken und die 1043 zu fahren. Fahren ist nicht das Schlimme, das Funken ist das Schlimmere tatsächlich. Ähm, hast du schon mal gefunkt, wenn man in dem Park ist? Nein. Äh. Du kannst einfach funken, Streife 3 bildet eine Fußstreife durch den Mittelpark. Okay. Streife 3 bildet eine Fußstreife im Mittelpark. Einfach mal ein bisschen Bürgernähe zeigen. Gucken, wie die Leute so drauf sind. Finde ich gut. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Was ist das für ein Wohnwagen? Äh, da ist eine Wahrsagerin. Wirklich? Ja. Oh mein Gott. Okay. Muss ich nach Feierabend ausprobieren. Äh. Warst du schon mal dort? Nee, also bisher war ich immer nur dort und die war nicht da, tatsächlich. Hey. Ich habe mal gesehen, als sie hier quasi eingezogen ist in den Park, als sie mit ihrem Wohnwagen angefahren kam. Oh, das stelle ich mir spannend vor. Ich bin sehr gespannt. Ja. Willst du nicht wissen, also, naja, wann und wie und was ist da noch passiert vielleicht? Doch, eigentlich bin ich da immer ziemlich neugierig drauf, was in Zukunft passiert. Ja. Vielleicht sollte ich mir das auch mal anhören, was sie sozusagen hat über meine Zukunft. Ist auf jeden Fall lustig. Ist sowas wie, wie, naja, Escape Room. Einfach so ein Abenteuer. Finde ich. Ja, wenn es um die Zukunft geht, ist es auf jeden Fall ein Abenteuer. Kann ja durchaus negativ oder positiv ausfallen. Wenn sie mir sagt, dass ich irgendwann Kinder kriege, werde ich sie erschießen müssen. Aber ansonsten? Finde ich. Das ist immer so viel Schreibkram. Mach ich es unerfällig. Ja, dann geh ich mit ihr um die Ecke oder so. Profitipps. Dass sie dich umbringt. Ja. Ah, die sind neugierig. Aha. Die scheint wohl nicht da zu sein. Dürfen die hier Autos stehen? Ja, genau so wie sie jetzt stehen. In Reihung Glied dürfen die hier stehen, das stimmt. Okay. Die Motorräder auch. Aber anders dürfen die nicht geparkt werden. Dann dürften wir was machen. Aber bevor wir da was machen, das gibt meistens immer nur Ärger mit den Bürgern. Verstehe. Deswegen einfach leben lassen die Leute. Die tun ja keinem was. Also in der Regel eigentlich nicht. Ja. Okay, wenn wir hier durchgehen, ich glaube, dann habe ich noch zwei, drei Fragen, die mir sowieso noch auf der Zunge brennen. Ja. Wie sieht das aus mit dem... Also ich weiß, ich kann gucken. Ich habe es noch nicht geschafft reinzugucken. Das ist BTM gesetzt. Äh, gerade was Joints angeht. Wie ist da die Gesetzesleitung? Also in Texas ist das ziemlich streng, deswegen frage ich, wie das hier ist. Ganz ehrlich sagen, da muss ich selber kurz nachschauen. Ich glaube, das ist auch nicht hin. Gibt ja diesen Eigenbedarf, aber... Ja. Wo haben wir das denn? Hi, Dude! Ja. Na, wie Daniel, danke für dein Follower und Hallo. Betäubungsmittel. Ja, ich glaube, bis zu fünf Joints ist Eigenbedarf. Alles darüber ist quasi Besitz von Betäubungsmitteln. Okay, das heißt, besitzen dürfen sie es, sie dürfen das auch brauchen in der Öffentlichkeit dann wahrscheinlich? Äh, das ist nicht ganz klar im Gesetz geregelt tatsächlich. Okay. Also es ist so eine Bauchsache, wenn man eh schon den Verdacht hat, dass die gerade irgendwie was gemacht haben oder sie sich in der Maßnahme befinden, sollten sie es natürlich nicht tun. Ja, absolut. Also bei, weiß ich nicht, zwei, drei Joints würde ich jetzt keinen Fass aufmachen, um ehrlich zu sein. Ja, okay. Also wenn das wirklich nur eine ganz normale Maßnahme ist, wo jetzt keiner irgendwie, sagen wir mal, auffällig geworden ist oder sich irgendwie verhalten hat, als wenn er irgendwie völlig zugedröhnt wäre. Also ich muss auch sagen, ich bin kein Freund davon, direkt, ähm, ja, mit dem Schlagstock reinzugehen. Weißt du, was ich meine? Äh, am Ende. Ich verstehe das schon. Ja. Ich denke, wenn man etwas lockerer auf die Leute zugeht, ähm, trotzdem ernst bei der Sache ist, dann, ähm, erreicht man wahrscheinlich mehr, als wenn man direkt bei allem eben kleinen, bei ihnen Kleinigkeiten durchgreift. Deswegen frage ich aber. Absolut. Also du musst halt gucken, du musst situationsabhängig einfach handeln, ne? Mhm. Also wenn du dich in Gefahr befindest oder dich bedroht fühlst, dann musst du halt auch mal, weiß ich nicht, den Taser ziehen, ne? Ja. Oder wenn wir jetzt irgendeinen, irgendeinen Raub anfahren von irgendeinem Laden, von einem Burgershot oder so, dann sollte man da schon Vorsicht wahren. Der Erste, der zu einem Shopraub reingeht, ähm, und das ist ein Tatverdächtiger drin, Zidane Taser, der Zweite kommt mit der scharfen Waffe hinterher, richtig? Oder sichert mit der scharfen Waffe ab? Ja, es kommt drauf an, falls wir die Täter von draußen schon erblicken können und wissen, dass die gefährlich sein könnten, dann ist das auch völlig legitim, wenn da alle die scharfe Waffe ziehen. Okay. Weil in der Regel sind die Täter ja auch nicht mit Tasern bewaffnet. Mhm. Also ich hab bisher noch keinen Shopräuber gesehen, der gesagt hat, Hendo oder ich Taser sie. Okay, dann glaube ich, entscheide ich das so, wenn ich sehe, dass die eine Waffe, eine Schusswaffe haben, dann würde ich auch die Schusswaffe ziehen, wenn sie ein Messer haben oder irgendeine Schlagwaffe, dann würde ich einen Taser ziehen. Also, auf eine Aktion folgt eine Reaktion einfach. Okay. Aber das kriegst du hin, bin ich mir sicher. Ja, man muss es eben nur wissen, nicht, dass ich irgendwann mit einer Waffe da stehe und ich werde nachher angeschnauzt deswegen. Nee, also, solange man nicht einfach wild auf irgendwelche Leute schießt, glaube ich, musst du dir da, musst du dir keine Sorgen machen. Okay. Also ich musste tatsächlich am zweiten Tag schon schießen, aber ja, ich hoffe, das passiert nicht so schnell nochmal. Auf Personen tatsächlich? Ja. Roughrider, Einsatz. Ja gut, aber das ist doch da dann wirklich, ja, das ist völlig in Ordnung, aber es war angebracht, sagen wir so, weil die sind wirklich gemeingefährlich. Ja, die haben auch direkt auf Officer geschossen und wir sind dann hinterher gekommen. Ja, ich habe auch schon mal eine Kugel, beziehungsweise drei von denen bekommen. Ich hatte Gott sei Dank nur einen Streifschuss am Arm, aber das war ein nettes Kennenlernen. Ich hatte eine Schutzweste an, deswegen war es halb so wild. Hm. Aber es war trotzdem nicht schön. Potenziell gefährlich? Außer den Roughriders? Gibt es da sonst noch welche, wo man ein bisschen Auge drauf haben muss? Aktuell haben wir, glaube ich, keinen, der wirklich potenziell gefährlich ist. Okay. Die Roughrider waren schon wirklich die oberste Grenze. Mhm. Mal schauen, was sich jetzt in den nächsten Tagen in der Stadt ergibt. Ob wir irgendwelche neuen Gruppierungen finden, die sich eventuell da an deren Taten inspirieren lassen oder so. Mhm. Ich verstehe. Ich hoffe einfach, dass die Leute jetzt ein bisschen zur Vernunft kommen und froh sind, dass auch diese Roughrider aus der Stadt entfernt worden sind. Ja, es wundert mich ein bisschen, dass die Leute, denen der Mensch angehört hat, der gestorben ist, sich dann doch ruhig verhalten haben gestern. Das war ja so ein bisschen die Sorge. Ja, tatsächlich bin ich da auch sehr überrascht gewesen, dass es so gut lief. Ja, der Kollege ist super nett. Ich mag den auch. Und da bin ich auch sehr, sehr überrascht gewesen. Die waren auch sehr gefasst, nachdem das quasi klar war, dass der verstorben ist. Mhm. Ich denke, da überwiegt er einfach die Trauer in dem Moment. Ja. Aber ist ja auch vernünftig, also deswegen. Ja, aus unserer Sicht völlig richtig gehandelt. Ja, definitiv. Oh. Höre Sirenen. Hm, das war ein Krankenwagen. Zum Glück. Aber sonst hätten wir wahrscheinlich im Funk schon längst was gehört, wenn irgendwas im Argen wäre. Ja. Ja, ruhig der Funk heute. Angenehm ruhig. Tatsächlich. Aber wie du siehst, hier ist immer irgendwas los. Ja, ich merke das schon. Irgendwer kommt immer hier hin. War das in der Hotspot hier, hm? Ja, mittlerweile wieder eine Zeit lang war hier wenig los. Mhm. Da haben die Leute sich lieber gegenseitig abgeknallt auf der Straße. Na gut, dann ist das ja besser auf jeden Fall. Aber es ist auch ein schöner Park, sieht es hübsch aus. Definitiv ist der Park schön. Aber auch riesengroß. Also ich bin da gestern, nein, am ersten Tag bin ich ja durchgelaufen, weil ich dieses Hotel gesucht habe. Das war ein früßes Abend. Der ist echt wirklich groß. Also, wenn man hier wirklich mal eine richtige Fußstreife durchmacht, so am späten Nachmittag, wenn hier ein bisschen was los ist, muss man schon... Kann man dann nach dem Feierabend, ja? Ja, nicht ganz, aber man ist schon ein bisschen unterwegs tatsächlich. Also die Leute sind, glaube ich, wieder gerne hier, seitdem die jetzt wissen, dass die Rough Riders nicht mehr hier hinkommen und irgendwie blöd rumballern oder irgendwie ihn verprügeln. Dadurch, dass der Lost jetzt auch quasi im Moment kopflos ist, glaube ich, ist das auch ein bisschen ruhiger geworden tatsächlich. Verrückt, wie so eine Gruppierung eine ganze Stadt verherrscht, mehr oder minder. Ja, das stimmt. Das ist eigentlich traurig. Ja. Eigentlich sehr, sehr traurig, dass es diese Richtung gegangen ist. Aber jetzt ist es wieder... Ich hoffe, jetzt haben wir die Stadt ein bisschen sauber und... Klar, Kriminalität ist hier nicht zu verhindern, aber das... Da kommen wir schon mit klar, denke ich. Ja. Tatsächlich sehr, sehr friedlich heute, was ich gut finde. Das Café da hinten ist besetzt. Ich kann ja mal schauen, wenn da jemand ist. Ja. Ich habe schon gelernt, nicht über den Rasen laufen. Ja, 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 ja. Ich könnte auch mit 187 Jahren Gefängnis enden. Ja, oder das Auto wird in die Luft gesprengt. Ich war dabei. Oh Gott. Ich war es nicht. Ich war es nicht, es war nicht mein Auto. Wenn du die Tage freigenommen hast. Ja. Wie passiert? Sich mal ein, zwei Tage freizunehmen ist immer sehr wichtig. Das stimmt, ja. Wenn man den Kopf freikriegt und... Ja. Ärgerlicherweise. Ist aber hübsch. Das ist wirklich hübsch, aber leider ist... ...gerade wohl geschlossen. Er ist wohl gerade irgendwo hin. Ja. Gerade eigentlich. Wirklich hübsch. Perfekter Standort. Also wenn du Kaffee trinkst, der trinkt... Der macht super Kaffee hier. Ich trinke keinen Kaffee. Kakao. Ach so, meinen Jam. Ja, ich glaube, der hat... Heißer Schokolade. Moment, Moment. Kaffee hat auf. Kaffee hat auf. Ja? Ja. Wir waren nur kurz im Park ein bisschen spazieren. Alles gut, alles gut. Alles gut. Wir wollten eigentlich auch erst nur gucken, aber wenn sie ja schon hierhergerannt sind, dann nehmen... Ja, ich... Willst du einen Kaffee? Also ich würde... Ich hatte gesehen, ihr habt auf der Karte, ich würde einen Flat White nehmen. Ja, sehr gerne. Ich nehme Kakao, bitte. Kakao. Mit Marshmallows? Oh nein, danke, ohne. Ja, sehr gerne. Dann mache ich das fertig. Ja. Ja, gut. Echt süß, ne, das Café? Ja, total. Ach, der perfekte Standort. Also wirklich. Ja, wenn es warm ist, denke ich mal, dass es hier auch ganz schön voll werden kann. Mhm. Weil da haben wir so viele Langschläfer hier. Wir können gar nicht das schöne Wetter genießen hier im Park. Warte, jetzt ist die Arme von da hinten runtergerannt. Die hat vorher hinter uns gestanden. Ich habe es gesehen. Echt? Ja. Oh Mann. So, ich habe mich heute bei diesen, äh, nein, warte mal, das war nicht das. Diesen sozialen Medien angebildet. Okay. Ich dachte mir, das kann nützlich sein. Ja, das ist natürlich. Um auch mal ein paar Sachen kennenzulernen. Ja, manchmal stehen da tatsächlich ein paar nützliche Dinge, die eventuell auch bei Ermittlungen helfen oder so. Mhm. Hey, Bar, siehst du, da waren die eben. Genau. Die haben heute auch offen. Die haben eigentlich jeden Tag geöffnet. Also die sind, äh, fast sieben Tage die Woche da. Okay. Ach ja, perfekt. Hast du irgendwo ein Zimmer oder hast du dir ein Haus gekauft? Ich habe, äh, ich wohne immer noch in einem Apartment östlich vom, vom Park an der Ostseite. Jetzt frag mich nicht, auf welcher Seite ich bin, aber ja, ich habe da auch so ein kleines Apartment. Das Hotel mit, äh, dieses Apartment-Hotel mit dem blauen Schild? Ja, ich glaube ja. Ja, das ist ganz angemessen, auch vom Preis her. Ja, ist vor allem nah dran. Einfach die heiße Schokolade. Vielen Dank. Und der Flat White. Dankeschön. Was bekommen Sie? Ähm, zahlen Sie zusammen? Ja, ja. Wir haben einmal 40 Dollar. Äh, ja. Ich finde so, Dankeschön. Sehr nett, danke. Gerne, gerne. Ihr Laden soll ja lange leben. Ja, ich hoffe. Haben Sie eine Telefonnummer oder irgendetwas? Ja, 337-337. Schreibt mir die mal gleich mit auf. Und wie heißt das Café? Central Park Café. Das, da hätte ich drauf kommen können. Ja, wir sind auch bei LibertyNet. Äh, da ist auch unsere aktuelle Karte, die ist immer ganz oben angepinnt. Und, äh, wir haben so wöchentlich wechselnde Menüs auf. Perfekt. 337-337 war das, ja? Genau, ja. Dann werden wir das gleich mal weiterempfehlen. Ja, Dankeschön. Sehr freundlich. Auf jeden Fall. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Dienst. Dankeschön. Dankeschön. Und, äh, dass, dass Sie, äh, dass es Ihnen gut geht. Ja, Ihnen auch. Und gesundheitlich. Dann müssen Sie die Terrasse demnächst mal hier vollkriegen. Ja, also das ist immer so schubweise. Hm. Entweder kommen ganz viele oder es ist dann wieder ganz lange ruhig. Äh, müssen Sie ein paar Drinks anbieten ab den Abendstunden? Ja, da wollen wir den anderen ja nichts wegnehmen. Das Maisonett hat ja meistens dann auf. Aber, ah, okay. Man versteht sich untereinander und das ist auch eine gute Partnerschaft. Von daher ist alles gut. Ah, gut. Also, ich sehe ja so eine Dienstbesprechung. Ja. Bei einem Kaffee. Ja, gerne. Müssen wir mal ansprechen. Genau. Wir rühren ein bisschen die Werbetrommel. Ja, danke. Das wäre freundlich. Kein Problem. Gerne. Dann einen schönen Abend Ihnen. Danke. Guten Abend auch. Tschüss. Tschüss. Sehr nett, die Dame. Auf jeden Fall. Dann wollen wir den Kaffee direkt mal probieren. Mhm. Ich muss den Deckel abnehmen. Kann ich mit Deckel trinken? Auch nicht. Oh, heiß. Ja. Aber lecker. Wieder zu gierig gewesen. Sehr gut. Ja, kann mir weiter empfehlen. Ja, kann man was anderes. Ja, sehr gut. Kackt wahrscheinlich besser als der Automaten-Kakao. Genau. Wahnsinn. So viele Menschen auf einmal, die sich alle normal unterhalten können. Hm. Ich bin positiv überrascht. Ja, dann hatte der Urlaub da ja auch was für sich. Nach zwei Tagen wiederkommen und in der Stadt ist heile Welt. Ja, das ist super. Man kommt wieder. Ja, gut. Das ist jetzt nicht... Ah, Telefon. Ja, bitte. Wir sind auf Fußstreife, aber wir beenden die gerade. Ja, mit welchem Fahrzeug? Okay, wo? Ähm. Wo seid ihr gerade? Nee, vom Red Dragon. Ähm. Ähm. Das können wir später gerne machen, aber ich... Oh. So, am Central Park machen wir das nicht, weil hier ist gerade ein Verkehrsunfall. Ähm. Wieso funkt das eigentlich keiner? Der funkt verdammt ruhig. Wenn niemand da wäre. Ähm. Funkcheck? Check. Ja. Wir führen keinen Funkcheck aus. Ähm. Ja, lass uns das mal irgendwie an dem Highway da Richtung... Tyranatz irgendwo machen. Wir fahren jetzt dahin. Alles klar. Bis gleich. Ciao. Noch mal Lust auf Schauspielerei. Mhm. Ah. Da ist noch ein Kollege, der... Was soll ich uns melden? Äh. Du kannst es... Erstmal 10.8 wieder melden. Alles klar. 3 vor 13.8. Noch ein Kollege, ja? Oh Gott, ich werde so die Rache bekommen. Nee, aber der konnte die kontrollieren uns ja. Ach so. Ja, also ja. Ja, ja. Aber wenn ich jetzt schon zwei Kollegen das Messer mitlaufen lasse. Diesmal werde ich ihn nicht schlagen, hoffe ich. Das wäre witzig. Dann nehme ich meinen Namen direkt weg. Die, die ihre Kollegen schlägt. Ja, genau. Ja. Ja. Ja, können wir machen. Alles klar. Okay, ciao. Äh, wir wechseln den Funkkanal. Mhm. In den Ausbildungskanal. Äh, Streife 2 wechselt in den Ausbildungskanal. Meld ich uns auch? Mhm, Streife 3 auch. Streife 3 schließt sich an. Hm, das ist, äh, Funkkreis 2, ja? Äh, Ausbildungsfunk ist das. Ah, da, ja. Okay. Streife 2, 10, 8. 3, 3, 10, 8. Ja, hier, das ist, äh, hier ist der Stallion Tower. Falls du es noch nicht weißt. Dann habe ich da mal gesehen. Da wurde ich abgesetzt, da mit dem Taxi, als ich hier ankam. Ah, okay. Hier ist rechts, äh, ist ein Penthäuser. Hier wurden so die reichen und schönen, wie man so sagt. Okay. Dann. Hier unten das alte, neue RD. Mhm. Wie du siehst, wird hier gerade gebaut. Ja, ich sehe es. Hier ist ein Parkplatz. Äh. Hier ist die Zulassungsstelle für die Autos. Ah, okay. Woran erkenne ich, wenn sie nicht zugelassen sind? Also ich weiß, dass die meistens von Werk so ein Kennzeichen haben, ne? Äh, die haben ein Werkskennzeichen, was dann aber leer ist, wenn sie das gerade erst gekauft haben. Nutzulassen. Gibt auch noch Fahrzeuge, die haben Kennzeichen, wie zum Beispiel jetzt, wir waren ja von bei Atomic Tuning. Mhm. Die haben nur Atomic draufstehen. Das sind dann meistens, äh, Händlerfahrzeuge mit einem Händlerkennzeichen. Okay. Wenn jetzt nicht gerade jemand von, ähm, Atomic das Auto fährt, äh, sollte man da eventuell mal nachhaken, warum der dieses, äh, Fahrzeug fährt. Okay. Und der sollte sich dann auf Arztmitarbeiter ausweisen können? Der sollte dann mitteilen, also der sollte beweisen können, dass er da Mitarbeiter ist. Okay, alles klar. Aber es gibt auch welche, die haben dann, äh, irgendwie ihr Fahrzeug da bei Atomic zum Tunen und kriegen dann halt so lange das, äh, quasi vom Auto aus dem Fahrzeug gestellt. Verstehe. Das heißt, wir, ähm, checken das dann einfach gegen. Ja, genau. Mhm. Mhm. Oh, ich hab ne gute Idee für diesmal. Könnte in Ohnmacht fallen. Wo macht's fallen? Warum? Naja, wenn er gefordert werden muss. Streife 2, 10, 43. Äh, nee, Teiernatz, äh, Parkhaus. So, einmal bitte das Fahrzeug abschalten, Schlüssel aufs Armaturenbrett legen und, äh, sitzen bleiben bitte und auf weitere Anweisungen warten. So, wunderschönen Abend, der Herr. Guten Abend. So, können Sie sich vorstellen, warum Sie angehalten haben? Nee. Können Sie sich vorstellen, warum Sie uns angehalten haben? Ja, selbstverständlich. Waren schon ganz schön flott unterwegs. Äh, haben Sie mal einen Führerschein für mich? Waren wir flott unterwegs? Ja. Also, ich muss ziemlich dringend auf Toilette. Entschuldigt das das? Nein. Sie brauchen einen Führerschein? Ja, bitte. Äh, gib mal deinen Führerschein, bitte. Nee, ich hätte gern Ihren Führerschein vom Fahrer. Ja, bitteschön. Ja, wie gesagt, der Herr, bitte einmal Ihren Führerschein kommen. Ja. Ja, gib mal deinen Führerschein, bitte. Hab ich. Ja. Das ist natürlich sehr nett, dass die Beifahrerin mir ihren Führerschein zeigt, aber den brauche ich nicht. Ich brauche Ihren. Ach so. Wenn die Fahrer des Fahrzeugs sind. Äh. Gebe ich mal hier zurück. Ach, ja, danke. Ihr, Sie, weibliche Form. Ach so, Sie. Ich kann gar nicht mit Ihrem Führerschein fahren? Nein. Das ist so nicht so gut. Okay. Hm. Was machen wir denn da? Also haben Sie keinen Führerschein, den Sie vorweisen können. Ja, jetzt gerade irgendwie nicht so, ne? Meinst du, ich krieg hier nochmal wieder nach der MPU? Auf der Rückbank. Gucken Sie mal, da stehen komische Flaschen. Fragen Sie ihn mal danach. Hm. Okay. Haben Sie zufällig heute Abend schon getrunken? Äh, nee. Wie kommen Sie denn da drauf? Weil ich gerade Kopfschmerzen habe. Ah, okay. Das ist natürlich eine berechtigte Frage. Und eine gute Erklärung. Dann kann meine Freundin hier doch mal kurz aufs Klo gehen, ne? Ja, natürlich. Verdammt. Oder war das nur ein Vorwand? Nein. Ich glaube schon. Nein, ich war gerade so gut drin. Ja, ich weiß. Tut mir leid. Ach ja. Also dem Herr Kempel hat das ja total Spaß gemacht, ne? Ja. Der hat gesagt, der kann gerne öfters sowas vertragen. Aber wir hatten auch Spaß. Ja. Diesmal werde ich nicht zuschlagen. Ich falle in Ohnmacht, wenn es sein muss. Auch wenn sie mich Versager genannt hat. Naja. War ja von gutem Zweck. Genau. Wir sind im Dienst. Sonst hätte ich jetzt was anderes gesagt. Was? Nein. Habe ich nicht gesagt. Will ich auch hoffen. Warum ist das eigentlich heute so ruhig? Ja. Ungewohnt, ne? Ja, gut. Es ist halt, ne? Habe ich schon gesagt. Der lost ist kopflos. Die Rough Riders sind weg. Und die Briggs Family scheint auch auseinander zu bröckeln. Ja, gut. Mr. K. sitzt 187 Jahre im Knast. Mhm. Und ich weiß nicht, was mit dem Briggs war. Der wurde ja vorhin rausgelassen kurz, ne? Ja, stimmt. Wofür auch immer. Oh, aber wir können das Café am Central Park empfehlen. Ja, das stimmt. Die machen super Kaffee. Und Kakao. Und Kakao. Sehr schön. Das ist auf jeden Fall empfehlenswert. Anderes haben wir auch noch nicht erlebt. Gucken, wenn der Kollege wiederkommt. Bestimmt gleich. Ach ja. Na, Chad? Wie geht es euch? Habt mal zwei Minuten. Ich hab mir das übrigens schon gedacht, dass uns Ladenbesitzer Hausverbot erteilen können. Okay. Also da war ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass das so korrekt ist. Wenn der uns ein Hausverbot erteilt, dann haben wir auch Hausverbot. Ja, ich find's halt nur schwierig, weil wir haben gar nix gemacht. Kira, wie findest du Sam? Da ist der Kollege auch einfach nur schwierig, der da arbeitet. Das kann natürlich sein. Ich hab übrigens vorhin gelesen, dass der gar nicht mehr Arzt des Kiosk heißt im Liberty Net. Okay. Gebrach, wie du Sam findest. Ja, Moment. Also der Charakter, Sam. Ja. Wenn ich das nochmal finde. Ach, wie passend. Der heißt jetzt Ladenverbot, der Laden. Was? Ja, vielleicht ist das einfach sein Signature, allen Leuten ein Hausverbot zu geben. Hm. Das, äh, erklärt einiges. Ja. Ach, da ist er ja wieder. Ja. War dreend. Ja, ja. Wir haben auch Termine, ne? Mhm. Gut, wo war ich die Idee? Äh, ihre coolen Flaschen auf dem Hintersitz. Ja, was ist denn damit? Ähm, sieht für mich ein bisschen nach Alkohol aus. Haben sie zufällig was getrunken heute Abend? Ja, das ist deine Unterstellung. Nö, ist ne Frage. Also ich hab nichts getrunken. Hast du was getrunken? Ich wär schön blöd, das jetzt zuzugeben, oder? Ja, du bist ja nicht gefahren. Stimmt eigentlich. Oh, ja. Ich hab gebäckert wie eine Haubitze. Also eigentlich wollen wir Pfandflaschen wegbringen, damit wir uns einen neuen Stoff holen können. Sehr klug. Ähm. Gut. Kann ich jetzt bitte Ihren Ausweis sehen? Ja, meinen Ausweis? Ihren Führerschein. Je nachdem, was Sie da haben. Äh, ich hab'n Ausweis. Mhm. Bitteschön. Gut. Nathan Paul Reigns. Alles klar. Können Sie mal den Namen kurz überprüfen? Natürlich. Dank. Klar. Gebe ich Ihnen mal hinaus. Bis wieder. Führerschein können Sie nach wie vor nicht vorweisen, richtig? Äh. Nee, irgendwie nicht. Hätte Ihr einen Führerschein? Ja, Ihr Führerschein von Ihrer Beifahrerin bringt mir nichts. Echt? Warum nicht? Nö, Sie müssen das Fahrzeug führen. Schauen Sie mal, was ich hier gefunden hab. Ja. Ja. Oder warten Sie, ich komm lieber zu Ihnen. Mhm. Herr Kollege, der steht auf der Fahndungsliste. Der hat anscheinend zehn Frauen umgebracht. Ah ja, okay. Herr Hude, Herr, ähm, würden Sie mal bitte das Fahrzeug verlassen? Ja, aber das ist ja meine Komfortzone. Muss ich hier aussteigen? Ja, bitte steigen Sie aus. Aber meinen Führerschein haben Sie doch jetzt. Ja, den gebe ich Ihnen auch gleich wieder. Bitte verlassen Sie jetzt das Fahrzeug. Entschuldigen Sie, die Dame, darf ich Sie fragen, wie lange kennen Sie den Mann schon? Äh, das ist Clyde und wir kennen uns seit zwei Wochen. Zwei Wochen, sagen Sie. Ja, genau. Wir wollten morgen heiraten. Drei für drei, hört ihr mich? Ja, echt morgen schon? Ich dachte, es wäre übermorgen. Drei für drei, hört. Äh, falls ihr wieder verfügbar seid, könnt ihr C19 kommen und könnt mich wieder aufsammeln. Hier ist die 16. So verstanden. Na, Jack bin wieder aufs Punkt raus. Wie? Ich dachte, übermorgen heiraten wir. Äh, nein, morgen, oder? Okay. Bitte verlassen Sie jetzt das Fahrzeug. Ja, Moment, ich muss was kurz klären. Ich muss ja wissen, wann ich heirate. Ich hab meiner Mutter schon Bescheid gesagt. Das kannst du jetzt nicht machen. Das kannst du jetzt nicht machen. Oh. Wissen Sie, wenn ich jetzt hier nicht Folge leiste, dann ist die Dame immer sehr sauer. Ich sag's dir, wenn du jetzt aussteigst und wir das Gespräch nicht zu Ende führen, dann werd ich richtig sauer. Dann ist hier nichts mit heiraten. Haben Sie das gehört? Wollen Sie, dass meine Zukunft auf dem Spiel steht? Ja. Bitte verlassen Sie das Fahrzeug. Weißt du, ich muss echt aussteigen. Wenn Sie das Fahrzeug nicht gleich verlassen, muss ich härtere Maßnahmen anwenden. Also, ich find das nicht in Ordnung jetzt. Wir haben hier einen vorehelichen Streit. Sie müssen auch Verständnis dafür zeigen. Das hat nun mal Priorität. Es geht hier um mein Leben, meine Mutter. Priorität hat, dass der Herr jetzt das Fahrzeug verlässt. Bitte verlassen Sie sofort das Fahrzeug. Wissen Sie, Ihre Mutter ist, ja. Wenn du sie nochmal Drachen nennst, nimm es nicht in den Mund. Ja, genau. Das, was sie sagt. Ja. Was Sie in den Mund nehmen, können Sie später. Also bitte verlassen Sie jetzt das Fahrzeug. Ich werd's Ihnen hier nicht noch einmal sagen, sonst werde ich zwei anwenden müssen. Kleid? Jetzt. Ja. Sofort. Was denn? Alles klar. Du steigst nicht aus. Oh oh. Oh, dann. Also wann heiraten wir jetzt? Morgen natürlich. Wir heiraten morgen. Okay, dann kannst du auszeigen. Raus damit. Darf ich jetzt auszeigen? Ja. Raus. Ja. Sofort. Ja, ja, ja. Sehr gut. Gut. So. Sie stehen bei uns auf der Fahndungsliste und sind hiermit vorläufig mal festgenommen. Warum? Laut Fahndungsliste sind Sie gesucht für zehnfachen Mord. Und bitte nehmen Sie die Hände hoch. Ja, schön. Oh, nein, 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 nein. Legen Sie ihm nicht die Hand schnell an, bitte. Das Maßnahmen ist hiermit beendet. Ah, wirklich. Den haben wir auch an. Ja. Ich wollte es mal ein bisschen übertreiben. Ja, natürlich. Sie hätten, äh, kleines Feedback von mir. Sie hätten natürlich noch die Dame fragen können, wie sicher sie sich in seiner Gegenwart fühlt und hätten da auch natürlich noch ein bisschen Ermittlungsarbeit machen können und fragen können, ob es dann irgendwie Handgreiflichkeiten von Herrn Reigns gab oder so bla bla bla, ne? Mhm. Okay. Ja, allerdings. Ich glaube, ich habe sogar vergessen, zehn, zwölf zu funken. Ja, ist richtig. Ja. Aber macht nichts. Ist mir beim letzten Mal auch schon aufgefallen. Mhm. Irgendwie vergesst nicht, zehn, zwölf zu funken. Ich weiß nicht, warum. Ja, macht ja nichts. Das kriegen wir alles noch hin. Dann fahre ich jetzt weiter, die anderen fahren weiter und... Wir wechseln wieder in Funkkreis 1, dann, ne? Ja, genau, richtig. Genau. Alles klar. So, wir sind Streife 2, funken sie uns mal wieder, dass wir im Funkkreis sind. Streife 3 meldet sich wieder im Funkkreis an. 13, 19, Haku. Das ist mit dem Funk machst du gut. Wirklich, also. Danke. 32, 10er. Das fällt vielen sehr schwer. Hast du dir die Funk kurz abgeschrieben, eigentlich? Ja. Aber die meisten kann ich schon fast auswendig. Ah, das ist gut. Gibt es welche, die werden nicht so oft gefunkt, aber... Genau. Die braucht man auch eher weniger. Ich glaube, da müsste ich dann auch mal gucken. 10,91 und sowas, da würde ich wahrscheinlich auch nicht sofort drauf kommen. Das kannst du dir eigentlich einfach merken, wenn wir einen Gefangenen im Auto haben, ist immer, egal wo wir hinfahren, 10,91 und dann plus die Anzahl der Gefangenen. Okay. Aber das... Hier ist niemand, okay. Dann brauchen wir mal. 3,13, 20, Haku. Gute Nacht. Du kannst auch meine Kacke essen machen. Wer schreit denn hier so? Der Alphonso. Stefan, Alphonso oder wie der heißt, was ist ich? Rasierkling Joe oder wie ich den auch ganz gut nennen. Wo ist Reynolds? Der bestand gerade noch hier oben. Ich glaube, das ist gerade auf Toilette. Keine Ahnung, ja. Genau. Was hat er da vorgesagt? Was ist das? Ah, der Psyko. Stefan, sei jetzt verdammte Scheiße ruhiger. Wenn Conor lautet, kann das auch schon was heißen. Er ist das auch schon unten. Da ist noch lauter als hier. So. Oh, Mann. Jetzt geht's dir wieder gut. Ja. Kleine Narbe am Hinterkopf, aber sonst. Der hat mit drei Stichen genäht. Ja. So, ich bin mal außer Dienst. Alles klar. Bis klar. Er hol dich doch gut, ne? Jo. Hier. Oh. Anfixen. Danke. Kein Ding. Ich war vorhin bei, die Freeway ist noch vorhin hier. Deswegen habe ich, als ich vorhin mit den dreien hier die ganze Zeit gequatscht habe, da haben die mir allen möglichen Scheiß angedreht. Ich habe auch Brezel und kohlfreies Malzbier. Und dann haben die mir Nachos angedreht. Bei Nachos bin ich richtig schwach geworden. Bei Nachos wirst du schwach. So, so. Ja. Hallo. Nachos mit Käse-Dipp. Richtig gut. So. Und draußen ist richtig was los, ne? Ja, also. Der Bär stirbt. Aber vom Allerfeinsten. Ja. Wollt ihr das Spannendste wissen, was wir gemacht haben? Ja. Okay, wir waren Kakao trinken. Kakao. Ja. Wir waren mal im Park im Café. Wow. Ja, das ist schöner, der Café, ne? Der, der, äh, die Schwarzwälder Kirschtorte soll legendär sein, habe ich gehört. Verdammt, die haben Torte? Ja, die haben Torte. Alter, Pauslowski, ne? Also, wenn du keine Krawatte anhättest, hätte ich ein bisschen Angst vor dem mittleren Knopf. Zum Glück habe ich eine Brille an. Wenn ich, wenn ich einmal einen habe, naja, schieße ich euch gleich. So ist das Ding, ist das. Polizistenmord. Der war ein Unfall, hallo? Ich habe gehört, dafür soll man um die Ecke gehen. Ja, genau. Hast du dir gut gemerkt. Ja. Wisser ist, ne? Wir haben gerade mit, äh, Nishimura eine 1012 simuliert und, äh, ich stand auf Erfahrungsliste wegen 10 Morden an Frauen. Ja. Ein tolles Gefühl. Ja, super. Alles klar. Brains. Ich wusste es immer schon. Ja, ja, genau. Deswegen verschwinden in letzter Zeit auch so viele Menschen in der Stadt. Du wirst halt alles. Ja, ja, sicher. Ja, der räumt erstmal die Stadt auf. Der Säuberungstrupp. Ja, klar. Und falls mich irgendjemand mal irgendwann heiraten will, der sollte wissen, meine Mutter ist ein Drache. Das hast du so, so geil mitgespielt. Ich wollte echt Drache sagen, ne? Ich hab's geahnt. Ach, ist der Reynolds. Na, dünscht es endlich raus. Boah. Wieso hat das gerochen? Riecht man immer noch. Ja, danke. Aber vielleicht hast du schon die Zauber gemacht. 3 für 5, 10, 20, Vintage Motors. Ich hätte da noch eine Anweisung für Sie, Reynolds. Ja. Sagen Sie in eine andere Frisur als ich. Oh, es geht, Mann. Three-Season-Approach in. Oh, was ist denn hier los? Hallo. Wir sind hier von der Kanzlei, ne? Wir möchten gerne unsere Dings-Klienten befreuen. Wer ist denn hier Klient? Wahrscheinlich einer von den lustigen drei da unten. Richtig. Wollen Sie diese Polizei-Mützen her? Das sind keine Polizei-Mützen. Wenn Sie Ihren Mandanten, wenn Sie Ihren Mandanten bitte dazu anhalten würden, hier nicht das ganze PD zusammenzuschreiten. Ja, alles klar. Kein Problem, lass uns das mal her. Ja, das ist, ah. Ja, klar, das sehen Sie mal neu. Die Kapitänsmütze? Nee, das ist eine offizielle Mütze von Leal Monaco. Ich bin ja de facto El-Präsidentin von Leal Monaco und das ist der Außenminister. Ja, das ist der Außenminister von Huber oder was es war. Nee, da war ich nur Außenminister für Inhalts, aber nicht hier per se und Botschafter. Ja, und ich bin Außenminister von Monaco, Leal Monaco. Aber auch für heute. Der Verteidigungsminister. Ah. Ja, dann lassen wir uns doch mal runter, Ne? Wir haben hier wichtig, was zu tun, Mann. Viel Spaß. Der Hinterraum. Oh, Mann. Im Lied, Herr, Boy? Wie haben die eine Anwaltszulassung wirklich? Wie? Das frage ich mich aber bei Macarena genauso. So wie ein Polizist geworden ist, wäre Leal. Entschuldigung, viel Spaß. Ja, ja, weißt du, nee, nee. Siehst du, der Zug ist abgefahren. Wir wollten Lustigen. Ja, ich auch. Tag eins nach den Rough Riders. Tag eins nach den Rough Riders. Jetzt geht's wieder aufwärts, ne? Ja. Und Tag eins nach dem Ableben von DC. Ja. Man könnte ja meinen, die Stadt ist sauber. Was für Ostern, Weihnachten und Chanukka und ich weiß nicht, was noch so Feiertage sind. Äh, mir fällt gar keiner mehr ein. Äh, mir auch nicht. Ähm, ja. Was gibt's denn noch für Feiertage? Nationalfeiertag. Ja klar, 4. Juli, hallo. Ja. Wenn Planstedt hoch hat, ist es ein Feiertag. Ja, ich glaub, das wird nicht vorkommen. Hört, wie komm. Wenn Planstedt rausgeschmissen wird, ist es ein Feiertag. Ja, beim Vintage-Motor-Feiertag. Wird vermutlich auch nicht vorkommen. Keine Gefahrenlage mehr, komm. Oh, wer kommt denn da? Sind sie so, sind wir hier. Drei, fünf, wenn. Gesundheit. Gesundheit, ja? Ich ruf mich schon an. Ähm, wo sind denn die Herren, die hier eben reingekommen sind, hingegangen? Herr Plagenstedt und Co.? Äh, die sind da runter. Sind sie auch Anwalt? Äh, ich gehöre zu denen tatsächlich, ja. Ja, sie können runtergehen, aber sie müssen dann, glaub ich, vor den Fällen warten, bitte. Dann könnt ihr schon wieder durchdrehen. Grüße, Kollegium. Ja, einen Abendessen. Grüße. Bleibt so ruhig, Herr Kassner. Ja, der Roller-Royer-Etschi. Äh. Äh, German Gamer. Hab ich immer noch nicht da? Eigentlich hab ich grad wieder ausgemacht. Wir fahren jetzt. Ja. Dankeschön für deinen Fond. Ah, jetzt mein Pizzer. Ja, ja, wir, wir. Büsst ein bisschen nachtragen, ich merk schon. Ja, ich bin ein bisschen verletzt, was das Ding ist. Ah, nee. Ich werde noch gar nicht essen. Nee, das war nicht. Piep-piep ist aber auch hier, aber das war kann ich. So, ein Presse-Dings fertig schreiben. Ja, ja, ja. Ja gut, ich fahr, äh, die Miss Clark funkt und wenn du fertig bist, dann kannst du fahren. Ja, top. Ja, wir nehmen aber die 14. Ach, weißt du bezüglich Rough Riders, sowas muss ich dann noch was schreiben? 3,13, 8. Ähm, wie ist das, wenn Anwälte kommen und ich jetzt Leitstelle bin, die werden einfach runtergelassen, oder müssen sie nicht eigentlich eine Lizenz vorzeigen? So kenne ich es, deswegen frage ich. Ja, die sollten eine Lizenz vorzeigen können und, äh, aber da die uns bekannt sind, durften jetzt einfach runter. Okay, verstehe. Aber wenn das welche sind, die ihnen gänzlich unbekannt sind, dann sollte das mit Lizenz funktionieren. Der Herr muss wahrscheinlich mal ganz dringend aufs Klo. Mhm. Auch mal das Auto mitten auf der Straße stehen lassen, gar kein Problem. Schrei, 3,4,5,5,5. Klo. Dass Sie kommen. Bitte einmal die östliche Straße vom Zettel fahren, da sollen dann ein Auto mitten auf der Straße stehen, ich wurde gerade, wurde gerade vor dem Bürger angerufen, da ist der Halter wohl verschuldet. Habt ihr den Ort verstanden? Ja, da sind wir, das Auto, wo wir gerade vorbeigefahren sind. 14,4. Leitstelle 1. Ja, dann stellen wir uns mal kurz dahinter. Willst du mal eine Halterabfrage machen? Ja. Ich habe jetzt schon ein paar Minuten geschaut, ob da jemand kommt, aber es ist noch keiner da gewesen. Ich sehe ihn auch, 10,41. Ich lasse hier gleich einer da reinfährt in den Wagen, ne? Das ist nett, dankeschön. Ja gerne, dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend, ne? Dankeschön, Ihnen auch. Gerne, wiedersehen. Wiedersehen. Okay. Hey. Ich mach kurz drin. Ich frage. Hier. Ähm. Wollen Sie mal das Auto da weg? Ne. Da bin ich fast gerade reingefahren auszusehen. Ach so. Oh. Oh, okay. Hm. Ja. Streifen 5 für die Leitstelle kommen. Äh. Kein Eintrag. Ich hab's jetzt mit Bindestrich, mit ähm... Mit Unterstrich. Ah, Unterstrich. Okay, danke. Leitstelle Ende. Moment. Warte. Warte. Äh. C, A, C, A, M, T, M. Ähm. Raiden, ja. Ja, das ist er. Ähm. Stefano Alonso. Kein Wunder. Das ist doch der, der da unten gesessen hat, oder? Mhm. Reins? Ja, das habe ich zumindest verstanden. Ja, Reynolds? Die in dem Auto mit Musik gerade lassen, das war Plagenstedt? Weiß ich nicht, kann sein. Ich hab's dir vermut. Leitstelle für die Streife 3 kommen. Hört sie kommen. Das, äh, fahrerlose Fahrzeug, äh, gehört dem Stefano. Kommen. Zehn, vier. Findet er sich immer noch in der polizeilichen Maßnahme im Gini? So, positiv kommen. So sind vier Fahrzeug, der da wird an die Seite geschleppt. Streife 3 Ende. Okay, hast du ja rufen in den Abschleppdienst oder machen wir ... Ja, 1099 anrufen. 1099. Die sollen ihn einfach an die Seite schleppen. Alles klar. die 21 hallo wir bräuchten abschlepper zum östlichen stadtpark da steht ein auto mitten auf der straße ist ein kauer reden der müsste mal zur seite geschafft werden ich mache mich gleich auf weg ja sehen sie mal ich bin gerade am es ist schreibt wegen den rafbriders sollen mit die soll mit der die die ermordung des los präsident damit verbindung bringen oder soll das fein nur informativ über die rafbriders sein also man wird halt schreiben dass ich hätte das eher so mit den hauptsatz reingepackt dass wir halt ok ich meine ist halt die frage ob die ob das ein thema ist was unter dem radar bleiben soll ob das die bürger auch wissen dass das dadurch passiert durch die geschehen ist ich schreibe ihnen oder ich sage sie dann wenn ich das per mail geschickt ja dann warten wir mal kurz bis sie kommen schon mal gleich die nummer ein ja die wenn wir öfter brauchen ja die wirst du noch öfter brauchen definitiv eben anders auch eine interessante nummer ja ach ja Also aus Interesse, warum sitzt der Stefano eigentlich bei uns? Also hat nichts mit seinem Fahrzeug zu tun, ja? Das wurde irgendwie vergessen hier auf der Hauptstraße. Okay, wir müssen es aber nicht beschlagnahmen, ja? Ich lasse es nur an die Seite schleppen, da kommt jetzt jemand. Ja bitte, ciao. Dass in dem Fall, wenn das jetzt jemand ist, der wirklich bei uns in den Zellen sitzt, immer nochmal prüfen, warum. Weil wenn das jetzt wirklich wegen irgendwie, weiß ich nicht, zu schnell fahren und das Fahrzeug beschlagnahmt wird, dann müssten die das von Liberty Repair bei uns auf die Verwahrstelle schleppen lassen. Aber es ist jetzt nicht, deswegen einfach hier einfach an Bord steigen, an die Seite und dann ist gut. Immer warten, 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 warten. Aber andersrum gesehen haben wir nichts anderes zu tun. Darf ich fragen, deswegen hattest du Urlaub, weil du verletzt hast? 3, 4, 5, 10, 19, Haku. Nee, ich war nur zwei Tage nicht in der Stadt. Einfach freigegönnt. 3, 4, 2, 10, 20, Gefängnis und 10, Wien. Bist du seit wann in der Stadt? Seit Freitag oder was? Ja, genau. Wo kommst du her? Ich komme aus Texas, aus einem ziemlich kleinen Nest. Ach stimmt, hattest du ja gesagt vorhin. Genau, ja, ja. Schon ein großer Unterschied, wa? Ja, bei uns hat man die Täter oder Tatverdächtigen noch mit, naja, Lasso oder Traktor verfolgt. Oder mit Bullen. Das klingt auch witzig. Ja, wir hatten einen zahmen Bullen bei uns auf der Farm und, naja, wenn es schnell gehen musste. Hallo. Jo, grüße. Soll der irgendwo bestimmt das hin, oder? Nee, einfach an die Seite. Okay. Mach ich. Der steht hier schon ein bisschen länger, da wurde eigentlich auch angerufen vorhin schon mal, wurde mir gerade gesagt. Nee, ich bin die ganze Zeit die Leitstelle halt so. Und dann hat wieder einer gepennt. Da hat bei mir keiner angerufen. Okay. Nee, einfach guck, sie schleppt den irgendwo an die Seite, dass er wohl keinen stört. Jo, mach ich. Alles klar, ich danke dir. Jo. Wir fahren dann weiter. Was soll ich jetzt, los? Ja. Tschüss. Wagen gar nicht 10-7, ne? Glaube ich. Nein, waren dann nicht. Dann brauchst du nicht 10-8 Funken. Leben sie noch, Reynolds? Ja. Gut. Ich will keinen Todesfall in meinem Streifenwagen haben. Was? Hätte sein können, dass sie auf einmal einfach im Sitz eingeschlafen sind. Das ist auch Schreibkram. Ich vermute, die Lost war dann genau hier unten, ne? Wo wir jetzt hinten fahren, richtig? Äh, nee. 15, 10, 20, HG. Die Rough Riders sind hier gewesen. Ach, hier unten waren die Rough Riders. Oh, ich dachte, die waren in Bohen. Ja, die sind gerade erst umgezogen tatsächlich hier. Ah, okay. Alles klar. Die waren hier. Also, du hast dann da irgendwie ein Texas auf so einer Farm gelebt oder was? Ja. Ich denke schon, das gab nicht so viele Möglichkeiten, was ich werden konnte. Eine Polizeiliche Vorerfahrung oder was? Ja, genau. Aber, naja, deswegen habe ich hier gesagt, ich möchte eben wieder eigentlich ganz von unten anfangen, weil ich war noch nie in der Großstadt zuvor. Und wie gesagt, bei uns wurde das alles, ähm, sagen wir mal, nicht ganz so bürokratisch geregelt. Also eher so Sheriff-mäßig. Ja, genau. Ich hatte eine Schrotflinte. Das ist cool. Ja. Ich habe hier auch im Kofferraum. Ich habe sie nie benutzt, ehrlich gesagt, ähm, weil, hast du, das Problem ist, wenn du in so einem kleinen Nest wohnst, dann kennst du auch jeden. Und wenn du jemanden erschießt, dann ist die ganze Familie ziemlich sauer auf dich und dann kaufen die nichts mehr bei deiner Familie und dann, naja, du weißt schon. Dann gibt es Familienstreit. Ganz genau. Dann wird die eigene Familie arm dadurch, also. Tierig. Mhm. Aber die Kriminalitätsrate in Texas, das ist, glaube ich, schon sehr hoch, oder? Das geht, ja, in den Städten auf jeden Fall. Ähm, ansonsten, ähm, ich glaube, wir hatten, ähm, einen Nachbarort. Das ist aber auch schon lange her, da war ich noch klein, da hatten wir mal einen Mord. Ähm. Ähm, ansonsten sind es solche, naja, Schleckereien, weil jemand betrunken ist oder jemand, ähm, die Frau ausgespannt. Also so, wirklich Bagatellen eher. Ganz genau. Ja, ganz genau. Also 15,8. Was hier ist das wundervolle Bindel Madeira, so wie es manche nennen. Ja, da wurde mir schon, äh, empfohlen, dass ich da hinziehen kann. Leitstelle für die 01, komm. Aber, äh. Leitstelle hört, sie kommt. Sollte, äh, Herrn Fein anrufen bezüglich, äh, des Schüttens und als PIN-Code, diese werden nicht an externe des Departments weitergereicht, auch nicht an Herrn Fein. Haben Sie das so mit? 24. 01. Ende. Ja, hier sollten sie hinziehen, echt? Also, nee. Also, der eine hat gesagt, ich soll ihn auf jeden Fall hinziehen, hier werden die Preise so günstig, und, ähm, mag wohl sein, aber. Auf keinen Fall. Aber hier riecht es auch ein bisschen seltsam. Ja, das Industriegebiet. Mhm. Da riecht es in der Regel immer seltsam. Wenn, als haben sie schon Hornhaut an den Fingern von der ganzen Klipperei. Ach, sie kennen es doch. Wenn wir zu viel quatschen für sie, sagen sie das, ne? Alles gut. Was ist das hier rechts gewesen? Äh, das ist Lizenzamt, da kann man, ähm, seinen Waffenschein und seine Agrarlizenz, ähm, erneuern, beziehungsweise erwerben. Okay, ich gehe davon aus, dass ich im Dienst, äh, dann den, den Dienstausweis, äh, gleich mit dem Waffenschein dann schon habe. Also ich brauche kein extra, okay. Außer, du willst irgendwie außerhalb des Dienstes eine Waffe offen tragen. Nein, 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 nein. Oder beziehungsweise eine verdeckte Schusswaffe tragen wollen. Nein, ich denke nicht. Vielleicht wird es irgendwann mal vonnöten sein, aber ich hoffe nicht. Du brauchst tatsächlich auch einen Waffenschein, weil du kannst, äh, Waffenladen halt auch eine große Taschenlampe kaufen. Mhm. Hier habe ich zum Beispiel, die trage ich privat, falls wirklich mal was passiert, kann man damit tatsächlich dann auch mal zuschlagen, wenn man irgendwie in Gefahr gerät. Ja, okay. Vielleicht ist es für dich als Frau auch nicht schlecht, irgendwie, wenn du im Dunkeln nach Hause musst oder so. Ja, das stimmt. Aber für die braucht man tatsächlich dann auch den Waffenschein, das ist... Muss ein ziemlich großes Ding sein. Ja, das ist, äh, dies, was, äh, dies eigentlich, das ist das gleiche Modell, das, was wir im Dienst tragen, tatsächlich. Okay. Kannst du schon sagen, sonst hätte ich überlegt, ob ich sie ans Fahrrad ankette. Staffel 2, 10, 8. Da kippst du nachher noch mit dem Fahrrad um. Scheinlich, ja. Hm. Ich stelle mir die ganze Zeit die Frage, wenn die Ruffer da weg sind, wo bekomme ich dann ein Motorrad nachher? Dann wird sich schon irgendwas ergeben die nächsten Tage. Ja, ich hoffe. Oder beim Lost, also. Ist das nicht so, dass ich da nicht vergebe. Und ich bin nicht cool genug dafür. Ach was, ich auch nicht, trotzdem fahre ich eine. Ich glaube, die lachen mich aus, wenn ich da hinkomme. Außerdem sind das... Ich mag eher Sportmotorräder. Naja, wenn ich da hinkomme, denken die, was ist denn das für ein Dulli? Das hast du jetzt gesagt. Was willst du denn für ein Motorrad haben? So ein Crossbike oder was? Nein, 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 nein. Aber sowas nötiges, windiges. Ach, da wird sich schon irgendwas ergeben. Ich denke auch. Vielleicht übernimmt ja einer den Laden. Vielleicht nicht mit dem Namen. Ich glaube, der ist ein bisschen verbrannt. Ja. Aber... Aber... Aber ich gucke einfach mal in den sozialen Netzwerken, da verkauft ja vielleicht auch mal jemand was. Das kann gut sein, dass da jemand ein Motorrad verkauft. Da bin ich mir sehr, sehr sicher sogar. Ansonsten auch bei Atomic Tuning, der hat zwischenzeitlich auch mal ein paar Motorräder. Ja, deswegen kannte ich ihn. Ich war da vorgestern schon. Und der hatte aber nur noch eine Kutsche und sagte, er gibt die auch morgen ab an die Roughrider. Ja. Und da war mein Geldbeutel noch nicht so sehr gefüllt. Ärgerlich. Du hast jetzt Fahrrad aktuell. Genau. Aber da ich auch nur fünf Minuten vor dem PD wohne, ist das jetzt nicht dramatisch. Und außerdem ist es gar nicht schlecht, sich damit in der Stadt umzugucken. Das stimmt. Ich habe das ja anfangs auch so gemacht. Ich bin auch sehr lange Fahrrad gefahren. Besonders, weil ich halt auch um die Ecke wohne. Ein Vorteil in dem Fall. Echt wie leergefegt, ne? Ja. Boah, das ist echt zähl. Irgendwie wollte ich was, was man verpasst habe? Hm, ich kann mal gucken. Irgendwo scheint eine Party zu sein. Wunst du auch hier? Ja, genau hier wohne ich. Von hier aus bin ich auch immer mit dem Rad gefahren. Das tut sich eigentlich gar nicht, das Auto anzuschmeißen. Ja, eben. Jetzt ist ja schon eine Umweltverschmutzung. Wo steigt eine Party? Ja, das sind nur Bilder von einer Party, aber ich glaube, er wollte nur cool sein und ein Bild reinpusten, als er Party gemacht hat. Ansonsten ist nicht so viel los. Ja, ich merke das schon. Können wir denn schönes machen. Reynolds, wie sieht's aus? Gleich fertig. Ah, sehr gut. Was kennst du denn noch nicht von der Stadt? Wo könnten wir noch hinfahren? Ich sag nicht alles, alles ist blöd. Genau, deswegen überlege ich gerade. Ja, dann überlege ich, ich fahr mal kurz hier rechts ran. Gibt es irgendwie so einen Hafen oder sowas, wo vielleicht auch mal, oder was sind so die meist angefahrensten Punkte? Also wo jetzt sich zum Beispiel Leute tummeln könnten am Hafen, meinst du? Nee, ich meine, ich meine, wenn wir Einsätze fahren, also mal abgesehen von den Rough Riders. Ja. Was sind so beliebte Worte? Gegeben, 30 Uhr fertig, verlässt den Funkkreis. Ja, weiß ich nicht. Irgendwelche Straftaten, die man öfter ahnt wird. Tatsächlich, äh, ja, ich überlege mir jetzt, ich zeig dir jetzt die Spots. Mhm. Ja, ich höre einen Aufwert. Gut. Also beliebte Spots sind immer die Burgershots, die werden gerne überfallen, aber dann eher in Dukes und in Bohan. Hier in Elgong für ein eher weniger. Mhm. Okay. Weil wir halt immer zu nah dran sind. Ja, verstehe. Ja, also, das trauen die sich nicht. Dann, ähm, hier unten, hier links, äh, ist noch eine Apotheke. Also die Apotheken sind sehr beliebt, ich weiß nicht, was es da zu holen gibt, außer Kopfschmerz-Tabletten und Verbandskästen. Mhm, Hustensaft wahrscheinlich. Das kann sein, ja. Dass da einige ihren Alkoholkonsum mit Hustensaft kompensieren. Das ist durchaus möglich. Ähm, hier links ist noch eine von den Apotheken. Also wenn eine überfallen wird, kannst du dir sicher sein, dass die nächste auch überfallen wird. Ah, okay. Ja, das ist schon mal gut zu wissen. Ja, hier ist das Angels of Death MC. Der Clubhouse. Okay. Ja, dann haben wir hier vorne den Sixty-Diner, beziehungsweise das 60 Zentimeter, so wie die Inhaber das nennen. Mhm. So, Kiosk, Bar. Sieht hübsch aus. Ja. Hat er auch oft überfallen? Ja, in letzter Zeit leider häufiger. Also, 6 für die Leitstücke. Ich gehe einschlafen, Raylons. Geht jetzt gleich jetzt richtig los. Streife 6 für die Leitstücke. Geht dann. Bühne. Streife 6 für die Leitstücke. Komm. Das wird rein. Oh, die wurden gestern auch oft an der Hälber sind. Ich hab schon nachgeguckt. Streife 6 für die Leitstücke. Ich bin 87 für die Leitstücke. Oh, hört sich. Sie sind jetzt Streife 1. Komm. Oh. Somit. Leitstücke. Wer? 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 Er macht einen ziemlich langen Leitstellen. Leitstellen für die Leitstelle kommen? Das ist lange, ich hab Leitstellen schon 4 Stunden hintereinander gemacht. Ihre neue Leitstelle, wenn Sie jetzt Streifen 4 kommen. Den 4 kommen. Geht davon aus, dass wir Streifen 3 gehen. Ja. Gibt es noch ruhige Tage öfter? Ich kann mich nicht daran erinnern wann der letzte war. Also abgesehen vom restlichen Abendverlauf gestern. Aber sonst... In den letzten Wochen eher weniger leider. Da ist ja noch nicht mal irgendwo ein Auto wo man... ...könnte. Rückt. ... ... ... Wir gehen gesammelt in den Ausbildungsfunk, wir drei. Okay. Äh, ich funks durch, ja? Mhm. Okay. Drei für drei wechselt in den Ausbildungskanal. Weil? Drei für drei meldet sich im Ausbildungskanal an. Drei für zwei eben. Ah, ich ernte es. Jetzt sind wir die. Halten Sie an! Bist. Äh, Streife 1343. Wir verfolgen einen weißen Buffalo. Ähm, wir sind, ähm... Halten A&D. Wechseln durch die Straßeseite. Fahren wieder Richtung... ...Norden. Und jetzt auf Höhe der Kirsche. Das Auto dreht wieder. Das Auto dreht wieder. Wir fahren wieder Richtung Süden. Immer noch in Höhe des A&Ds. Wenn, als stoppen Sie das Fahrzeug. Äh, wie? Ja, sagen Sie was! Sie sind Officer! Ich muss Autofahren! Geh bleiben! Wir fahren jetzt... ...Negafron her. Wir fahren jetzt... ...Wahrzeug immer noch... Ähm... Wir müssen näher ranfahren. Oh Gott, ich hab gar keine Ahnung, wo wir hier sind. Äh, fahren jetzt am Hafen entlang. Am Fischmarkt vorbei. Hier spricht das LCPD. Bleiben Sie stehen. Sie haben keine Chance. Äh, das Auto blickt jetzt Richtung Norden ab. Am Pier 45 vorbei. Wir haben mal was für Helos. Äh, wir sind abgebogen Richtung Westen. Fahren wieder... ...zurück. Am Fischmarkt wieder. Komm, Reynolds, mal ein bisschen... ...bisschen Power. Vor dem Fischmarkt wieder gedreht. Ja, wie? Ja, wie? Rufen Sie anhalten! Ach, das hilft! Ja, stimmt! Ja, wir sind gleich. Ähm, das Fahrzeug ist jetzt Richtung Osten unterwegs. In Höhe von... ...ähm, dem Abschlepper. Fährt hier um den Block herum. Hier immer noch in der Nähe vom Abschlepphof. Fahren jetzt wieder Richtung Süden. Ist auf dem Weg südlich am Pier 45 vorbei. Na, komm schon. Wir sind jetzt höher. Fischmarkt. Lcpd, bleiben Sie stehen! Lcpd, bleiben Sie stehen! Lcpd, bleiben Sie stehen! Wir haben keine Chance. Sie können nicht entkommen. Wir sind gedreht. Lcpd, bleiben Sie stehen! Zur fahrzeug wendet wieder mit immer noch an der südlichen straße zwischen pier und dem fischmarkt jetzt richtung süden wieder unterwegs sichtkontakt verloren nicht kontakt wieder aufgenommen fahrzeug befindet sich weiter richtung süden in höhe des autohändlers müsste gleich das adi kreuzen sichtkontakt aktuell verloren ja mal auf sein gefahr hier und da in der nähe von dem klamottenladen hört mich aktuell zum klamottenladen der nähe des artis dort wurde eine person in gefahr gemeldet wurde an 10 90 an mann stehen sie links hinter uns links aber drei hat das verfolgte auto gefunden bewaffnete oder noch mal 10 90 an am fischmarkt dass der standort jetzt sollte abhauen übernehmen sie ich glaube keine möglichkeit damit der waffel steht kann schon gar nicht kurz argumentieren ist alles in ordnung beruhigen sie sich legen sie die waffe doch mal nieder wenn er abhaut reden sie doch erst mal mit uns haben sie dann auch jemanden in gefahr was ist denn warum bedrohen sie die frau damit der waffe doch erst mal die waffe runter dann können wir uns unterhalten ich könnte jetzt mit einer waffe rausstehen aber bis dahin hat er die dame und mich schon längst erschossen streife den ort aber drei fordert noch mal 19 90 zum fischmarkt an bewaffnet der täter vor ort eine person in gefahr ich bin im falschen fünftige jahr ich dachte sie kommen jetzt für uns das überlegen sich was ja warum sind immer noch da was ist los was ist das problem wir sind hier aber was ist das anfangsproblem warum machen sie das also hoffen sie sich davon geld haben meine geist man so sie meinen dass das die älteren so viel geld bescheren kann natürlich wissen ganz genau das wissen doch ganz genau dass das wenig mit deutsch solchen leuten sprechen dass wir nicht verhandeln was soll was soll es ihnen helfen cool wenn ihr nicht verhandelt kann ich abknallen ja was hilft ihnen das dann lebenslänglich knast und geld haben sie trotzdem keins doch geld krieg immer auch wenn sie glück haben kriegen sie so eine kugel in den kopf meine doch nicht dass wir die einzigen meinen sie wir sind hier die einzigen meinen sie nicht dass sie noch andere leute um uns rum stehen die richtigen officer erwartet man dass man sie nicht geben so oft bringt doch wenn sie wenn sie aufgeben haben sie vielleicht noch glück und sie können noch gut aus der sache rauskommen ja was machst du wenn ich nicht aufgeben also ich verstehe nicht was ihnen das bringt uns echt weiter versuchen wir haben da im endeffekt einfach nur blöd rum was was bringt sie dann ja mal ein bisschen mehr machen vielleicht bei euch einfach weg dann habe ich kein problem mehr was hilft ihnen das dann ja dann seid ihr weg kann ich einfach abhauen und was ist wenn ihr scheiben schusssicher sind ja das ist natürlich dumm aber dann bringt euch das ja auch nichts wenn ihr da drin ich kann sie einfach mal ausprobieren was hältst du davon was ist denn ihre forderung bestmögliches versuch 10.000 dollar dann kann sie gehen noch 10 100 ja vielleicht ein bisschen viel und wie stellen sie sich das vor mit einem ninja kollegen das ist eine von denen soll was holen gehen verstehe und dann warten austausch dafür lassen ihre geisel freier ja nur wenn ich wegfahren kann über ein weg fahren mit dem auto das wir haben ja nee ihr bringt mir neues unangemeldet und 10.000 dollar ein unangemeldetes fahrzeug und 10.000 dollar und freie abfahrt in ordnung dann geben sie mir circa zehn minuten und dann organisiere ich das wir haben fünf alles klar jede minute drüber schneide ich ihren finger ab passen sie auf hier sind noch andere leute unterwegs die auch noch eine atombomb haben oh gott naja ich habe dann meine kollegen verteilen überall in der stadt wenn mir was passiert dann geht überall bomben information von der streife am tatort der tatverdächtige fordert ist jetzt gewesen seinem geiselnehmer fordert 10.000 dollar und ein unangemeldetes fahrzeug zu flucht und wir ziehen abholen fahrzeug und das geld ja und sie lassen die damen ruhe garantiert mir dass sie nicht einfach zugriff macht wenn ihr hier weg war wenn wir weg fahren ist schlecht mit dem zugriff oder denken die kollegen um mich herum hat der andere gesagt pass auf wir fahren jetzt weg holen dir das fahrzeug und deine 10.000 dollar ich versuche halt immer ein bisschen auf die einzureden aber betreuen organisiert jetzt die mittel die der tatverstieg angefordert hat ja wer gibt wenn das machen sie das macht was übergeben ist das fahrzeug und das geld wenn man kein fahrzeug wir sitzen in dem fahrzeug drin ja wie durch das übergeben das den motor jetzt an und dann übergeben sie dem das fahrzeug wir steigen jetzt aus geld geben die hände hoch wir bleiben hier am fahrzeug stehen sie gehen langsam auf ihn zu wir sichern sie ab keine panik sie kriegen jetzt ihr fahrzeug wir stehen hier auf dem boden stehe jetzt auf dem boden ja perfekt ja wisst ihr euch nur noch vom fahrzeug entfernen kollege einmal vom fahrzeug entfernen kollegen ja wir sollen uns vom fahrzeug entfernen ja passen sie bloß auf hier ist ne bombe in dem auto ja das sieht doch gut aus sieh die nicht die müssen bestimmt weg sein ja geh mal auf geh jetzt in dem fahrzeug geh drüber ja ja du bleibst schön da wo du bist ich nehme sie in empfang ja alles gut ja ja wir können das fahrzeug nehmen gehen sie ruhig geht's ihnen gut lady ja und wer geht's und uns brauchen sie einen arzt okay dann kommen sie erst mal von der straße runter das hat spaß gemacht naja rein und sie geht's ihnen ja 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 tatsächlich mögen sie sowas nicht ich bin nicht ich bin was Improvisation angeht nicht unbedingt der beste ja aber sie müssen ja auf den ernsten Fall gewappt mit sein ne ja das stimmt schon ich bin auch sagen wir es mal ganz ehrlich ich bin auch runde müde gut ich glaube wir fahren noch mal weiter ja so schön langsam an die Wand Hände hoch so Reynolds übernehmen sie kontrollieren sie die Person ja scheiße man wenn richtig krass der einfach einen hinten so rückgierst einmal ich gehe jetzt einmal anstellen an scheiße man und ein ansteigen ich habe gar nichts gemacht nehme ich ihn einmal aus den taschen raus nehme ich sie einmal am armen kommen sie mit kollege habe ich ihn zu wenig versprochen meine tür auf einmal einsteigen weg ist er wir müssen glaube ich leider reden ja äh hast du die Personalie kontrolliert? äh nein noch nicht dann mach das mal kontrollier den mal du hast ihn mir direkt Handstellen anklickt ja natürlich gehen wir mal zum Fahrzeug rüber wo haben sie denn ihren Personalausweis? der linken los ist das schon an die Leitstelle für die Streifen im Ausbildungspunkt kommen Straße 2 ich bin hier gern geben aber ich habe Handstellen an man ich bitte sie wieder in den normalen Funkkanal zu wechseln kommen ja zwei Minuten noch dann kommen wir kommen 10 4 Leitstelle Ende kommen sie kurz raus stellen sich im Kopf nach vorne ich muss schon aufstehen man so Training ist beendet sie können den Herren wieder freilassen wir müssen in den anderen Kanal wieder wechseln die Handschellen lasse ich dir aber an nein viel spaß euch danke sorry ne wie später wie soll man den normalen Funk wechseln was brauchen die uns? weiß ich weiß nicht aber 3 4 3 wechseln den Funk 3 4 3 wechseln den Funk und so auf 3 4 8 8 es waren zwei shop schreibe glaube ich habe ich auf dem Monitor gesehen hier schreibe 2 10 8 mh ich auch wohin schon schreibe 3 für die Leitstelle kommt sind wir schreibe 3 sind wir schreibe 3 sind wir bitte einmal zum Grottis fahren dort soll sich das Hand aufhalten schwarze Mütze blaue Kleidung mit einem Rucksack auf sehr bedrohter wo Menschen mit einem Messer kommen sind wir schreibe 3 und gerade irgendwer was sagen noch ja ist gut schwarze Mütze blaue Mütze und Rucksack nicht verstanden oder andersrum ja oder blaue Mütze schwarze Jacke ja genau bedroht er irgendein Messer das klären wir jetzt das ist die auf der straße sonst dann 10 23 das weißt du ja aber 13 23 gotti direkt schon ein taser rausholen ja streifelt hier für die leitstelle kommen hier unten absichern hier für die leitstelle kommen wenn sie fertig sind mit dem ansatz bitte einmal 10 19 wenn jemand ist melden sie sich machen sie sich bekannt 3 aktuell noch in der maßnahme 10 23 also hier ist eindeutig nichts das sieht mir so aus als wenn ich nichts wäre eindeutig nicht zurück und von der streife 3 keine tatverdächtigen oder ähnliches an grotte gefunden aber 13 19 jetzt hier 19 macht mich auf mein feierabend und müde wenn es bist du morgen da ja ich bin morgen dann hoffe ich dass man morgen ein bisschen mehr streif hat wenn du nichts anderes vor hast es kommt sehr spontan wie das ja einer von euch dreien muss ich von dieser dreier streifen das macht reynolds warum ja nichts weil ich noch nicht mehr wollte weil war dann schauen wir haben keine streifen mehr und keiner wollte zu diesem shop rob fahren oder wie auch immer fahren ja ich weiß wir waren ja im ausbildungsfunk das hat auch eigentlich länger gedauert als erwartet ja mal gucken da verfunke ich mich einmal gerade ruft mich direkt der commander an was hast denn gefunkt ich habe einmal aus versehen mich zuerst gefunkt und dann nicht als ich gerade euch angefangen habe ich wohl leitstelle für die streife 3 gesagt ich habe mal eine frage was war mit kita gawa hat der beschissen gefunkt vorhin weiß ich nicht wieso ne also war einfach so eine frage also wenig wenn ich auf jeden fall wer auf jeden fall ein lauf verdient hat ist karsalik und fischer also das geht mir richtig auf den sack das ist mir jetzt schon oft aufgefallen dass dieser karsalik einfach wenn er auf schreibt ist null auf darauf reagiert wenn man den anfang da müssen wir darüber sprechen aber das werden wir schon der karsalik ist ja meistens auch immer mit hansen auf der streife glaube ich es war schon vorher mit dem hansen ist das auch aufgefallen kann ich das nicht schon mal dass ich die beiden nämlich als leiter das leitstelle war und habe die angefangen drei viermal gerade auch die dreimal angefangen bis den dann bis dann die pd nummer angefunkt hat ja jetzt ist es so wie es ist wir kriegen keine weitere streife auf die straße na gut außer das treuer ich weiß ja nicht wie ist das treuer ich den habe ich da nicht eingeteilt er hat sich selber eingeteilt ja und ich glaube wir haben das ganz okay gemacht die holle unit ja gut dann haben wir wieder ab ja lass mich alleine geht einfach lass mich alleine hat seine kohle eine kalte was seine wird dann wollte ich noch nachos ein bisschen was zum knabbern von unterwegs okay hier hier rein danke hüftgold na klar perfekt danke dir da warst du knabbern ja so ist es so ich dachte ich dachte ich würde auch schnell rauchen dann können wir wieder los ja klar dann eine schmuckern tschau 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 bis morgen renault und wie ist die lage und verändert das dann und heute ziemlich ruhig auf jeden fall ja ja es liegt daran weil sich alle gegenseitig umgebracht haben habe ich das gefühl ja offensichtlich ja die leute die 16 meldet sich 10 42 du bist aber auch noch nicht lange hier ne ne seit freitag ja okay das ist wirklich überhaupt nicht lange nein aber bis jetzt komme ich ganz gut klar hier ja du bist ja auch mit vorerfahrung gekommen denke ich ne ja wo warst du vorerfahrung und vorerfahrung weißt du ich komme aus texas aus dem kleinen lässt ach so na da war das schlimmste dass mal jemand benzin abgesaugt hat mit dem mund ja da bist du ja hier gleich ins in den wilden westen gekommen genau rein in die großstadt ja na gut man wächst man wächst mit seinen aufgaben sagt man ja ganz genau ganz genau gut nachher ist so gar nicht so schlecht streife 2 10 19 haku na ja dann ja kapitel oder nicht doch nicht hat sich gerade geändert er wollte wirklich gerade sei ja ich bin dann jetzt was war auf der muskel noch mal runter ja gut oder schlecht sein ist der commander so ich habe ihn jetzt nur mal kurz kennengelernt der herr commander ist eigentlich sehr umgänglich ich sagte der herr commander ist eigentlich sehr umgänglich umgänglich ja sehr umgänglich ich habe gefragt was sie so für ein chef sind ach so naja sehr gut apropos umgänglich ich hätte gerne einen streifenpartner ja ich habe leider momentan keinen für sie also doch die streife 3 aber da müsste sie noch ein 4 sollte gleich eigentlich reinkommen die sind aber noch in der maßnahme ok aber die wollten eigentlich direkt reinkommen mr pike oder herr pike müsste auch in fünf minuten eigentlich oder so fünf bis zehn minuten wieder hier sein der wäre dann auch verfügbar denke ich naja gut alles klar aber sonst der reins fällt mit missklagen wieder raus und mehr haben wir nicht außer von der dtu noch ein paar wo die sind ja auch unterwegs ja gut ich fahr da noch einen moment raus alleine das ist kein problem ja wenn ich einen habe funke ich sie an ist mendoza noch unterwegs ja der ist aber mit watson unterwegs mit watson in der luft oder was ne 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 auf der straße ach so haben wir was in der luft ne bisher nicht ja warum können wir sind sie dann nochmal in der helis streife da soll watson auch mal raus mal bis 23 30 ja und dann darf er gern wieder auf dem boden dann rufe ich den jetzt an und sag dem das alles klar perfekt ach ja sehr sehr tot heute abend so wollen wir ja wir wollen gut diese tür streife 4 10 8 33 für die leitstelle kommen 40 kommen bitte einmal 10 19 hq kommen 34 kommen leitstelle ende treife 13 8 ich habe schlechte stimmung irgendwie finde ich vielleicht war das so ruhig ist ja wenn ich die leute noch die leute noch bock zu schießereien zu fahren aber wir sollten jetzt gerade in den funk zurück wechseln weil sich halt irgendwie keiner dafür verantwortlich gefühlt hatte zu den shop brauchen zu fahren das ist merkwürdig dann fünf und sechs waren ja auf jeden fall noch draußen und der commander ist jetzt auch auf streife und es wird gleich eine helis streife geben ok warum einfach so ja der commander hat das gerade angeordnet damit watson in die luft kommt und ich war der wort das ist um halb zwölf ok ich will gucken was sie so vorhaben das bestimmt irgendwas steckt dahinter irgendwie hört sich unser fahrzeug komisch an findest du kann es sein dass ich irgendwas an den ohren habe ok ich habe ich habe die brauchen nicht unsere hilfe ok es liegt ja quasi an der quelle das stimmt ja das ist mal nützlich werden ich kann ich kann nähen und kälber zur welt bringen was mit dem nähen könnte nützlich werden mit dem kälber zur welt bringen wahrscheinlich eher nicht aber gut zu wissen was wir mal zu einer kälber geburt berufen werden wenn ich die richtige dann denke ich an dich ganz klar nico hallo vielen dank für deinen raid und hallo an deine zuschauer ich hoffe er hat einen schönen stream ja einen halben tag leer gefahren heute ja hoffe es geht euch gut kurz aber amüsant es ist super langweilig heute nichts los weil nicht schlimm gestern schon nichts los streife 3 für die leitstelle kommen herzlich kommen bitte einmal 10 9 bitte einmal das rescue department anfahren dort wurde eine der doktoren von einem mann überfallen mit einer bombe musste und einem blauen overall kommt sind wir leitstelle ende das waren wir doch gerade ja und erinnerst dich schwarze mütze blauer overall yo danach haben wir eben schon gesucht hoch bei einer tipp hier ist es sehr hügelig als du mal selber fahren solltest 0 1 mit info denken sie bitte an den traffic law verehrte kollegen halten sie sich entsprechend selber auch dran sonst werde ich hier tickets verteilen 0 1 ende 0 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 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 6 5 6 6 6 7 5 6 6 7 7 7 8 8 9 9 9 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11 12 10 10 10 11 12 20 10 10 11 11 11 12 12 11 11 11 12 13 14 14 15 ein rucksack oder sowas oder eine sporttasse das ist das unser mann den wir vorhin schon gesucht haben gefährlich ist er der läuft ziemlich schnell so schnell rennen sehen ach das hat die ganze zeit so geklatscht ich renne hinterher und ganz sicherlich nicht lustig dachte kurz sie würden die hände zur hilfe nehmen egal also ich glaube hinterher und macht klatsch 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 dafür was so gorilla style natürlich ja information der streife 3 zu dem vorfall am aldi gesucht wird ein flüchtiger tatverdächtiger zu fuß im blauen overall und blau weiß gestreifte bommel mütze er ist mit einem messer bewaffnet letzter standort rosenallee am wasser drei ende so ja klopfen sie immer ordentlich ab teppich klopfen wenn sie reinkommen im büro hinten rechts wissen wir ja ja wohl großartig der arme kein mitleid natürlich nicht hat die erschienungskommando den mann schon gefunden bisher noch nicht nein ahnung läuft hat dann gleich direkt bei die betti aus das wird ja nicht überleben der hat bis jenkins ausgeraubt wer a1 ausraubt der wird vogelfrei erklärt dann kurz überlegen neben aktuellen verfehlungen geht das müssen wir nicht für vogelfrei erklärt und wir setzen eine kopfgeldprämie aus 80 dollar weiß ich dass wir weniger als er gestohlen hat er richtig okay machen wir 20 alles klar tot oder lebendig vielleicht sollten wir das im liberty net posten alles dazwischen kriegen wir wieder hin ich das bei ihnen texas auch so miss klark nein da lief das mit dem lasso oder ein bisschen fester gezogen dann wurde er an den baum gebunden das trinken weggenommen und nach drei stunden haben wir wieder freigebunden wenn wir diesen balken da kann man verräter dann aufknüpfen ja richtig aber sie wollen ja nicht das wäre dann ein faires urteil man fährt eine ambulance drunter stellt ihr da drauf knüpft das oben auf und dann fährt man die ambulance weg ja weil ein einsatz reinkommt korrekt richtig richtig wäre dann quasi ein notfall tragischer notfall und tragischer unfall zugleich der stand einfach oben drauf das schreibt er in die nacht tragische umstände hat wieder in unseren dienst anweisungen das klettern auf ambulance ist verboten ja richtig schreiten wir haben zu der herstelle wir haben schüttgeräusche um sind uns wer gehört bei ganz in der nähe von den bürgerlagen anwesenheit von einer rottertrücke und einer rottertrücke besitzen sollen sie nicht wieder alleine losgehen die sauerei vom letzten bar reicht mehr kommen sie mit natürlich die officer gar nicht wissen wir haben ja in wer mir die daten aufgenommen man war jetzt nicht so ausschließlich von den schütteln oder durchgehen aber wir wissen ja das grobe ganze und wie die dame heißt weiß ich auch also wir können im zweifel nackt anlegen hast du schon mal eine akte geschrieben eine selbst angelegt noch nicht nein in einer geschrieben ja war der funkspruch in ordnung mit der hat sie nachgefunden aber 13 8 rosenblüten eigentlich keine ahnung wo das sein soll frage ich dir kein problem dann noch damit du kannst du dir ein bisschen vorstellen was da los ist oder was kannst du dir vorstellen wo das ist vielmehr waren auf jeden fall leute an der tankstelle war das gut soweit bei euch. Ich wohne im Bauch. Okay. Dann nennen wir dich mal mit. So, festhalten. Wie geht's dem anderen? So ein Obdachloser hat den Kaul geboxt. Bitte? Ein Obdachloser hat den Kaul geboxt. Okay, ein Obdachloser. Ja, der hatte so Joggingjacken im Blauen und so eine Mütze und so. Ach Gott. Der ist da heruntergelaufen. Hä? Da runtergelaufen, die Straße? Ja, hier rechts direkt. Alles klar. Also, ich bin der Gerant, der hat einen richtig Fallfettmove. Ich bin der Gerant, ne? Der hat so getan, als würde er stolpern und dann lag der der K.O. Der hat so getan, als wäre der K.O. liegen, ne? Und als dann die Medici gerufen hat, ist er abgehauen. Okay, Lass uns fahren. Vielleicht finden wir ihn noch. Das war richtig Fallfettmove, weil er, das merke ich mir ja nächstes Mal, wenn die Officer hinter mir herlaufen. Habt ihr die Täterbeschreibung gerade im Funk gehört gehabt? Ne, sag mal nochmal. Blauer Overwall, blau-weiße Bommelmütze, Sporttasche, Messer. Also mit einem Messer bewaffnet. Das kann sein. Der hat, glaube ich, solche Sachen an. Ja, der hat gerade auch schon einen Arzt im R.D. ausgeraubt und vorhin jemanden bei Grotti. Ich bin hinterher. Wo ist denn der jetzt? Der ist weiterhin flüchtig. Wir sind gerade auch hier erst zugekommen. Hi, dude. Lass uns noch hinterher. Bitte, bitte. Komm schon. Der ist auch unterrichtung Pillows, oder was? Eine Kontrolle mit einem Patty. Habst du ein Detective oder was? Ich bin Detective, ja? Ja. Also. Also. Sie kennen mich doch gar nicht. Ich weiß, aber das... Draußen kann ich doch laufen, oder nicht? Äh, lachen meine ich. Ja, natürlich. Wir fahren mal weiter, ne? Aussehen her, würde ich sagen. Was ist mit meinem Aussehen? Also. Ich hab Blut geleckt. Ich will den haben. Ich merke das schon. Ja, was... War übrigens nicht Rosenallee, sondern Kirschblütenallee. Overwatch Airborne. Das ist hier. Ja. Dann ist der von da hinten hier lang gelaufen und dann zur Tankstelle. Und jetzt ist er die Straße da hinten weiter gelaufen. Wir fahren jetzt gleich mal lang. Mhm. War nicht so einfach, sich hier durchzumanövrieren. Oh, 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 oh. Er ist mit dem Krankenwagen hier durchgefahren, ne? Kein Wunder, dass er hier nicht durchgekommen ist. Streife 1 für die Streife 10, komm. Andi, vielen Dank für deinen Follow. Hallo. Streife 1 für die Streife 10, komm. Das sind nicht wir. Oh, das ist schon wieder die Streife 10. Wie ist denn Ihr Status zu Ihrer letzten Meldung, komm. Ja, wir wurden gerade eingekesselt von einer Bande von Röckern und einem Anwalt, die uns mit Gewalt gedröhnt haben und nichts von Schüssen hören oder wissen wollen. Benötigen Sie Verstärkung? Na, wir ziehen jetzt wieder ab, nachdem ich gefünkt habe. Verstanden. Wir bleiben dran, ist die Schneider. Moment. Hat mal jemand kurzen Moment? Hallo. Hallo. Wie kann man Ihnen helfen? Habt ihr zufälligerweise jemanden gesehen? Blauer Overall, eine blau-weiße Mütze und Rucksack an? Oder eine Tasche? Nein. Nee. Bin ich vorbeigekommen? Alles klar. Moment, Moment, doch. Vor ungefähr 15 Minuten am Stadtpark. Stadtpark, ja? Hatte der zufällig ein Messer in der Hand? Nee, der hat nur gefragt, ob ich Geld habe für eine Unterkunft für ihn. Wenn wir nicht, dann ist er weitergegangen. Da hat es schon mehrere Leute überfallen und auch einen abgestochen. Okay. Und der ist in die Richtung hier geflüchtet, deswegen wollten wir mal nach dem Rechten sehen. Ja, der Rechte, der ist vorhin nach Dahilofen. Ja. Ich hab den hier gesehen, der hatte hier auch diese komische Flagge von den Südstaaten, der Rechte. Alles klar. Ach, okay. Das war nicht gesehen, eindeutig. Ich wollte euch nur Bescheid geben. Also wie gesagt, wenn der den sehen sollte, der ist gefährlich. Was denn? Was denn für einen? Wie sieht denn der aus? Wir halten ihn dann fest. Blau-weiße Mütze. Wer ist gefährlich? Rucksack oder Sporttasche und mit einem Messer bewaffnet. Okay. Zu mir war er ganz nett. Ich hab noch einen komischen Typen hier oben an der Tankstelle gesehen, der so ein bisschen rumgezittert hat. Und, keine Ahnung, ist auch ein bisschen strange, der Typ. Total schön. Ah, im Dienst seid ihr euch was mitgebracht. Ah, dankeschön. 0,0. Natürlich seid ihr im Dienst, ihr dürft ja nicht saufen. Das stimmt. Sonst zählt er ja eventuell noch als sonst was. Ja, ja. Ach, Quatsch. Aber falls euch das schmeckt, wir haben das auch mit Prozente. Dann heißt das Patriot-Bier. Ah. Ja. Für nach dem Feierabend. Ja, richtig. Perfekt. Wie gesagt, falls er sich hier nähern sollte, vorsichtig sein. Okay, dann. Auf, ist auch so. Wir sind ja genug hier. Der hat ja leider immer nur Leute alleine erwischt. Na, ich gucke, der traut sich ja nicht in die Kneipe rein. Ja, gut, aber manche Leute machen für Geld vieles, ne? Na, ist gut. Na, achten wir mal auf den. Wie die 90, 10, 40. Dann sind wir noch einen schönen Abend. Ja, schönen Abend. Alles klar. Grüß Gott, tschau, tschau, tschau. Bis denn, Antenne. Und wenn sie mal Feierabend haben, können ihre Kollegen auch gerne vorbeikommen. Alles klar. Wir sagen wir scheid. Ja. Ich dachte, wir bleiben nur stehen und fragen so. Ach so, alles gut. Hätten wir besser machen sollen, die waren nicht so amused, dass wir angehalten haben, glaube ich. Hm, waren auch so viele, deswegen wäre ich davon ausgegangen. Aber ist ja nicht schlimm. Wir haben ein Bier bekommen. Ja. Hätte schlechter laufen können. Alkoholfreis. Genau. Hätte auch besser laufen können. Ja. Okay. Der Punkt geht an dich. Was ist denn hier los? Also hier die Straße runter, muss der gelaufen sein. Ich habe gerade eher Gedanken über die drei Granger im Rückspiegel. Oh. Wieso? Na, warte mal. Da steht jemand. Da liegt jemand. Overroll Mütze. Wo sind wir hier? Pillows. Nee, gar nicht. Tankstelle höher, Pillows. Tankstelle näher, Pillows. Hinterm, äh, hinterm, äh, hinterm Cluckingbell and Dukes. Okay. Äh. 3 für 3, 10, 20, Cluckingbell and Dukes. Äh, wir haben vermutlich den Tatverdächtigen gefunden. Nickt am Boden. Benötigen dort eine ARD. Ich wurde angegriffen. Äh, ich wurde angegriffen. Ach, von wem denn? 2 für 3, 10, 21. Und Andy, um, äh. Ach, vom, äh. 3 für 3 für 3 für 2. Aua. Aua. Hrm. Äh. 1 für 3, hört. Oh. Oh. Um welchen Cluckingbell handelt es sich? Um dem Ekkekin oder um den... ... oder um den... ... oder blau in der Hagemann. ... die... rufen sie selber die an oder soll ich dies übernehmen übernehmen sie bitte wir sind nur zu zweit hier ich bin hier letztlich in der hey 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 aber wo ich jetzt hier ein grauer ein grauer der fahrer trägt eine grüne es ist ja gut ok 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 ganz ruhig ganz langsam der fahrer der beifahrer steigt jetzt ein fahrzeug flüchtig fährt jetzt Richtung Norden unter den Eisenbahnen jetzt Richtung Westen wieder ab Richtung Süden fährt weiter Richtung Süden am Hafen fährt weiter Richtung Süden passiert jetzt die ist jetzt am Highway an der Rundvoll fährt jetzt wieder Richtung Norden nach Elgong Grün bleiben sie vernünftig legen sie das Messer weg lassen sie den Mitarbeiter mit so schlecht dass die Leute überfallen müssen vom legen sie das Messer ganz langsam weg ich kann auch nur gehen der Overwatch an den Fung haben wir schreiten die den Schlupf wenn sie hier verfolgen kommen wir helfen ihnen jetzt sie legen das Messer ist Richtung Süden Richtung Süden abgebogen gehen sie am besten zu ihm geben sie Gas ist Richtung Süden unterwegs fährt jetzt am südlichen Ende des Parks wieder Richtung Osten ist dann wieder abgebogen an der nächsten Möglichkeit Richtung Süden dann wieder Richtung Westen jetzt wieder Richtung Süden immer noch südlich unterwegs ist einfach durch die Baustelle gefahren ist dann ab Richtung Osten dann wieder abgebogen Richtung Süden geht sie nach hinten gut geht sie nach hinten gut passiert jetzt Angels of Death fährt weiter Richtung Süden ist jetzt wieder abgebogen Richtung Westen haben die Lager gezogen wieder abgebogen Richtung Süden ne noch nicht weiter südlich unterwegs am Ende der Straße abgebogen fährt sich vorher überlegen fährt jetzt weiter Richtung Süden immer noch südlich unterwegs wer hat sie geschlagen immer noch südlich unterwegs welcher Typ ist jetzt abgebogen Richtung Osten der Blonde wieder abgebogen Richtung Norden wieder fast verunfalls dann haben sie ihm das Messer in den Bauch gerammt Richtung Norden jetzt fliegt er wieder ab Richtung Broker Dukes ist jetzt auf der Brücke Richtung Broker Dukes wenn er mich vertraschen hat ja warum hat er sich denn vertraschen ja weil er kein Geld geben will ja die arme Lady im RTI sind wir noch auf dem Highway unterwegs fährt jetzt ab das fährt ab Richtung Broker Dukes ist dann abgebogen sind die Leute am Unterhaus die haben sie aufgebogen die haben sie aufgebogen sind dann abgebogen sind die Leute am Unterhaus die haben sie aufgebogen wieder dann wieder Richtung Osten abgebogen naja bei Grotti sie wissen schon wohin fährt jetzt nördlich ne 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 Kopf einziehen wieder ach ist dann abgebogen Richtung Osten dann wieder Richtung Norden wieder Richtung Osten mit diesen Schlappen so viel laut weiter Richtung Osten ist jetzt unterhalb der Eisenbahnlinie fährt weiter jetzt Richtung Norden dann wieder abgebogen Richtung Westen passiert jetzt gleich das Adi fährt jetzt direkt am Adi erlang einmal hier rein hallo 3 bei 1 hängt sie schon mit runter dann wieder abgebogen Richtung Norden ist jetzt auf nördlicher Richtung unterwegs fährt wieder Richtung Elgonkön Elgonkön ist wieder auf der Elgonkön unterwegs ist wieder Richtung Elgonkön unterwegs 3 bei 1 ist direkt an ich ziehe ihm die Nadeln dann oder ja ja ziehe ihm auch direkt die Tasernadeln ok Sir können sie mal ihre Tasche abstellen dann kann ich ihnen gleich erstmal die Nadeln ziehen fahrt sich gerade aus den Augen verloren ja letzter Standpunkt Elgonkön Richtung Elgonkön der fährt rechts von uns rechts von uns ich muss den Arm spucken stehe ja ist ja kein Problem dann lassen sie was ich nehme ihnen mal die Tasche hier ab dann stelle ich die mal dahin abgebogen ja alles klar gut dann drehen sie sich mal bitte trotzdem nochmal zur Wand heben sie einmal die Hände hoch an unserer Position an unserer Position wir müssen erst die Handschellen abnehmen ja verstehe ja habe ich unter der Tasche nicht gesehen ok ok versuche mal jetzt ja perfekt ja ich greife ihn mal kurz unter ihr ihren overworlder hier unter ihre Jacke geht das mal ein bisschen nach oben vorsicht das kann jetzt kurz Veto nicht ziehen mal die Tesernadeln eins drei komm raus nein nicht bleibt da weiter in der Gasse sitzen jetzt über die Straße Luft holen tief einatmen brauche ich brauche ich brauche ich brauche ich ein bierchen ein bierchen ok damit kann ich ihn jetzt leider nicht wenn es am Messio Nassenten wenn es wie sie wieder geht stehen sie wieder auf gib ihm das Alkohol frei ja das war der nächste Plan zuerst würde ich sie aber gerne noch einmal durchsuchen wenn sie sich bitte nochmal mit dem Gesicht zu dem Bett und legen ihre Hände haben sie irgendwas da oh Gott streife erhält sich direkt hin um den verfolgten Fahrzeug am Dispatch haben sie irgendwas dabei in dem ich mich stechen oder verletzen könnte das Messer wahrscheinlich der eine Verdächtige sitzt hier an der Straße direkt hier an der Waschstraße und sitzt da auf der Bank oder so sonst noch irgendwas dabei sagen sie es jetzt ich will nicht zu tief greifen sehe ich Kontakt am Dispatch alles klar dann nehme ich ihnen mal das Messer hier weg ok gut dann kann sie die Hände runternehmen ich bin alleine ich gebe ihnen hier was machen sie noch irgendwas zu essen auch unterwegs dispatches warte Sonja ja naja sie wollten doch sowas ja bitte äh wieder abgebogen Richtung Osten ok ist jetzt Osten nicht vor dem Mittelpark unterwegs warte Mama John Steve schniff nipf 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 ich hab hier noch was für sie jetzt in südlicher Richtung jetzt wieder abgebogen Richtung Osten ja der Kies ist vielleicht ein bisschen hart aber wieder abgebogen Richtung Süden Osten beziehen gut warum wählen sie denn so mit ihren Armen dann wieder um Richtung Westen das haben sie nicht gemacht oder was denn riech mal dann wieder Richtung Norden oh Gott 3,5 bei uns heute wie lange haben sie den Oberholt schon an 3,5 bei uns ist Richtung Norden unterwegs jetzt wieder Richtung Westen ja ja dann kam sie den Oberholt schon an wieder Richtung Norden unterwegs wieder Richtung Westen lange immer noch Richtung Norden unterwegs fährt jetzt an der Waschstraße lang fährt jetzt an der Waschstraße wollen sie schon mal was sagen wollen sie vielleicht eine Aussage machen hallo Richtung Süden im Gegenverkehr was denn gab's da wohl eine Rauchung oder was immer noch unterwegs Richtung Süden ja 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 immer noch unterwegs Richtung Süden ja das weiß ich auch nicht an der Tankstelle jetzt wieder ab Richtung Osten und vorher die Dame verunfallt verunfallt am Dispatch an der Tankstelle was haben sie dabei gedacht ja das ist ein bisschen blöd sie wurden da von mehreren Leuten gesehen ok 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 für 40 Dollar haben sie der Dame ein Messer an den Hals gehalten ich brauche das Geld wofür brauchen sie das Geld denn für die Opterlosenunterkunft für die Opterlosenunterkunft für die Opterlosenunterkunft sagt der verstehe ok es gibt keine Decken es gibt keine Decken es gibt keine Decken ah wo schlafen sie denn aktuell im Park oder was der Opterlosenunterkunft und da müssen sie bezahlen wenn sie dort schlafen wollen ja für für Decken für Decken von denen ist immer kalt vermutlich ah deswegen auch ihre Mütze die sie an hatten ah aber dann fragen sie doch die Leute oder fragen sie nach einer Decke aber doch nicht mit Waffengewalt ein Verdächtiger noch auf der Run Oil Tankstelle werden sie so freundlich würden mir noch ihre Telefonnummer geben ich habe kein Telefon achso ok gut und am Autohaus die Leute haben sie die mit dem Messer bedroht ok sonst noch irgendwas was wir müssen müssten ich gebe ihnen guten Tipp wenn sie es jetzt alles in einem Abwasch machen sind sie ja wahrscheinlich schneller wieder raus und wir legen ein gutes Wort beim Staatsanwalt ein ja die Täter werden jetzt wieder ins Haus steigen und flüchten ich habe ein Earthquake ein Earthquake hat sich das dann gelohnt bei Ralecker am Kiosk oder was na gut da haben wir nichts von gehört das würde ich jetzt mal wir haben noch Einheiten verfügbar die jetzt zu dieser Tankstelle kommen können komm ok wenn du noch nichts dagegen hast ich ähm mhm ich würde ihm mal von oben ein paar Nachos besorgen wir haben das guck mal ob wir noch eine alte Decke haben die gebe ich ihm mal damit ihm nicht so schnell wieder kalt wird macht das ich ruf mal den Staatsanwalt an ich bin Solo vor Ort und die Pflichten ich möchte zu Fuß einer weiterhin hier auf dem Dach ich gehe observieren der hat sich zusammengeschlagen Sie haben es gestorben es war schon einer wieder Richtung Ronnall Tankstelle ok da war auch die ganze Zeit das ist ein Auto gestanden das ist aber ich glaube das würde jetzt einfach mal kurz der Staatsanwalt an ich glaube ich glaube ich würde ein Moment ich mich nur aufs Telefon ja live für das SPD was könnte ich so tun ja alles klar ja alles klar danke für die Info Kollege hörst du Bescheid was Streife 3 ist unten bei den Zellen wir haben ein TV unten Dispatch ist raus ja wer auch immer noch auf der Straße mit dem Auto unterwegs ist jetzt zu Ihrer links ich hab ihn am Dispatch hier im Dispatch in den Gassen läuft noch einer ja können Sie mal kurz aufstehen wir sind jetzt an der westlichen Ecke von der Gasse gucken Sie mal das ist nicht mehr die schönste Decke aber es ist auf jeden Fall ziemlich warm wie ist jetzt Ihnen die nimmt Ihnen auch niemand mehr weg in Ordnung äh zwei Kollegen von der Gasse wurden entführt mit drei schwarzen Autos im Stadtpark zu dem bekam ich gerade einen Angefeind das südlich vom Kontinente sich mehr ja ok hier lassen Sie die jetzt direkt bevor Sie ihn weggenommen werden oh jetzt der Arme jetzt einmal unterwegs ja ja ist unterwegs alles klar alles klar oh Gott ja es tut mir leid ich habe die drei schwarzen Fahrzeuge ich habe volle Kopfschmerzen gerade alles gut drei schwarze Fahrzeuge mit sechs neun Personen insassen oh mein Gott der Arme tut mir schon fast wieder leid ja mir auch drei schwarze Fahrzeuge ist das richtig oh man haben wir in der Dusche ne leider nicht geht es Ihnen gut Sir äh Leitstelle für den Overwatch kommt wie viel Bier haben Sie denn heute schon getrunken verhandelt es sich bei den äh ein einer hat mir gerade meine Kocher geklaut Ferber ist ein Times Square Reifen von ihm ist verfrostet ruhig ok ähm ähm an der Baustelle aus drei Fahrzeuge mit acht insassen davon ja 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 gut dann machen Sie sich's bequem äh ich mach schnell die Akte für den äh herrn hier fertig wegen der Schraub er hat Geständnis abgegeben ähm so dass das dann erledigt ist und er soll sich mit dem Obdachlosen unterhalten da ja wir wir wollen auf die Straße wahrscheinlich ne schnell mhm er hätte gerade Schüsse aber ich weiß jetzt nicht was da los ist ich auch nicht ich ich ja wir warten hier auf den Staatsanwalt dann Kumana ja alles klar ja 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 es geht so viel und äh die Streife die das äh das erste äh verfolgt hat so ist er sich nochmal so mit der Sonntag ja ja bei dir auch ja Meldung nochmal Meldung nochmal wenn wir deine Anzeigen brauchen sagen sie Bescheid ja 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 die Nummer 1 Information von Streife 2 Streife 2 war zuerst vor Ort bei weiteren Fragen Sir, wollen Sie sich mal mit dem Kollegen gegenüber unterhalten? ja an der Bordstelle hier unterhalten Sie sich mal mit dem mit dem mit dem Garen 1 2 3 Leute mit Wachen schicker Lippenstift ich glaub das ist Blut äh äh ja ich hör dich nicht geht lauter mit mir was willst du was Streife 1 läuft zu Fuß an bitte noch bitte noch mal die Position durchgeben äh 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 ich glaub das wird der nächste Mal gehen oder? der erste ampere und du stehst ich glaub das wird der nächste Mal gehen oder? da haben die ne Pipi piflasche umgekippt vor zwei Tagen aber heute nicht mehr doch doch wenn du gleich raus bist belegt drehen wir uns warum das lippenstift oder blut sei ehrlich nicht beides labello man welcher geschmack gezinkt nach erdbeere das beste was hast denn angestellt ich muss da so ein wichser abschicken ja ein wichser oder briggs was hast du gesagt und was finde ich nicht cool mein steck auf drogen um das ist viel spannender vielleicht sollte er auf die gerade bahn kommen jetzt ja das sieht mir aus wie einer der voll auf cracker pfangen würde heißt 1 jetzt 10 23 ne also der spook weed and go deep typ aber du siehst da als wie so der spook crack and go into the dreck oder so brauchst du einen arzt hast du mit deinen armen los mann alles geholt nein hier gibt es kein crack heute nicht einmal in der brot wie heißen du weißt ja ich hab deinen namen vergessen heißen schlägerei schlägerei ach deine schuhe die haben die haben wie sagt man hallo ich wollte schon sagen ich glaube wir sollten wirklich einen arzt rufen hallo ich rufe jetzt die adi helfen sie ihm ziehen sie ihm das koks aus der nase lcpd officer rains wir haben vermutlich gerade eine nachwirkung von einer überdosis in der zelle ja der kollege hat ein bisschen gezappelt ist dann einfach umgefallen ja wir haben ihn nicht getestet zu 100 prozent ja danke tschüss sicherst du dann gehe ich rein ja ich ich sicherlich auf geht's ja ok was ist das ne hören sie mich hallo hey sniffy kommen sie zu sich in tieflufthalm alles wird gut was hast du dir denn gespritzt junge hallo komm bleib bei mir aufwachen hey sniffy junge hm also atmung ist da auch wenn sie relativ flach ist ne komm sprich mit mir sprich mit mir wie lange die brauchen die sind auf dem weg sniffy komm schon ein bescher wasser oder so den hunger nicole ans gesicht kippen ja vielleicht brauchen wir zucker mach es einfach ach ja ok ja ok ok was passiert hier mal was ja 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 hallo da siehst du alles wird gut ruhig atmen was hast du denn rein gepumpt junge welche strafe wird den initial vorbekommen ja 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 bleib ganz ruhig liegen atme ganz ruhig ganz ruhig atmen ruhig atmen ruhig atmen und schön liegen bleiben die zittert total bei wen haben sie denn festgenommen ganz ruhig ich lebe den deckel über ,, das wird alles gut musst warte atmen ok pass auf sniffy red mit mir was hast du gestern getan wo warst du unterwegs ich bin natürlich war doch schon gestehen Du denkst jetzt an was Schönes. Guck mal, da kommen die Ärzte. Na Gott sei Dank. Komm, du kannst raus. Hallöchen. Hallo. Können Sie ein bisschen leiser reden? Na klar, klar, klar. Vermutlich Überdosis. Überdosis, wissen Sie von was? Er hat auf einmal angefangen zu zappeln und ist dann umgekippt. Okay, haben Sie ihn durchsucht, was er dabei hat? Drogen hat er nicht dabei. Er hat allerdings nach Crack gefragt. Ja, nach Crack gefragt. Was in seinen Zigaretten drin war, konnten wir jetzt auch nicht genau feststellen. Okay, gut, dann müssen wir wohl einen Schnelltest machen. Ja. Wenn ich nicht weiß, was das ist, ist es schwierig. Okay. Das Kleberige in seinem Gesicht ist übrigens Cola. Ah, Cola. Okay, sehr gut. Wir hatten gerade kein Wasser und er hat nicht reagiert. Ah, ja, gut. Ein Weihlauf mit 10,99, ich drehe durch. Ja, ja, ja. Also gegessen und getrunken hat er schon. Das haben wir ihm alles gegeben. Perfekt. Das heißt, sind Sie ansprechbar? Ja, stimmt. Ah, doch, Sie sind ansprechbar. Gut. Ich, ja, also ich... Also er hört auf den Namen Schniffi. Adelph, vielen Dank für deine Antwort. Ich weiß nicht, bei Schniffi könnte auch Koks im Spiel sein, ja. Okay, ich fixe ihn jetzt einfach mal. Vielleicht merkt er das ja gar nicht. Okay, er hat's gemerkt. Oh, nein. Der Staatsanwalt. Ja, Sir? Nee, das ist der Anwalt. Ah, okay. Wen suchen Sie? Äh, der Ingenieur in Ruhe. Ja. Wo ist der? Aber nun mit. Der ist doch wieder Saisi gebaut. Da sind immer noch zwei Personen im Wasser, an den Treppen. Okay, gut. Was haben wir denn da? Geht, du schon wieder. Das ist gegen Speed. Das ist gegen MDMA. Das ist gegen Haschisch. Wo haben wir denn das Koks? Ja, ja. Holen Sie mir mal dann. Guck in der Hinterkos und Tasche. Ah, da ist es doch. Hinten links, ja. Ja, abschauen, abschauen. So, wie geht's Ihnen? Ja. Wieder bei uns? Ja. Funktioniert, ja? Ja. Wie geht's Ihnen? Oh. Ja, geht's Ihnen gut? Hm. Ich habe Ihnen so einen Stim gegeben, äh, gegen die Überdosis. Es kann sein, dass Sie davon Kopfschmerzen bekommen, ja, drübe Sicht. Und dass Sie ein bisschen Gribbeln in den Fingern merken. Das ist vollkommen normal. Das ist die Nachwirkung von der Überdosis. Ich hoffe, dass da der da nicht an den Containern läuft. Oh, okay. Ich gebe Ihnen hier mal noch eine Tablette gegen die Kopfschmerzen. Bitte nicht nehmen, wenn Sie Alkohol getrunken haben, ja. Sonst wirkt die nämlich nicht. Haben Sie Alkohol getrunken? Ja, dann nicht nehmen. Ja, dann bitte erst später nehmen, wenn Sie wieder nüchtern sind. Hier ist noch ein Tablet. Oh, okay. Wann haben Sie zuletzt Alkohol getrunken? Ja, und was war's? Äh, kurz war's. Wie lange bist du hier? Wie lange ist er schon hier in der Zelle? Ah, 15 Minuten. 10, 15 Minuten. Also vor 10, 15 Minuten? Okay, er hat es gehabt, dass ich mir schon ein Kind verkehren lasse. Ja, gut. Dann haben wir es morgen früh nehmen die Tablet. Ja. Koten davon lassen. Kommen. Zur Information, hier waren zwei Zivilisten, die wohl verfolgt wurden. Wir fahren jetzt zu den SUVs. Das hat auch richtig was geboten hier. Wie ist der Kollege an den Rohren, der da gerade läuft? Ist das von William? Ja, ne, ja, ja, ja. Dreh'n Sie mal um, er kann es anecken. Der Staat hat noch Weltkopf. Da müssen vielleicht Rohre zu Ihrer linken Seite kommen. In dem einen Rohr ist noch ein Tatsverdächtiger zu. Dann müssen Sie zeigen die Wärmebildkamera da was an. In einem Rohr? Ja, gerade. Die Schenkel. In einem Rohr ist ein Tatsverdächtiger. Ja, jetzt zu Ihrer rechten. Oh, ist das verrenken? Ja. Errekt neben Ihnen. Achso, ja, warten Sie. Ja, nicht schlucken, ne? Ich bin an der ganzen Sache dran, warum? Also, Mundpacken und das reicht. Aber nicht durch die Nase ziehen. Das kriegen Sie einen, ja? Ja. Gut. Bitte, nein, 20. Perfekt, dann gehen wir jetzt. Jep. Nicht geil, der? Gut. Hi, na? Ich bin darauf, wenn der jetzt mitgehen. Ja, jetzt soll er mal anrufen. Okay, brauchen Sie noch irgendwas von uns? Sag Sie. Äh, nö, also es war Kokain, ja? Ja, ja. Ja, ich verstehe. Ich bin da einmal gerade. Überdosis, oder? Ja, so wie er sich verhalten hat, würde ich da mal schwer drauf tippen. Ja, es könnte allerdings auch eine Wechselwirkung mit dem Alkohol gewesen sein. Ich weiß jetzt nicht, wie viel der gute Mann getrunken hat, aber... Ja, gut, das sollte eigentlich nicht das Problem sein. Ja? Normalerweise. Ja, ich nehme mal die Tasche hier raus. Äh, die Tasche ist aber leer, ich habe da schon reingeguckt. Ah, das ist klar, gut, dann können wir da drinnen. Alles klar, ich muss mal noch machen. Wahrscheinlich, wahrscheinlich eine Überdosis, ja. Ja, alles klar, sehr gut. Den Armbrot noch. Also nicht sehr gut, äh, äh, dann wissen wir Bescheid. Ja, wie gesagt, äh, noch als Information für Sie, falls ihr über Kopfschmerzen oder kribbeln in den Fingern, äh, klagt oder schwindet in Sicht, das ist normal, das liegt in der Überdosis. Alles klar, sehr gut. Gut. Gut, dann, äh, euch noch einen schönen Abend. Ja, gleichfalls. Danke. Ciao. Bis dann. Bis dann. Geht's dir jetzt besser, Kollege? Geht's dir jetzt besser? Hm. Was hältst du davon, wenn du jetzt mal aufhörst zu jammern? Nee, ist gut, alles gut. Du brauchst alles, was du brauchst? Ja, 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 ja. Bessen trinken? Ja, ja, ja. Alles klar. Alles klar. Okay. Nicht einschlafen, ne? Ich muss gleich noch mit dem Staatsanwalt reden. Wo ist denn der? Der kommt jetzt. Okay. Hallo, Miss Clark. Hallo. Guten Tag, Reigns. Guten Abend. Moin. 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 Ja. Wieke. Wieke Friese hast du da? Danke. Aber ich hab keinen Kamm gefunden, der drin halbfindet, leider. Wann wollte ich noch? Hm. Also, falls du irgendwann mal Superkleber findest, ne? Hm? Keh nicht. Ich denk dran, wenn ich welchen finde. Kassar? Hola. Hallo. Einsatzleistung für Lodikon. Einsatzleistung, Hötiko. Wenn wir noch so wenigstens kommen, haben sie noch andere die Einsatzlage ab, ob sie noch nicht die richtige sind, falls nicht mehr, dann können sie abziehen und ein bisschen in der SUV suchen kommen. 5-4. Das Gebiet ist gefrenzt. 5-4. Ben? Trauben mit dem Mund oder so? Hä? Geht sie wieder gut? Hast du den Trauben mit dem Mund hast? Nee. Trauben mit Traubenzucker, ja? Oh. Ja. Brauchst du irgendwas? Hunger, Durst? Äh. Er geuchten Staatsarbeit. Ja. 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 Was an deiner Unterkunft? Nee. 10-9. Keine Dusche? Nee. Ach du lieber Gott. In sechs Wochen ist sie kaputt. Oh Gott. Äh. Oh, es ist eine Info. Das Gebiet wurde gescannet. Keine weiteren Tatsverdicht. Ich hab schon gefragt, aber wir haben hier leider keine, sonst hätt ich sie dir angeboten. Äh. Ich schwimm nachher am Hut-Zonen. Oh, wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob du heute Abend noch schwimmen solltest. Oh, naja. Ich geh entwaschen. Ja. Vielleicht kannst du dich ja irgendwann im Waschbecken frisch machen oder so. Oh. Wer ist der Nächste? Ja, der Kollege hier auf der Linken. Viel Erfolg bei der, naja, hier. Links. Anerkennung. Einen wunderschönen guten Abend. Baker, mein Name, Staatsanwalt. Ja. Was haben wir denn jetzt bei dem Herrn? Ähm. Einen Überfall. Also Raum. Das war die Sache. Okay. Ja. Ähm. Überfall im Adi war das, oder? Ja, genau. Eine Dame im Adi überfallen. Okay. Mit Waffengewalt? Ja, mit einem Messer. Auch noch die Mediziner. Warum machen sie denn sowas? Äh. Das hat sich so ergeben. Ja. Ja. Hm. Okay. Wir haben sie, um mich zur Verteidigung zu sagen. Versucht gerade einer mit dem schwarzen Fahrzeug zu pflichten? Hat sich so ergeben. Aber sie gestehen wenigstens die Taten. Das finde ich ja schon mal nett. Ja, finde ich klasse. Ja. Vorrangig. Läuft doch so gut wie daneben hier in der Zelle. Ja. Okay. Also, ähm. Ich nehme an, Waffenschein hat der Herr wahrscheinlich auch nicht gehabt, oder? So viel wir wissen nicht, oder? Nein, ich habe keinen gefunden. Ja, gut. Aber ich habe ihn auch nicht explizit gefragt. Dann fragen wir nochmal, haben sie einen Waffenschein? Hm. Äh. Nee. Gut. Dachte ich mir. Okay, dann haben wir einmal. Haben wir einmal den illegalen Waffenbesitz. Eine Nötigung. Einen Raub. Wie viel haben sie denn da, äh, gebeutet? Wollen sie es selber sagen? Ich denke, es wird alles, was sein Bargeld hat, sein. Der Typ hat doch kein Zettel in der Tasche. Nee, 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 nee. Äh. So 30 Dollar. Ja. Also, das ist ja schon wieder ein Sixpack. Die fände ich das selten, ne? Okay, haben wir noch was? Nee, bisher nicht. Okay, war der Herr denn kooperativ? Hat er sich gewehrt oder sonst irgendwie? Nee. Nee, nee. Nein, das war der nicht. Der war nicht kooperativ, oder wie? Erst nicht, dann ja. Ja, so sind wir nur für Rinder. Er musste mit deutlicher Polizeipräsenz dazu bewegt werden, sich zu ergeben. Um das mal kurz zusammenzufassen. Also, haben sie ihn weggetasert? Nee, das nicht. Doch, bevor sie kamen. Ach so, bevor sie kamen. Ach nee, ja, gut. Ja, ja. Halt, ich würde gerne abhauen. Ich habe da noch ein bisschen an Einsätzen draußen. Es brennt die Bude. Daneben, ich, Kurzfassung, Pete Briggs, Täter in einem Shopraub, war der im Laden. Ja, der kriegt jetzt zwei Tage Knast von mir. Der geht mir auf den Sack. Dann wissen Sie Bescheid und dann... Es hat Spaß. Ich gucke gleich noch. ...düße ich ab, ja. Die Akte ist schon fertig. Haben Sie was zu schreiben? Ach so, ja, geben Sie mir schnell. Ich schreibe mir das hier auf den Tag. Ja, 10, 19, 3. 10, 19, 3. Schaue ich mir kurz rein, ne? Alles erledigt und fertig. Wir brauchen eigentlich nur ein Stemmel drunter setzen. Hat Geständnisse, etc. Abgegeben, fertig. Ja, da muss ich mir da gleich ein Strafmaß überlegen. Aber ich denke mal... Alles klar. Da brauchen wir noch eine Inhaftierung, ne? Dann tut es mir den Gefallen, ne? Bleiben Sie dann so lange noch da. Na klar. Okay. Herr... Ach so, wie ist überhaupt der Name? Kriegen Sie es selber hin, oder? Ja. Sniffy. Was? John, Steve, Schniff. Hm? Bürgerlich. Herr Smith. Ne, Schniff. Ach. Was? Schniff. Ich schnüffle halt nur mit I. So wie schnüffeln, nur mit I. Also, Schniff. Was mache ich denn mit Ihnen? Also, Sie sehen jetzt natürlich nicht so aus, als könnten Sie irgendwie eine hohe Strafe bezahlen, ehrlich gesagt, ne? Da sieht es so aus, als wenn er gar keine Strafe bezahlen kann, weil die 30 Dollar, die er besitzt, die gehören nicht mal ihm. Ja. Also, naja, gut, Sie haben jetzt schon einige an Straftaten erledigt, sage ich mal heute, ne? Alles mit dem... Also, der Herr ist obdachlos und hat auch kein Telefon, ne? Falls Sie eine andere Telefonnummer fragen. Naja, ich glaube, ihm würde man ja einen Gefallen tun, wenn wir ihn heute ins Gefängnis bringen, ne? Hat er wenigstens mal einen warmen Schlafplatz. Einfach auf die Straße mit sowas, wirklich... Und ne Dusche. Ja, das ist toll, ja, das ist alles. Was machen wir denn jetzt? Benötigung, Raub, Waffenbesitz. Was für ne Waffe oder Messer war das, ne? Messer, ja. Ja. Ist auch bisher nicht aktenkundig, der Herr. Ja, ja, es ist jetzt natürlich sehr schwer, wenn ich weiß, er kann nichts bezahlen, aber ich kann natürlich jetzt auch nicht keine Strafe erlassen, das geht ja so nicht, ne? Ne, ne, das stimmt. Also, ja, wir haben doch... Wir haben das Buchgeld für ihn. Ja, ich überlege gerade, ich würde es jetzt nicht zu hoch ansetzen. Ich würde jetzt mal 1500 Dollar sagen, ins Strafbefehl. Wie sieht es da aus, irgendwie in Umwandlung in Sozialeinheiten oder sowas? Ja, ja, wir können natürlich jetzt eineinhalb Stunden Knast machen, ne? Ja. Würden Sie das annehmen, Herr Sniff, Schniff? Wie war das? Oder haben Sie irgendwo 1500 Dollar? Nee. Nee? Was machen wir denn jetzt mit dir? Ich... Geh nach Hause. Ja, das geht nicht. Du brauchst ja noch nicht mal eins. Also, wie gesagt, ich kann halt von der Strafe her, weil Sie haben halt doch schon Nötigung, Raub, wie gesagt, dann auch noch eines Medizines. Das ist natürlich, na ja, nicht wirklich nett, ne? Die Herren und Damen vom A, die flicken sie wieder zusammen, na, auch sie kostenlos, auch wenn sie auf der Straße leben, ne, sie kriegen auch Versorgung von denen. Und da finde ich das schon ein bisschen... Finden wir vielleicht ein Schlupfloch? Das war ja keine Medizinerin. Ach so. War eine Angestaltete des Altes. Ja, das ist egal. Okay. Es ist immer ein Mensch, sagen wir mal so. Ja, dann verstehe ich. Ich finde es halt trotzdem immer sehr... Ich finde es sehr unschön, wenn Leute, die ihm eigentlich helfen wollen, dann auch noch überfallen werden. Das finde ich halt... Ähm... Aber... Naja, wie gesagt, wir haben illegalen Waffenbesitz, wir haben eine Nötigung und wir haben Raub. Und da ist 1500 schon sehr niedrig, ne? Also normalerweise... Haben sie ja gesehen vorhin, ne? Wenn die Kollegen nicht gekommen wären, wären sie wahrscheinlich da... Jeder raufgegangen vorhin. Ja. Also wir können es ja nicht ändern. Wenn er es nicht bezahlen kann, dann muss er es leider absetzen. So ist das nun mal. Auch... Jeder ist vorm Gesetz am Ende gleich. Auch ob er jetzt Obdachlos ist, Geld hat oder nicht. So ist das nun mal. Ja, und auch wenn mir ihre Gesamtsituation sehr leid tut, Herrsniff, dass sie keinen festen Wohnsitz haben, kein Geld haben. Ähm... Deswegen kann er sie trotzdem halt nicht vom Gesetz ausnehmen. So ist das halt. Ich will jetzt kurz noch mal zu dem Fahrzeug, was da... Doch, das versteht sie auch, ne? Ich leute, der Wexer. Ich leute, der Wexer. Oh mein Gott. Na gut. Das lief doch bis gerade ganz gut. Ja. Die Beleidigung überhören wir jetzt. Ja. Gut. Dann, Herr Sniff, wenn Sie dann das nicht bezahlen können, dann, denke ich mal, werden Sie die Beamten ins... Prism, denke ich mal, überstellen. Oh, das Ende. Okay. Ja. Dann ist das wohl so. Haben Sie alle Daten, machen Sie eine kurze Akte fertig, einen Satz rein, was passiert ist, und dann mache ich die gleich zu. Okay. Gut. Ich wollte nur kurz sagen, die Akte ist angelegt, müssen Sie noch verurteilen, auf Vorurteile setzen, ja? Ah ja. Super, mache ich dann gleich. Wunderbar. Dann bin ich später. Bei Mr. Briggs. Ja, Herr Briggs. Ja, Herr Briggs. Ja. Du weißt. Ähm, was haben wir jetzt hier schon einmal raus, oder? Ja, wir gehen jetzt, äh, mal jetzt einen Ausflug. Oh. Okay. Wohlas? Herr Schabmann. Nee, nee, wir warten noch kurz. Wir müssen noch warten, bis der Mr. Briggs abgehandelt ist. Oh. Ähm, Briggs, Briggs, Briggs. Okay, ähm. Komm, man sieht's positiv. Du kriegst, ähm, eine warme Mahlzeit, eine Dusche und eine ganze Stunde schlafen. Oh. Wochenschein. Und du kriegst neue Klamotten. Oh. 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 Also wieder illegale Weihnachts. Ja, gut. Und ich geb dir noch einen kleinen Tipp. Oh, warten Sie mal ganz kurz. Das nächste Mal, nimm nicht den aufgelenkt, nimm dir Kaugummis. Mhm. Äh, naja, also. Seck, steh schon unten in der Zelt. Gab nur noch ein paar Zähne. Ja, das seh ich. Ja. Aber weißt du, die pflegst du damit auch gleichzeitig. Äh, naja. Die sind, die lässt sich nicht unterkriegen. Nein, ich hab gesagt, er soll. Ähm. Ich schau mal ganz kurz in die Akten, was wir gestern gekriegt haben. Und... Nein. Alle, können's gehen? Nee, nein. Wir müssen noch warten auf den Kollegen da hin. Bitte. Es tut mir leid. Okay, brauchst du noch eine Sekunde. Ich bin gläuter. Wir gehen aber jetzt auch ins Gefängnis, ne? Können Sie mir aber kurz aufmachen, bitte? Na klar. Hast du deine Decke dabei? Ja. Okay. Mach die in deine Tasche rein, dass du dich nachher wieder zurückkriegst, wenn du rauskommst. Oder gehen nur die hinten. Hä? Ach, ärgerlich. Ja. Was ist? Sag, mach die in deine Tasche, damit du die nachher wieder zurückbekommst, wenn du dort wieder rausgelassen wirst. Ja. Ja, die Sachen, die beschlagnahmt werden vom Wärter, die muss er ja eh gleich abkriegen. Also ich weiß schon, das macht man normalerweise nicht und nicht bei jedem ist es erlaubt oder gibt es Probleme, wenn wir eben die 40 Dollar für die Unterkunft geben, wenn er da rauskommt. Ich bin gerade in einer kniffligen Situation. Kannst du machen, wie du möchtest. Dann ist er dort unter und vielleicht schläfst du dann dort. Ja. Das wäre, glaube ich, eine gute Idee. Okay. Sehr gut, Mann. Das ist ja nicht gesund, was da passiert. Ja. Okay. Schnapp. Komm, sag, sag, sag. Ja. Hier, ich geb dir jetzt was. Hier. Wenn du da rauskommst, dann wirst du zu deiner Unterkunft kippst du ihm das und dann schläfst du dort, okay? Ja, ja. Und hier für morgen. Oh, danke. Oh, danke. Ja, komm mit. Ey, das ist der Typ. Petro, was geht? Ja, hab ich das sehr besagen. Was ist Cracking? Zweite Wahl. Okay. Was geht? Hashtag 2012, ja. Sie können nachher ihre Liebesgeschichte... Das war der, der dich zusammengeschlagen hat? Ja, gut. Das ist cool, Mann. Ja, gut. Hallo, Mann. Den hab ich schon immer gefunden. Ich glaub, das war unten auf den Toiletten. Okay. Hey. Oh. Keine Ahnung, Mann. Ich glaub, es ist... Oh, ja, ja, ja. Das ist so eine Mischung aus beiden. Komm mal bitte mit mir mit. Oh, Ritter. Ich hab keine Zeit mehr. Mach's gut, Mann. Okay, willst du deine Anzeige erstatten? Young Greasy? Also, was geht, Mann? Nein. Alles fresh? Ja, sicher. Hashtag Anwaltstuff. Hashtag Anwälte? Ja, natürlich. Ja, klar. Eine ganze Kanzlei. Was hat denn eure Mandanten hier mit? Was ist denn jetzt? Ja, wir müssen kurz auf den Staatsanwalt wahren und dann... Dann geht's los. Deine Füße schlafen ein. Was, deine Füße schlafen ein? Ja. Das ist doch gar nicht gut. Wer sind sie denn eigentlich? Ich kenn sie gar nicht. Jetzt seh ich. Sieh jetzt. Oh, sie sind Pepe. Ja, klar. Jetzt erkenn ich sie wieder. Ah, der Füße. Ach, Pepe. Aber alles klar. Nicht Pepe, Pepe. Alles klar. Ja, muss man auch mal durchblicken. Dann setzt sich am besten im Moment an. Und sie sind jetzt hier vor, sie brauchen keinen Anwalt mehr. Ich glaube, das hier unten, Mensch. Ja, der ist gerade am Rechner hinten im Klassenzimmer. Ah, okay. Ja. Wenn er wieder da ist, fahren wir los. Ja. Ja, so nennen wir unser Großraumbüro. Ja, da hängt eine Tafel an der Wand, weiß er. Ja, ne? Finde ich auch. Tschüssi. Was hast du denn vorher gemacht, bevor du auf der Straße gelebt hast? Was ist los? Dauer das immer so lang? Mal so, mal so, mal so, mal so. Ja, es dauert so lang. Was hast du denn vorher gemacht, bevor du auf der Straße gelebt hast? Okay, soll ich was gehen? Ach, Grise, was ist denn los hier? Bist du schon wieder? Ich hab Druck calling, Cloud. Okay, hast du schon mal irgendwas Legales gemacht in deinem Leben? Na ja, gerade bleiben, meine ich noch mal. Na klar, klar, klar. Ja. Was ist denn los, Schniffi? Was hast du denn gemacht? Der Schniffi ist doch ein ganz ordentlicher, das sehe ich. Reinkommen. Brains, wenn sie noch einmal aufschließen, wenn ich aufschließe. Feuerberater. Nee, Bergerberater. Ich habe mit dem Richter telefoniert. Ja, Bergerberater. Und die Grafefe viel ausgehandelt. 5.000 Dollar haben wir heute. Da bin ich viel rausgeflogen. Ich die Gabel klaut habe. Du hast die Gabel geklaut. Deswegen haben wir dich rausgeschmissen wegen der Gabel. Das ist nicht fair. Eineinhalb Stunden für den Herrn da drüben. Und dann gehen wir zum nächsten. Alles klar. Und was ist, ich meine, wir haben eine Menge bei our Shops hier. Was ist, wenn du es noch mal versuchst? Nee, nee, ja, nee. Nee, ja, nicht so. Und wie wäre es vielleicht doch mit Steuerberater? Ja, herrlich. Ja, nee. Okay. Waren Versuch Werte. Ich überlege, Elektriker, wa? Ja, ja. Elektriker? Ja. Das ist doch ein ehrenwerter Beruf. Kannst du Kabel verlegen. Ja. Ja. Und klauen vor allem. Was machst du denn mit den Kabel? Ich glaube nicht. Wenn du die geklaut hast. Jetzt hier zwei hab, die ins Prison müssen. Da mach ich, äh, guck, fahr mal ran drauf und verkauft. Kann sein, dass... Ich hab keine Zeit mehr. Was ist die? Ersatzhaft, oder was? Ja, er ist ersatzhaft für beide. Ja. Dann sehen wir mal kurz, was mit denen da hinten ist. Vielleicht sind sie sogar zu vier. Ja. Aber die Menge Kabel. Wenn es nur der Kollege hier, wenn er länger da ist, dann sind es keine anderthalb Stunden mehr, dann sind sie nur noch eine halbe Stunde. Ist das irgendwo ein Lager? Ein Kabellager? Ja. Schnippi. Bin ich einfach schnitt. Warte mal, für eine halbe Stunde? Verstehe. Ist das jetzt hier mal fertig? Als wir angekommen sind, waren wir... Schicken Sie mal, schicken Sie mal den Obdachlosen mal weg hier. Wir wollen jetzt überstellen. Der Briggs muss auch fünf Stunden ins Gefängnis, Mr. Achso, wurden hier Strafbefehl, ne? Ja, die sind beide verurteilt. Wo ist der denn jetzt gerade? Na ja, dann kommen die heute noch in den Knast. Ja. Bitte? Der Staatsanwalt steht da hinten. Nee, nicht der Staatsanwalt, der Briggs. Hier. Na ja, hier. Achso, der, 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 ja. Das ist sein Bruder anscheinend. Der Briggs, ja, da denke ich immer sofort an Piep, ne? Ja, das ist aber Piet. Immer was ist Piet. Piet, mein Gott, vorwirrend. Ja, die Eltern, weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben, ihre Kinder Piet und Piep zu nennen, also. Man voll auf Marihuana. Ja, das glaub ich nicht sogar. Ja, gut, ansonsten, ich weiß jetzt nicht, wie lange die da hinten brauchen, dann bringen wir die da jetzt schon mal rüber. Ja. Gut, ich mach Feierabend, ne? Alles klar, guck mal an. Auf Feierabend. Schön Feierabend. Na, viel Sinn. Na, viel Sinn. Leckst du ihm mal die Handschellen an? Weil du jemand, ich glaub sie genau, ich immer so gegen, gegen 12 aus dem Dienst, ne? Ja, alles gut. Ja? Okay, sonst hätte ich das jetzt übernommen. Ja, letzter Gang, oder? Ja, letzter Gang, okay. Pass auf, Schniff. Stell dich mal da hinten an die Wand, bitte. War da sehr engagiert hier, ihn zu resozialisieren, aber ich glaube, leider hoffen wir mal als verloren. Alles klar, ich lege dir jetzt mal Handschellen an. So, ich nehme deinen linken Arm, Achtung, deinen rechten Arm. Okay, ich mach's auch nicht ganz so fest. Alles klar, dann kannst du mitkommen. So, dann mal hoch mit euch. Ist zu? Jawohl. Feik, was ist mit dem Dosenhut, mit dem Bierhelm? Was sonst? Wir fahren, Peik, das passt schon. Geh lang. Na, warte mal. Nee, 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 falsche Richtung. Geh lang. Geh hoch, Sniffy. Hier kommt, Pete zeigt dir jetzt mal, wo es hingeht. Ja, wo ich zeige dir, wie das geht, komm mit. Warten Sie das auch? So, ich geh mal hier raus, ist ja offen, hier ist offen, supi. Äh, dann sagst du Tschüss zu dem Officer, mach's gut, Officer. Ja, äh, auch. Oh, viel herrsinn. So. Und dann hast du freie Fahrzeuge. Mach ich das. Nein, 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 nein. Oh. Moment, wir machen noch das Auto auf. So, du auf die Seite. Mach dir die Tür auf. Oh, danke, meine Frage von der Sieben. Wir haben eine Tatverdächtigung mit einem... Können Sie einmal auf, bitte? Ja, klar. Zu welchem... Äh, ist ja noch enger als... Äh, in der Unterkunft. Oh, oh. Oh, Sniffy, das ist aber eine Note, Mensch. Ich konnte mal Blockflöte. Du konntest mal Blockflöte? Ja, über 13, 91 plus. War halt bösen. Was konntest du da so... Was hast du da so gespielt? Äh, äh... Triangel. Achso. Triangel? Ja. Warst du im Bandcamp oder was? Ja. Ich war... War ein Finder. Ja. Ja, ja. Ja. Ah, der Piet zeigt dir jetzt gleich mal die Räume. Information von PD03. Die Akte für die Freiheitsberaubung ist 60458. 0-3 Ende. Jetzt ist es, da wo Taka schläft. Da schaff ich. Aber hier nicht in Zelle 19, glaube ich. Da wohnt der Göffler. Und in Zelle 20... Da ist... Der Doktor. Wer ist denn Göffler? Der Göffler, das ist eine Legende. Moe Göffler, den Nachnamen weiß ich nicht. Den hab ich auch schon kennengelernt gestern. Ich hab nur Taka kennengelernt, aber den kannte ich schon. Taka ist ein Schnucki. Oh. Ihr werdet erwartet. Das ist doch mein Süßer. Taka ist ein Schnucki. Ach nein. Hereinspaziert, hereinspaziert, meine Hübschen. Dann einmal aufsteigen. Und... Was ist das denn? Das ist Schniffi. Das ist Schniffi. Hallöchen, Herr Officer. Hallo, Miss Sacka. Wie schön, jetzt sehen wir uns hier wieder. Ja. Piet kennen Sie ja, ne? Ja, richtig. Hi, Piet. Und das hier ist Schniffi. Hallo, Schniffi. Schön, Lippenstift. Ja, wir wissen noch nicht, ob es Blut oder Lippenstift ist. Oh. Ja. Steht ihr trotzdem. Und netter Kleidungsstil. Okay. Ja, stelle ich mal hier an den Container, Schniffi. Jupp. Nicht essen. Es gibt besseres hier, also nicht besseres, aber gleichwertigeres. Na, wie geht's? Dann nimmst du Pieti Handschellen ab, bitte. Ja. Okay. So. Gar nicht. So, einmal stehen bleiben. Ach. So. Ihr habt jetzt Motorräder? Ja. Mega cool. Ach, da hast du zwei hübsche, komm. So. Hast du Pieti schon inhaftiert? Nein, ich hab, äh, ich kann mich hier noch nicht ausziehen. Ach, wie das geht. Ah, okay, dann erkläre ich dir das. Ein Raum. Wir gucken mal rein, kurz, ob es noch genug da ist. Ja. So, du nimmst dein PDA. Mhm. Dann hast du das Haftmenü. Jawohl. Dann kannst du da über das Tablet, ähm, den Spieler als Häftling deklarieren, indem er seinen Fingerabdruck einmal aufs Tablet macht. Ja. Ja. Ganz ruhig, Schiffi, ganz ruhig, das wird schon. Die, äh, die, äh, Hoffzeit festlegen, in Minuten. Muss ich auch noch rechnen. Das ist ja super. Fünf Stunden waren das, oder? Hm. Ja. Okay. Danach kannst du dann... Den Inhaftierungsantrag. Mist, ich hätte weniger sein können, scheiße. Klicken. Ach, Schiffi riecht schon viel besser, wenn er nichts anhat. Oh, ja. Oh, ja, Prost. Bei uns. Keine Atmung. Ja. Ja, Pete kennt das ja schon, ne, wie das hier abläuft. Hat das geklappt, Sam? Ich glaube, ich hab den... Nein. Ich hab dem, ich hab dem Pete die Haftzeit gegeben. Dem Pete hast du die Haftzeit gegeben, oder dem Schniffi? Dem Pete. Der Pete ist doch richtig. Der Pete ist richtig. Okay, gut, dann haben wir alles richtig gemacht. Jawohl. Gut. Dann kommt mal mit. Ah, Mistaka, wollen Sie eine Rundführung machen für den Neuen? Nimm mich da raus. Achso, der Neue, okay. Ich bin ja nicht der Neue. Ich zieh mich mal um. Ja, mach das. Wie teig dich aus? Ach, du Scheiße. Naja, man nimmt das, was man kriegen kann. Mein Gott, der hat aber sein Leben noch anders. Hallo, Barcfix. Und hallo, Binockel. Und hallo, die gekommen sind. Stinkt wirklich. Aber ich... Ja, das mit dem Haften, die habe ich tatsächlich noch nie gemacht. Was war? Nicht? Na? Ich muss mal kurz. Nö, ich bin nicht. Ich bin nicht. Na, geht's dem gut? Oh, einer von der Sorte? Naja, wir werden Spaß haben. Ja, ja. Also, naja, hier ist die Aufenthaltshalle. Da vorne ist der Multifunktionsraum mit welcher Tisch und... im Fernseher, der nur Arte Dokus abspielt. Da rechts haben wir den... gemälde. Ja. Ja. Der Doktor? Ja, der Doktor ist in der Zelle. Ja, richtig. Ja, ja. Überdosis Schnee. Ja. Oh Gott. Ja. Oh Gott. Ach du Scheiße. Zelle 20, da liegt der... der Göffler. Zelle 19 oder 18, ich bin mir gar nicht ganz sicher, da liegt der Dok. Zelle 19. Ja, 19. Oh Gott. Ja, gut. Du kannst ja natürlich auch einfach irgendeine Zelle aussuchen. Ja. Ach du Scheiße. Nimm die wieder mit, bitte. Nee, das geht leider nicht. Aber der ist nicht so lange hier, macht der keine Sorgen. Dann wird zu ihm. Ja, viel Spaß, ne? Hey. Und wie, wie war's beim Kuscheln, ne? Hey. Was denn? Ich hab Flüssigseife. Ach du Scheiße. Was wollen Sie machen, in den Knast stecken? Was war das jetzt für eine Reaktion? Wenn Sie mich ausbauen müssen. Oh. Oh nein. Oh Gott, oh Gott. Ja, Vorsicht, die Stufe ist ein bisschen locker. Ja. Eieiei. Langsam mit den Schlappen. Mein Gott, wenn der eine Crackpfeife rauskommt, das kann sich ja keiner angucken. Ja, hab ich schon mit ihm geklärt. Der kriegt ja eine, wenn er rauskommt. Wenn's nur Crackpfeife, glaube ich. Oh, der geht freiwillig zu mir. Ach, nee, doch nicht. Ja. Zimmernachbarn, schön. Ja, wir sind dann weg, ne? Ja, ciao, ciao. Zeig ihm die Dusche, wirklich. Ja. Die Dusche ist da oben, der Rohrbruch ist perfekt. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, ciao. Bitteschön. Mutig hier alle so eng, um mir jetzt zu stehen. Ach, passt schon. Eieiei. Aufregend. Wie die Sieben, wie die 19, 10, 19, HQ? 3,4, 13, 19, HQ. Ähm. Du machst Feierabend. Ja, ich mach Feierabend. Eine, also, ja, eine Frage. Mhm. Frag. Der Taser war gerechtfertigt, oder? Ich meine, er hat direkt an mir gestanden, mitten im Messer. Das war sehr gut, das hast du sehr gut gemacht, wirklich, also. Okay. Also, ich hab mich in keiner Situation, also, ich hab mich nicht unsicher gefühlt, weil ich, äh, einfach davon ausgegangen bin, dass du das Richtige tun wirst. Okay. Aber wenn mir einer ein Messer an den Hals hält, dann lass ich halt auch mal meinen Taser fallen, ne? Ja, ja, klar. Ich meine, der war ja völlig durch. Ja. Also, ich weiß auch nicht, ob er mir leidtut, oder, keine Ahnung. Ja, oder ob man den irgendwie, weiß ich nicht. Einfach mal kurz mit dem Kopf gegen die Wand, damit er klar wird, oder so. Ich glaub, das bringt nix mehr. Nein, ich glaub auch nicht. Ist eher so 50-50. Ja. Okay, ansonsten, Manöverkritik? Nee. Absolut null. Wirklich, das war wirklich... Außer du hast irgendwelche Selbstkritik. Traste zwei meldet sich geschlossen, 1042. Ja, ich hab die Tasche nicht durchsucht. Äh, ich hab nicht nach der Pfaffenschein gefragt, das hab ich tatsächlich nicht bedacht. Und, ähm, es hat mich ein bisschen geärgert, dass er den Joint dann noch rausgezogen hat. Ich hab ihn nicht gesehen. Den hab ich auch nicht gefunden, als ich ihn das erste Mal durchsucht hab. Wahrscheinlich war der eine Zigarettenschachtel oder so. Alles klar. Okay. Ja, gut. Nee. Von meiner Seite aus was. Alles klar. Gut. Perfekt. Dann wünsche ich dir einen schönen Feierabend. Ich dir auch. Ich mach jetzt auch Feierabend. Ach. Ein Leitsteller? Äh, ja, er hört. Ein Vertrag geht geschlossen in den Feierabend. Ja, wünsche ich dir einen schönen Feierabend. Danke, Kemper. Dankeschön. Sie auch später. Danke, danke. Tschüss. 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 Schön Feierabend. Aber sonst lief es auch ziemlich gut heute, oder? Ja, das war nachher richtig Action als wenn wir hier die ganze Zeit standen. Ja, das stimmt. So, stopp. Ja? Die Akte von dem Herrn Smith fehlt noch. Ja, die lege ich jetzt gleich noch an. Ja, super. Weil dann mache ich dich nämlich gleich zu. Ich sehe das schon mal. Also, alles klar. Ein Satz reicht schon, ne? Alles klar. Nur Daten eintragen, ein Satz. Ich mache es gleich zu. Dann zieh du dich ruhig schon mal um. Ich mache die Akte dann noch fertig. Okay, soll ich einen Button und mit eintragen? Will dich jetzt auch nicht alleine hier stehen lassen. Nein, musst du nicht. Ich schreibe einen Satz rein und dann ist das. Wenn wir mal was Wilderes haben, dann können wir gerne mal vernünftig eine Akte zusammen anlegen, die ein bisschen umfangreicher ist. Alles klar, super. Dann, ja, schöne Nacht dir. Ja, dir auch. Bis morgen dann oder so. Bis morgen. Ciao. Ciao. BD21 1042. Ja, war jetzt noch gut was los. Schönen Feierabend später. Schönen Feierabend. Danke, auch so. Danke. Ich glaube, anstrengender war tatsächlich, dass die ganze Zeit nix los war. Also war echt ein bisschen anstrengend. Ja, das hat mich müde gemacht. Aber war ja erfolgreich. Wenn der Ausbilder nix zu meckern hat, dann läuft das ja ganz. Doch, gut. Abend. 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 Wir haben noch ein bisschen wenig soziale Interaktion mit anderen außer Kollegen, aber ich denke, das wird sich irgendwann auch nochmal ergeben. Erstmal jetzt da ein bisschen reinkommen, die Kollegen kennenlernen und genau. Je länger sie da ist, desto mehr Kontakte wird sie dann ja auch aufbauen. Insofern mache ich mir da jetzt auch gar nicht so einen Druck. Aber ich denke, das ist ja auch gar nicht so ein Druck. Aber ich denke, das ist ja auch gar nicht so ein Druck. Aber ich denke, das ist ja auch gar nicht so ein Druck. Aber ich denke, das ist ja auch gar nicht so ein Druck.